Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aha! Hab ich dich! Äh, was? Wer? Du hast die Wette verloren, Tom Thomas! Gib es zu! Stimmt nicht! Das stimmt nicht? Das ist, weil ich, ähm... Ich bin nicht Tom Thomas! Was? Ich bin Toms Bruder! Das ist absolut nicht wahr! Wir wissen, dass Tom Thomas keinen Bruder hat! Ich meine, äh, sein Cousin! Wieso seht ihr beiden euch dann so ähnlich? Weil unsere Mütter, äh, Zwillinge sind! Und wie ist dein Name? Wie? Meiner? Äh, John Johnson! Und wer seid ihr überhaupt? Als ob du nicht wüsstest, wer wir sind! Dieses Zimmer ist wunderschön! Jedenfalls größer als meins! Ich glaube dir nicht! Du lügst doch! Wie willst du das beweisen? Hm, vielleicht liegt er nicht! Das können wir herausfinden! Wie? Ja, wie! Mit einem Lügendetektor! Passt auf! Ein Lügendetektor ist ein Gerät, mit dessen Hilfe herausgefunden werden kann, ob jemand die Wahrheit sagt oder lügt. Wenn man lügt, wird man immer ein bisschen nervös. Auch wenn wir es nicht immer sehen, wissen wir, das Herz eines Lügners schlägt etwas schneller. Seine Atmung ändert sich und er schwitzt. Ein Lügendetektor spürt all diese Kleinigkeiten auf. Und so kann ein Lügendetektor helfen, die Wahrheit herauszufinden. Aber ihr habt keinen Lügendetektor! Aber wir wissen, wie ein Lügendetektor funktioniert, oder? Oder hast du Angst um Thomas? Wofür ist das? Wir messen deinen Puls. Wozu? Damit ich überprüfen kann, wie schnell dein Herz schlägt. Und Nolik? Er wird genau beobachten, wie oft du blinzelst. Und was macht ihr mit dem Ei? Das Ei ist eine alte afrikanische Methode. Wenn du nicht die Wahrheit sagst, wird deine Hand das Ei automatisch zerquetschen. Und dann wird es zerplatzen. Nun, mein Ei wird nicht platzen. Das werden wir ja sehen. Menschen haben alle möglichen Arten erfunden, um die Wahrheit herauszufinden. Im antiken China zum Beispiel. Dort legten sie trockenen Reis in den Mund eines Menschen. Wenn sie ihm das Verbrechen vorlasen, das er begangen haben sollte, überprüften sie den Reis. Blieb der Reis trocken, dann glaubten sie, dass er das Verbrechen begangen hatte. Im antiken Indien musste der Angeklagte einen Gong schlagen, während er die Fragen des Richters beantwortete. Begann er etwas lauter zu schlagen, dann glaubte man, er beginne die Wahrheit zu verdecken. Und in Europa war es so, warf ein Ritter dem anderen eine Lüge vor, veranstalteten sie ein Duell. Derjenige, der gewann, sollte die Wahrheit gesprochen haben. Nein, es ist nicht leicht, die Wahrheit zu verdecken, aber manchmal ist es sogar noch schwerer, sie zu finden. Antworte mit Ja oder Nein, kapiert? Hast du zwei Ohren? Hast du keine Augen? Ja oder Nein, reicht. Ja. Antworte, bist du ein Mädchen? Hey, komm schon. Ja oder Nein? Nein. Woher habt ihr solche dummen Fragen? Wir müssen nur überprüfen, was mit deinem Herz passiert, wenn du uns die Wahrheit sagst. Alles klar, jetzt beantworte das. Kennst du die Fixies? Ja oder Nein? Ja, äh, nein, eigentlich nicht. Sein Puls wird schneller. Ja, bist du Tom Thomas? Nein. Ah, sein Puls brucht sehr stark. Und seine Augen blinzeln. Und die Fixies, woher kennst du sie? Sprich. Von Tom Thomas. Er hat dir sicher nichts erzählt. Es ist ein Geheimnis. Hat er doch. Stimmt nicht. Es ist wahr. Nicht wahr. Ist es doch. Hey, guck, das Ei ist zerplatzt. Gib einfach auf, John Johnson. Na gut, ich bin Tom Thomas, Leute. Tidisch. Kann man wirklich Lügen erkennen, indem man einfach den Puls misst? Mit dem Puls kann man das wirklich, aber mit dem Ei wahrscheinlich nicht. Dann habt ihr mich reingelegt. Das war nicht nett. Dich reingelegt? Nein, sondern John Johnson. Ha, wisst ihr was? Ich glaube, der Lügendetektor sollte euch mal abchecken. Ha, das denke ich nicht. Du musst mir jetzt einen Wunsch erfüllen. Denn du hast ja die Wette verloren. Der Abfluss. Hey, Nolik. Komm, hilf mir. Der Lüfter im Computer muss abgestaubt werden. Geht gerade nicht. Tom Thomas und ich mal eine Karte zum Hochzeitstag seiner Eltern. Ach je, du Armer. Du arbeitest ja so schwer. Hi, Simka. Super, dass du da bist. Ich habe eine Frage. Zwölfter Hochzeitstag. Wird das mit einem W oder mit einem V geschrieben? Ähm, weißt du was? Schreib erst die Nummer 12 hin, dann den Bindestrich und dann ein Ten. Oh, klaro. Ich hole erst mal frisches Wasser. Bin gleich zurück. Oh, Mama hat ihren Ring liegen lassen. Wow. Oh, nein. Ups. Ah, nein. Oh, nein. Was habe ich bloß getan? Äh, ich habe Papa und Mamas besonderen, äh, Tag ruiniert. Oh, im Badezimmer? Der Ring meiner Mama lag da. Und er ist mir ins Waschbecken gefallen. Und jetzt ist er weggespült. Oh, der Tag ist hin. Er ist überhaupt nicht weggespült. Weißt du denn gar nichts über Geruchsverschlüsse? Über was? Der Geruchsverschluss ist ein Rohr unter dem Waschbecken. Wasser fließt aus dem Wasserhahn nach unten in den Geruchsverschluss. Anschließend fließt es hinunter in die Kanalisation. Wenn du das Wasser aber abdrehst, wird nicht alles davon weggespült. Ein Teil davon bleibt unten im Geruchsverschluss. Er wird so gebaut, damit der Geruch aus der Kanalisation nicht zurück ins Haus kommt. Ein Ring ist schwerer als Wasser. Wenn er in den Abfluss kullert, wird er nicht weggespült. Er bleibt am Grunde des Geruchsverschlusses liegen. Und das heißt, dass wir noch eine Chance haben. Ja, aber wie kriegen wir ihn bloß aus diesem Verschluss? Wer weiß. Ich weiß nicht, wie man schwimmt. Keine Sorge, es ist alles unter Kontrolle. Hast du etwas Faden? Klar, eine Menge. Hol ihn her und ich bin ruckzuck wieder da. Hm, so kann ich's nicht reparieren. Nicht ohne meinen Schweißer. Papus, leist du mir bitte kurz einmal deinen Pakomat aus? Na, das ist ja ein Zufall. Ich brauche ihn jetzt auch. Masia, dann brauche ich deinen Pakomat. Was? Ich bring ihn gleich wieder. Hey, wo gehst du hin? Pass gut auf dich auf, Liebes. Wie der Name schon andeutet, leben Fixies, um Maschinen und Geräten zu helfen. Maschinen sind jedoch groß und Fixies sind klein. Also kommen sie ohne Werkzeuge nicht aus. Vor langer Zeit arbeiteten sie mit allem, was sie finden konnten. Mit kleinen Federn, Fäden, Nadeln. Aber heute haben sie Rucksäcke, Pakomaten genannt. Ein Pakomat beinhaltet viele Werkzeuge. Betätigt man den Knopf, dreht sich der Pakomat schnell herum und produziert einen Haken, einen Magneten oder einen Fallschirm. Jede erwachsene Fixie besitzt einen Pakomat und ehe Kinder einen bekommen, müssen sie zur Schule gehen und viel lernen und eine harte Prüfung bestehen, um ein voll ausgebildeter Fixie zu werden. Und nur nach alledem erhalten junge Fixies ihren eigenen Pakomat. Und wie? Du gehst nur mit dem Ding darunter? Nicht nur so. Ja, genau so. Sie meinte eben, wenn es am Faden rückt, dann musst du mich hochziehen. Verstanden. Er sagte gerade, verstanden. Sie sagt, ich muss nicht wiederholen, was du gesagt hast. Sie sagt, ich muss nicht wiederholen, was du dich dafür hast. Simka, Nolik, danke euch. Ihr habt die Lage wirklich gerettet. Dafür sind Fixies da. Ich hab gesagt, dafür sind Fixies da. Tom Thomas, mit wem sprichst du da? Oh, deine Mutter ist wiedergekommen. Mit niemand? Hey, verwandelt euch wieder in Fixies. Ich muss euch noch was fragen. Hab's vergessen. Schreibt man, zwölfter Hochzeitstag mitnimmt. B oder mit nem V? Schreibt nur die Kahl hin. Na klar. Die DVD Kau, Wacke, nein! Bleib weg von hier! Wo ist sie denn nur hin? Ah, hier ist sie. Huhu, Tom Thomas. Was ist auf dieser CD? Hi, Nolik. Hi, Simka. Es ist ein Trickfilm über Gulliver im Lande Lilliput. Meine Freundin Jenny hat ihn mir ausgeliehen. Ich hab ihn bis morgen. Und worum geht's da? Er handelt von einem Schiffbrüchigen, der in ein Land kommt, wo klitzekleine Menschen wohnen. Fixies meinst du? Nein, nicht doch. Lilliputaner. Lilliputaner? Aha. Weißt du was, Simka? Ich glaube fast, dass ihr Fixies von diesen Lilliputanern abstammt. Niemals. Unser Opa hat uns eine vollkommen andere Geschichte erzählt. Ja. Wenn etwas besonders gut gemacht wird, dann besagt das Sprichwort, dass ein Teil der Seele drin steckt. Früher haben Handwerker Geräte gemacht, die lange hielten. Und in allem, was sie schufen, steckte ein Stück ihrer Seele. Aus diesen kleinen Stücken ihrer Seele wurden kleine Handwerker, die Fixies, die dann in den Geräten wohnten und sie tagtäglich pflegten. Tja, und so sind also die allerersten Fixies entstanden. Heutzutage wird jedoch immer weniger Handarbeit angefertigt und mehr und mehr Dinge werden von Maschinen in Fabriken hergestellt. Das bedeutet, dass immer weniger Fixies aus menschlichen Seelen entstehen. Zum Glück können Fixies sich verlieben und eigene Familien gründen, Kinder großziehen und sie gut vorbereiten, sodass sie sich zu fähigen und ehrlichen Meisterfixi-Reparateuren entwickeln. Du liegst also falsch. Wir sind keine Lilliputaner. Wir sind Fixies. Ja, Fixies. Hör mal, Tom Thomas, bitte zeig uns doch mal den Film. Ja, ja, ich will auch über Lilliputaner lernen. Wirklich, will ich. Klar, ich zeig sie euch. Oh nein, was ist bloß los? Sie ist kaputt gegangen. So kann ich sie auf keinen Fall zurückgeben. Keine Panik. Wir untersuchen sie mal. Lädt sie doch mal bitte hier hin. Hm, Tom Thomas, warum ist die CD mit Marmelade beschmiert? Ich hab sie mit meinen Fingern angefasst. Ich mein, wie sonst. Man merkt gleich, dass du nicht weißt, wie eine CD funktioniert. Und du weißt, wie es geht? Ja, weiß ich. Ja? Wenn man sich eine digitale CD mit einem kraftvollen Mikroskop ansieht, sieht man Reihen von kleinen Mulden mit verschiedenen Längen. Diese Mulden sind eigentlich ein Code für Trickfilme, Spiele oder aufgenommene Musik auf der CD. In einem CD-Spieler liest ein Laserstrahl den Code und transferiert ihn dann in Bilder und Töne. Wenn die CD jedoch Kratzer oder Dreck von schmutzigen Fingern abbekommt, kann der Laser sie nicht lesen und somit nicht abspielen. Deswegen müssen CDs immer sauber und in Hüllen aufbewahrt werden. Deswegen sollten CDs nur am Rand festgehalten werden. Und wenn sie fertig angesehen wurden, sollte man sie wieder in die Hüllen tun. Und wie steht's mit dieser hier? Müssen wir sie wegwerfen? Nicht so schnell. Nolik, die müssen wir jetzt gründlich reinigen. Schnell, die Besen! Okay, Tom Thomas, prüf die CD. Ja, genau. Jetzt hältst du sie richtig. Hurra! Es hat geklappt! Hurra! Jetzt können wir uns den Lilliputana-Film anschauen. Hey, Gulliver! Wieso sitzt du denn jetzt hier? Du hast den Film doch schon gesehen. Ich weiß, na und? Wie, na und? Schau dir den Haufen da an. Wohin gehören die CDs? Na, in ihre Hüllen. Der Wecker. Ha, er hat wieder nicht geklingelt. Nolik, komm, wir reparieren den Wecker. Simka, wecke Tom Thomas. Tom Thomas, aufstehen! Tom Thomas! Hey, du kommst zu spät zur Schule. Tom Thomas, steh auf! Es ist wirklich toll hier. Und wo ist hier wohl die Batterie? Das ist ein alter mechanischer Wecker. Deswegen läuft er nicht mit Batterien. Er wird durch ein Federwerk aufgezogen. Wie funktioniert das? Also die Feder wird einfach fest aufgezogen und windet sich dann langsam wieder zurück. Dadurch drehen sich die Zahnräder, welche dann die Uhrzeiger bewegen. Hä, 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 tschu! Äh, was? Der Wecker ist kaputt! Schnell, beeil dich! Geh nicht waschen! Tom Thomas, stehst du gerade erst auf? Papa, der Wecker hat nicht geklingelt. Er ist kaputt. Das Problem ist, dass sich die Zahnräder nicht drehen, weil die Feder dazwischen klemmen. Nolik, komm, hilf mir! Pappus, was ist hier los? Es fühlt sich wie ein Erdbeemann. Hm, er ist wirklich kaputt. Höchste Zeit, diesen alten Schrott wegzuwerfen. Tom Thomas, ich muss zur Arbeit. Komm nicht zu spät zur Schule. Werd ich nicht. Wo sind wir? Im Abfalleimer. Und was wird mit uns passieren? Tja, weißt du, Nolik. Menschen schmeißen kaputte Sachen weg, ohne großartig darüber nachzudenken. Sogar Geräte, die repariert werden könnten, landen ständig im Abfall. Der Abfall wird dann an einen furchtbaren, tödlichen Ort gebracht. Und zwar zur Müllhalde. Falls sich in einem kaputten Gerät ein Fixie aufhalten sollte, dann wird dir einer großen Gefahr ins Auge blicken müssen. Mein Onkel steckte einmal in einem alten Fernseher und wurde auf die Müllhalde geworfen. Er konnte der Plamierraupe gerade noch entkommen. Und es war ein Wunder, dass er nicht in der Verbrennungsanlage landete. Daraufhin streifte er auf der riesigen Müllhalde umher und versuchte, Dinge zu reparieren. Er wurde total verrückt. Zum Glück fand ihn die Fixie Rettungstruppe und brachte ihn wieder nach Hause. Ich möchte dich nicht erschrecken, mein Junge. Aber vielleicht landen wir auf der Müllhalde. Papus, ich hab Angst. Hä? Wo ist denn der Wecker hin? Vielleicht hat Papa ihn zur Reparatur gebracht. Aber Nolik und Papus sind da drin. Jetzt noch ein kleines Stückchen. Ich will nicht auf die Müllhalde. Keine Tränen. Es gibt nur einen Ausweg. Wir reparieren den Wecker und bringen ihn zum Klingeln. Aber wie? In dem Uhrwerk befindet sich außer der Hauptfeder noch eine zweite Feder. Diese wird durch eine Bremse reguliert und wartet. Wenn der kleine Zeiger den Zeitpunkt erreicht, an dem der Alarm ausgelöst werden soll, dann springt die Feder von der Bremse und die Zahnräder setzen sich in Bewegung. Dadurch schlägt ein kleiner Hammer schnell auf eine Glocke. Und so klingelt ein Wecker. Also blockiert diese Feder, die Zahnräder und verhindert das Bimmel durch den Hammer. Ganz genau. Ich werde das Zahnrad hin und her widmen und du ziehst sie. Und eins, und zwei, und drei. Tiddi! Simka, ich glaube, ich höre meinen Wecker klingeln. Lauf zum Geräusch! Schnell! Jemand hat den Alarm ausgeschaltet. Oh, und da ist doch wieder dieses Erdbeben. Nolik! Nolik! Ich bin hier! Nolik! Wir haben den Wecker repariert. Was war denn kaputt gegangen? Eine Feder steckte in den Zahnrädern. Und wie konnte eine Feder überhaupt in den Wecker kommen? Oh, das kam wohl, weil ich den Wecker unter mein Kissen gelegt habe, damit er mich nicht aufweckt. Ha, du meinst also, dass wir fast auf der Müllhalde gelandet wären, nur weil jemand morgens nicht gern aufsteht? Übrigens, wenn dieser jemand sich nicht beeilt, dann kommt er zu spät in die Schule. Oh, du hast recht. Der Hebel Ein neuer Rekord beim Gewicht heben! Ha, du bist so stark. Die Hantel ist so leicht, dass ich sie mit meinem Finger heben kann. Na toll, aber kannst du auch deinen Nachtschrank hochheben? Ich weiß nicht, hab's nie probiert. Dann versuch's mal. Haha, keine Chance! Dabei bist du so viel größer als dieser Nachtschrank. Aber guck ich! Ich kann diesen großen Bleistift hochheben. Und dabei bin ich so viel kleiner als dieser Bleistift. Also, wer ist jetzt stärker, du oder ich? Hm, ich bin's jedenfalls nicht. Die Fixies mögen ja sehr klein sein. In Wahrheit sind sie doch viel stärker als Menschen. Doch, es stimmt. Hehe, was, ihr glaubt mir nicht? Gut, wer ist stärker, ein Elefant oder eine Ameise? Glaubt ihr, es ist der Elefant? Na sicher, er ist ja viel größer. Wusstet ihr aber, dass nur eine Ameise 50 Ameisen ihres eigenen Gewichtes heben könnte? Und ein Elefant? Der kann nicht mal einen heben. Hierdurch zeigt sich also, dass eine Ameise viel stärker ist als ein Elefant. Das gleiche gilt für Fixies. Sie sind extrem stark für ihre Größe. Fixies können Dinge heben, die 100 Mal schwerer sind als sie selbst. Außerdem können sie 50 Mal so hoch springen wie ihre eigene Größe. Wenn Menschen so stark wie Fixies wären, dann könnten sie ganz alleine Autos hochheben. Ja, Tom Thomas. Höchste Zeit fürs Krafttraining. Aber wie? Mit Handeltraining. Oder wenn du magst, nimm meine Langhantel. Hehe, nein danke. Ich nehme die Handel meines Vaters. Die sind in seinem Büro, glaube ich. Oh, da ist eine. Und wo ist die andere? Ha, da bist du ja. Ich krieg dich da raus. Komm schon, komm schon. Ich helfe dir. Sie steckt fest. Also gut, aus dem Weg. Ich hole sie gleich raus. Boah, boah, klebt die am Boden oder was? Hey, was soll denn all der Lärm? Hallo Simka, wir kriegen die Handel da einfach nicht raus. Na klar könnt ihr das nicht. Die Couch liegt ja oben drauf. Ach, deswegen geht's nicht. Ich dachte schon, ich hätte meine Kraft verloren. Ähm, gut, das bedeutet, dass wir die Couch hochheben müssen. Nie im Leben, die ist viel zu schwer. Das schaffen wir. Tom Thomas, bring doch mal deinen Hockeyschläger her. Mhm. Mit einem Hockeyschläger kann man noch keine Couch hochheben. Das wirst du gleich sehen. Bitte. Hier ist er. Wie soll das gehen? Wir verwenden ihn als Hebel. Als Hebel? Aber klar. Ein Hebel funktioniert wie eine Wippe. Mit einem Brett, das auf einem Teil liegt, welcher ein Hebelpunkt ist. Bei einem Hebel ist jedoch eine Seite länger als die andere. Und das ist das Geheimnis seiner Stärke. Mit Hilfe eines Hebels kann man jedes Gewicht heben. Man muss nur den kurzen Arm des Hebels unter die Last stecken und den langen Arm runterdrücken. Und je länger dieser Arm ist, desto mehr Gewicht kann man heben. Und so kann ein Hebel Menschen stärker machen. Also, gibt's hier eine Hebelvorrichtung? Vielleicht diese Hantel. Ginge die als Hebelvorrichtung? Super Idee. Jetzt denkst du in die richtige Richtung. Bist du bereit? Auf geht's! Geh dich drauf, Tom Thomas! Yippie! Es funktioniert! Ich bin so stark, seht ihr? Passt mal auf, wie ich Papas Hantel stelle. Guck! Ich schaff das! Haha, ich hab's dir gleich gesagt. Du hättest dir gleich mein Hantel nehmen sollen. Aber ich hab doch eben die Couch gehoben. Das war's nicht, du. Das war der Hebel. Hast du noch nie das Sprichwort gehört, Wissen ist Macht? Doch, hab ich. Obwohl, ein bisschen mehr Körperkraft würde dir auch gut tun. Also nimm deinen Hebel, geh raus und spiel Hockey. Du weißt ja, dass Hockey-Spieler sehr stark sind. Die Fernbedienung Hey Senka, der Knopf in der Fernbedienung steckt fest. Wie kriegen wir ihn da wieder raus? Schau zu und lerne, Nolik. Hilf mir! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Soll ich jetzt loslassen? Ups! Nolik, versteck dich irgendwo! Nolik, sie hat die Fernbedienung geklaut. Nolik, wo versteckst du dich? Nolik! Hallo, Fixies! Hey, wo seid ihr? Hey Tom Thomas, du kommst gerade richtig. Kaubacke ist mit der Fernbedienung abgehauen. Na und? Ich kann ihn auch so einschalten. Und mein Lieblingstrickfilm fängt gleich an. Vergiss jetzt mal deine Trickfilme, Mann. Nolik ist weg! Ich befürchte, er hat sich in der Fernbedienung versteckt. Und Kaubacke hat sie geschnappt. Oh nein, oh nein, er steckt in Schwierigkeiten. Tom Thomas, es muss doch was geben, was du tun kannst. Kaubacke? Kaubacke? Komm her! Wo versteckt sich dieser Hund? Ich schau mal in den anderen Zimmern nach. Simka, Tom Thomas, hier bin ich, könnt ihr mich hören? Ich glaub, ich werd warten. Kaubacke ist nicht da. Wo bist du? Hey, Simka! Ich habe ein Pakomat geholt. Was kannst du damit ausrichten? Ich werde nach den Infrarotstrahlen der Fernbedienung suchen. Das ist so cool. Aber was ist das? Ich erklär's dir. In fast jeder Fernbedienung befindet sich eine spezielle Glühbirne, die lichtimitierende Diode oder auch LED genannt. Wenn ein Knopf gedrückt wird, dann versendet die LED einen unsichtbaren Strahl. Und im Fernsehgerät befindet sich ein Empfänger für solche Strahlen. Der Fernseher versteht den Befehl der Fernbedienung und führt ihn aus. Zum Beispiel das Wechseln des Kanals oder das Regulieren der Lautstärke. Wenn die Strahlen unsichtbar sind, dann, äh, wie ist es dann möglich, sie zu sehen? Im Pakomat gibt es eine spezielle Brille, die mir helfen kann. Ja, und jetzt? Ruf Nolik. Bring ihn dazu, irgendeine Taste zu betätigen. Nolik! Du musst einen der Knöpfe auf der Bedienung drücken. Ein Knopf? Aber wie soll ich das machen? Warte, Moment mal. Kaubacke, Kaubacke, du bist eine Dunstpacke. Ja, du, Miau, Miau. Oh, Mama, Miau, jetzt fügt er mich zusammen mit der Fernbedienung. Ich kann nichts erkennen. Doch, ich sehe was. Da ist er. Er ist da drüben. Kaubacke, komm her. Möchtest du ein Würstchen? Du stellst dich quer, ha? Also gut. Hurra! Du bist noch ganz. Wie habt ihr mich gefunden? Mit dem Strahl der Fernbedienung. Es ist nur schade, dass ich die Strahlen nicht sehen kann. Was meinst du? Das geht doch. Wenn man Infrarot strahlen sehen will, muss man nur durch eine Digitalkamera gucken. Versucht's mal selbst. Klickt auf die Kamera auf eurem Handy. Jetzt drückt irgendeine Taste auf der Fernbedienung und richtet sie auf die Kamera. Ihr werdet einen grellen Punkt auf dem Bildschirm der Kamera sehen. Das ist die lichtimitierende Diode. Sie strahlt ein spezielles Licht aus, das vom bloßen Auge nicht erkannt werden kann. Man könnte die Fernbedienung natürlich auch auf einen Spiegel richten. Dann kann man durch die Kamera sehen, wie die lichtimitierende Diode von selbst angeht. Das bedeutet, dass unsichtbare Strahlen vom Spiegel auf dieselbe Weise abprallen wie normales Licht. Ihr könnt den Fernseher also auch kontrollieren, indem ihr das Licht der Fernbedienung von einem Spiegel abprallen lasst. Glaubt ihr mir nicht? Dann probiert's doch mal aus. Und übrigens, wenn du nicht immer deine Spielsachen unters Bett stopfen würdest, dann hätten wir die Fernbedienung auch so gefunden. Keine Sorge. Wenn die Trickfilme vorbei sind, räum ich sie weg. Ach, schon zu Ende? Zeit zum Aufräumen! Das Kombinationsschloss Ah, er kommt! Nolik, bist du da? Komm schon raus! Ich find dich sowieso. Nolik, bist du das? Das gilt nicht! Los, nochmal! Komm schon! Du hast mich gesehen! Hab keine Lust! Ich soll Verstecken spielen, obwohl ich ein nagelneues Spiel hab? Wo ist es? Ich kann's nirgendwo im Zimmer sehen! Hab's mit in die Schule genommen. Wieso denn das? Um anzugeben! Wow, cooles Spiel! Thomas! Lässt du mich auch spielen? Ah, ah, weil ich noch nicht fertig gespielt hab. Das nächste Mal tue ich dir bestimmt keinen Gefallen. Hm, Moment. Hm, Moment. War's eine 3 oder eine 4? Könnte auch eine 5 sein. Hab's vergessen! Worum geht's? Hab die Kombination vergessen. Und jetzt kann ich nicht mal meine Hausaufgaben machen. Meine ganzen Bücher sind ja in der Tasche. Ich werde für dich jedenfalls nicht reinklettern. Schlag sie aus dem Kopf! Tom Thomas! Warum hast du schlechte Laune? Ah, der Code für das Schloss. Ich weiß ihn nicht mehr. Keine Sorge. Ha! Den knacken wir. Ich weiß alles über Sperrcodes. Ein Sperrcode wird aus rotierenden Scheiben gebaut, die nummeriert sind. In der Mitte jeder Scheibe ist ein Loch mit einer Kerbe. Wenn alle Scheiben mit den Kerben in eine gerade Reihe gedreht werden, dann kann der Sperrstift des Schlosses herausgeschoben werden. Und um die Kerben in eine Reihe zu bekommen, muss man die Scheiben auf die Nummer des Codes stellen und das Schloss öffnet sich. So einfach ist das. Ich glaube, wir müssen ins Schloss reingucken. Ah, verstehe. Nolik, wo bist du? Es gibt Arbeit für uns. Ich werde es nicht tun. Gering in München will ich einfach nicht helfen. Nolik, kannst du mir nicht helfen? Ich werde doch nicht mehr so gierig sein. Na gut, überredet. Aber wenn wir fertig sind, lässt du mich mit dem Spiel spielen. Oh ja. Puh, es ist so eng hier drinnen. Halte durch. Wir drehen die Scheiben eine nach der anderen und du rufst Stopp, wenn sie in einer Reihe sind. Stopp, dreht jetzt die nächste. Stopp. Stopp. Jetzt probier's. Ja. Hopsack. Fliech. Hurra. Und dein Code war übrigens ganz leicht. Viel zu leicht. Die Geheimnummern und Zahlen, die ihr benutzt, um etwas zu verschließen, werden Code oder Passwort genannt. Und um sicher zu gehen, dass euer Passwort wirklich gut ist, gebe ich euch einige Tipps. Wählt niemals ein Passwort, das für jemanden anders einfach zu erraten ist. Wie gleiche Nummern oder Zahlen, wie gleiche Nummern oder Zahlen oder alle in einer Reihenfolge. Es wäre auch nicht. Es wäre auch nicht ratsam, euer Geburtsdatum oder euren Namen zu wählen. Es ist besser, ein Passwort zu nehmen, welches ein bisschen komplizierter ist. Und falls ihr eins ausgesucht habt, vergesst es nicht. Schreibt es auf einen Zettel auf und bewahrt es an einem sicheren Ort auf. Aber zeigt es niemandem. Und falls ihr das Passwort aus irgendeinem Grund vergessen solltet, dann schaut ihr einfach auf euren Zettel. Und warum schließt du deinen Rucksack überhaupt ab? Um das Spiel vor den anderen zu verstecken. Und warum hast du es heute mitgenommen? Ich wollte vor der Klasse angeben. Und, hast du es gezeigt? Auf keinen Fall. Wenn sie es gesehen hätten, würden sie sagen, ich will auch mal spielen. Lass uns auch mal. Also hast du es versteckt und überhaupt niemandem gezeigt? Nein, niemandem. Warum hast du es dann mitgenommen, Trottel? Um anzugeben. Du bist so ein Angeber. So ein gieriger. Ups, äh, nicht gieriger. Lässt du uns jetzt spielen? Spielt ruhig. Wir stören dich doch nicht, oder? Könnt ihr nicht etwas sanfter springen? Der ganze Tisch wackelt. Der Kühlschrank Das war's. Hausaufgaben, alle erledigt. Dick, du bist dran. Tuck, du bist dran. Simka, ich steck fest. Hilf mir. Bleib ganz ruhig. Du steckst echt fest. Simka, ich komm doch wieder los, oder? Na klar. Aber ich befürchte, Nolik, dass das eine Weile dauern wird. Tom Thomas, hilf mir. Was ist denn los? Guck, dieses weiße Zeug hat sich Nolik geschnappt und lässt ihn nicht mehr los. Oh, das ist Kaugummi. Es war mein Kaugummi. Oh, vielen Dank, Tom Thomas. Wie ist jetzt eigentlich der Plan, mich hier abzukriegen? Ich weiß schon wie. Wir müssen's einfrieren. Ich hab mich auch mal auf Kaugummi gesetzt und Mama hat meine Hose ins Kühlfach getan. Der Kaugummi ist gefroren und fiel ab. Ich will nicht ins Kühlfach. Keine Sorge, Nolik. Ich bleibe die ganze Zeit bei dir. Halte durch. Es wird nicht lange dauern. Hm, warum soll ich durchhalten? Das Kaugummi hält mich ja schon fest. Simka, wieso ist es im Kühlfach so kalt, wenn's draußen zu warm ist? Ich erklär's dir. Ein Kühlschrank hat eine Pumpe, die eine spezielle Flüssigkeit durch eine lange Röhre presst. Ein Teil dieser Röhre befindet sich im Kühlschrank. Dort wird die Flüssigkeit in Gas verwandelt. Dafür absorbiert sie die Hitze von allen Inneren und das macht den Kühlschrank kalt. Die Pumpe saugt dann das Gas an und befördert die heiße Flüssigkeit in die Röhren am hinteren Teil des Kühlschranks. So kann all die Hitze, die im Inneren gespeichert wurde, nach draußen in die Luft entweichen. Ich wär gern dort, wo's warm ist. Halt durch. Ich hol uns ein paar warme Sachen. Ich will nicht durchhalten. Ich will mit dir gehen. Sei jetzt tapfer. Ich warte. Tom Thomas, mach jetzt auf. Marcia, haben wir irgendwo was Warmes zum Anziehen? Wieso brauchst du warme Kleidung? Ach, nur so. Also, ich möchte wissen, was hier los ist. Hurra! Tom Thomas, Sanka, mach die Tür jetzt auf! Sieht so aus, als ob ich bald erfrieren muss. Ein Fixie ist ständig von allen möglichen Gefahren umgeben. Auch in einem dunklen Kühlfach kann sich ein Fixie verlaufen und erfrieren. Wenn er nicht aufpasst, dann kann er in einer Waschmaschine oder in einem Geschirrspüler ertrinken. Ein leichtsinniger Fixie läuft stets Gefahr, einen elektrischen Schock zu bekommen. Oder angenommen, es entsteht ein Feuer durch einen Kurzschluss in irgendeinem Gerät. In solch einem Fall muss man weglaufen, wenn man überleben will. Und wie steht es um Menschen? Naja, denen sind wir Fixies ziemlich egal. Also können sie aus Versehen etwas auf einen Fixie fallen lassen oder auf ihn treten oder ihm einen Fußtritt verpassen. Wenn ihr also nicht rechtzeitig aus dem Weg geht... Ah! Was ich also sage, Fixies, ist, seid vorsichtig da draußen und passt auf euch auf. Handelt klug und bleibt in Sicherheit, Kameraden. Ich verstehe das einfach nicht. Er war genau hier. Armer Nolik. Ich frage mich, wo er ist. Guck mal hier. Fußabdrücke. Nolik, du lebst. Aha. Ja, ja. Ich war so in Sorge. Wie bist du da los rausgekommen? Du hast mir doch erklärt, wie ein Kühlschrank funktioniert. Ich bin an diesem kalten Rohr entlang gekrabbelt, bis es heiß wurde. Und dann war ich hier. Hey, da kommt ja Rauch aus dir raus. Wir müssen dich sofort abkühlen. Hä? Wo? Ah! Ich will nicht in den Kühlschrank! Halt! Ich mach doch nur Spaß! Es ist ganz hart gefroren. Daran könnte ich mir die Zähne ausbrechen. Du willst das doch nicht nochmal kauen. Nie und nimmer. Schon gar nicht nach dem Nolik drauf gesessen hat. Du hättest es nicht hin tun sollen, wo es nicht hingehört. Hey, es tut mir ja leid. Ich schmeiß es schon weg. Wie wäre es denn mit dem Mülleimer? SMS Hey! Die Luft ist rein. Oh, sieh mal hier. Ein Handy. Vielleicht hat Tomtom es ein neues bekommen. Oh, wow! Nolik, halt! Wie toll! Oh! Komm zurück! Wah! Wow! Tomtom es, hilf uns! Bitte! Wir versuchen, dein Handy zu retten! Das ist nicht meins. Oh! Kati hat es hier vergessen. Kati! 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 Sie ist weg. Schon zu spät. Oh, eine SMS ist angekommen. Du willst sie doch nicht etwa lesen? Natürlich nicht. Aber was, wenn es wichtig ist? Tomtom es, wag es nicht, ihre Briefe zu lesen. Aha, sehr interessant. Ach nee, hier sind ja Tonnen von Nachrichten. Hey, Nolik, du gehst und lenkst ihn vom Telefon ab. Kauwacke, hey, ich bin's, dein Kumpel Nolik. Kauwacke, hör jetzt auf. Hör auf, das reicht jetzt mit den Bällen. Raus jetzt mit dir. Sofort. Geschafft. So, jetzt ist es abgeschaltet. Hä? Was soll das? Eben ging das Handy doch noch. Oh, dann hast du es wohl kaputt gemacht. Wie? Hab ich nicht. Hast du wohl. Na ja, Tomtom es, jetzt musst du es wohl Kati so zurückgeben. Wie kann denn das sein? Das ist passiert, weil du die Nachrichten von anderen gelesen hast. Das war nur eine SMS. Eine SMS ist nichts anderes als ein Brief. Sie ist bloß kürzer. Leute senden SMS mit ihren Handys. Und deswegen ist es gemein, jemanden ins Handy zu schauen und dessen SMS zu lesen. Das ist wie, als wenn man Briefe von jemandem lesen würde. Und deswegen haben wir Fixies immer unsere Kopfhörer auf, wenn wir in einem Handy arbeiten, falls jemand anruft. Auf diese Weise hören wir nicht die privaten Gespräche anderer Leute. So etwas gehört sich einfach nicht. Ich verspreche es, ich werde nie mehr Nachrichten anderer lesen. Aber davon wird das Handy auch nicht wieder heil. Und jetzt? Sagen wir ihnen die Wahrheit? Keine Sorge, Tomtom es. Denn wir haben es ausgemacht. Und jetzt werden wir es anschalten. Siehst du, die Kontakte berühren sich nicht. Wir schreiben einfach eine Nachricht an die Fixies bei Kati. Die können es sicher reparieren. In jedem Zuhause leben Fixies. Und sie haben immer sehr viel Arbeit zu erledigen. Erst spinnt das Fernsehgerät, dann geht die Türklingel kaputt, die Waschmaschine gibt ihren Geist auf oder das Telefon will nicht klingeln. Und außer all dem müssen Dinge aufgeräumt und geölt werden. So wie zum Beispiel die Küchengeräte oder Kinderspielzeug und solche Sachen. Moderne Haushalte sind voll von allerlei Apparaten. Und deswegen müssen Fixies Tag ein und Tag aus arbeiten. Leider kann die viele Arbeit die Fixies oft sehr in Anspruch nehmen. Und so vergessen sie ihre Fixie-Verwandten und ihre Freunde, die in den Nachbarshäusern und Wohnungen leben. Und das gehört sich nicht. Genau wie Menschen müssen Fixies sich gegenseitig öfter besuchen gehen, sich Briefe schreiben oder sich wenigstens Grüße senden. Das wär's. Es funktioniert wieder. Ihr seid die Besten. Jetzt kann ich Kati anrufen und ihr sagen, dass ihr Handy hier ist. Thomas, rufst du an? Ja. Und wen denn? Kati? Und wo ist ihr Handy? Oh. 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 Tom-Tom ist gut gefangen. Wow. Du bist schnell. Wie ein... Wie ein Fixie. Der Ballon. Keine Chance. Du triffst daneben. Kein Problem. Das kann doch jedes Kind. Ich wette aber, du schaffst es nicht mit einem Bodenaufprall dazwischen. Pass auf. Oh, wenn meine Eltern das erfahren. Vielleicht sollten wir Simka rufen. Simka! Und was wird Simka mit uns anstellen, wenn sie das sieht? Hm. Was habt ihr denn wieder angestellt, hä? Ihr solltet mit dem Ball nicht drinnen spielen. Und jetzt müssen wir deine Lampe reparieren. Aber wie? Da kommt ja jetzt nur mein Papa oben dran. Wieso nur dein Papa? Auf dem Regal steht ein Heißluftballon. Der kann nicht fliegen. Das ist nur ein Spielzeug. Siehst du? Für dich ist es vielleicht nur ein Spielzeug. Doch für uns Fixies ist er vollkommen echt. Wenn ein Objekt leichter als Wasser ist, dann steigt es an die Oberfläche. Und genauso steigt etwas, das leichter ist als Luft, nach oben. Wusstest du, dass heiße Luft leichter ist als kalte? Das bedeutet, dass der Ballon hochsteigt, wenn man die Luft in ihm erwärmt. Heißluftballons nutzen spezielle Gasbrenner, um ihre Luft zu erhitzen, damit sie leichter werden. Und je größer der Ballon ist, desto mehr Leute kann er steigen lassen. Ich weiß, was du meinst. Aber wo finden wir einen Brenner? Glaubst du, Fixies haben keine eigenen Brenner? Ha! Klar haben wir welche. Hol ihn mal runter. Und ich bringe unsere Eltern her. Nein, nein und nein. Das Menschenkind darf uns niemals sehen. Hör mal zu, Simka. Wir sind auch nicht damit einverstanden, dass es dich und Nolik sieht. Er wird nicht gucken. Papus, bitte! Du hast immer erzählt, wie du vom Fliegen geträumt hast seit deinem Astronautentraining. Ja. Zwei Jahre war ich in Bereitschaft, war aber nie im All. Du hast auch nie einen Heißluftballon geflogen, mein Schatz. Dann sind wir uns also einig. Ich hab sie überredet. Es gibt nur eine Bedingung. Du darfst nicht gucken. Okay. Ihr könnt jetzt kommen. Alles bereit für den Brenner. Wird vorbereitet. Abflugsgenehmigung? Genehmigung bestätigt. Und schon geht's los. Hurra! Er flieh! Nicht gucken. Dreh dich um. Oh, es war es versehen. Ich werde den Schaden begutachten. Ich bleibe auf Flughöhe. Ja, sie haben das Ziel erreicht. Heißluftballons sind fantastisch. Ich frage mich, wer sie erfunden hat. Das waren die Montgolfiers. Der Heißluftballon wurde im 18. Jahrhundert von den Montgolfier-Brüdern in Frankreich erfunden. In jenen Tagen gab es keine Gasbrenner. Also wurde die Luft im Ballon erhitzt, indem Stroh verbrannt wurde. Anfangs gab es keine Passagiere im Ballon. Außer den Fixies natürlich. Ich meine, wie sonst hätte der Ballon ohne sie abheben können? Unglücklicherweise wurden die Namen der Fixies, die jenen Flug unternahmen, nicht in die Annalen der Geschichte aufgenommen. Die Passagiere des nächsten Fluges waren Tiere. Ein Bock, ein Hahn und eine Ente. Und erst als die drei nach einem vollen 4-Kilometer-Flug sicher gelandet waren, trauten sich auch Menschen im Heißluftballon zu fliehen. Seit ihrer Erfindung sind Heißluftballons auch bekannt unter einem anderen Namen, Montgolfiers. Hurra! Dibisch! Dibisch! Alles klar! Simka, sag deinen Eltern bitte, dass ich ihnen wirklich sehr dankbar bin. Okay, übrigens, du kannst dich umdrehen. Weißt du was, Simka? Lass uns den Ballon genau wie sie fliegen. Auf keinen Fall, Nolik. Dazu bräuchten wir den Brenner. Aber Kinder dürfen nicht mit Feuer spielen. Ich lass euch schweben. Ich muss ihn sowieso noch zurück aufs Regal stellen. Schwingt euch rein und auf geht's! Haha! Oh ja! Das ist wundervoll, Simka! Schau uns an! Wir fliegen genauso wie die Mangolfi-A-Brüder! Was heißt denn hier Brüder? Also gut, wie Bruder und Schwester-Mongolfi-A-I! Die Mikrowelle Okay, Kinder. Im heutigen Unterricht werden wir uns mit dem Mikrowellenofen befassen. Es ist ein besonderes Gerät, welches Menschen nutzen, um verschiedene Arten von Nahrung aufzuwärmen. Oh, toll! Könnte es passieren, dass auch wir hier aufgewärmt werden? Auch das werdet ihr natürlich lernen, wenn ihr gut aufpasst. Wow! Kapiert? Und jetzt hör gut zu! Ich höre zu! Ich höre ja zu! Natürlich gehen junge Fixies in die Schule, genau wie Menschenkinder. Allerdings bringen ihnen ihre Eltern auch wichtige Dinge bei. Fixie-Eltern nehmen ihre Kinder auf Ausflüge in verschiedene Geräte mit und bringen ihnen bei, wie man sich richtig um sie kümmert. Fixie-Väter ziehen es vor, ihren Kindern Computer, Spielsysteme oder Fernsehgeräte zu zeigen, während Fixie-Mütter hingegen mehr Wissen über verschiedene Küchengeräte vermitteln. Hin und wieder taucht ein neues Gerät im Haus auf, etwas, mit dem sich die Fixies vorher noch nie mit auseinandergesetzt haben. Um zu lernen, wie es funktioniert, tut sich die ganze Familie dann zusammen und studiert die Bedienungsanleitung, die die Menschen zwar drucken, sich aber meistens nicht die Zeit nehmen, um sie zu lesen. Nun wird es Zeit, sich das Magnetron anzuschauen, das Teil, welches Mikrowellen ausströmt. Ah, das heißt, das Essen absorbiert die Mikrowellen und so wird es warm. Richtig! Nun blickt mal vorsichtig nach links. Hurra! Freiheit! Oh, Tom Thomas! Was sagst du? Willst du Trickfilme sehen? Ich kann nicht. Ich muss Hausaufgaben machen. Dann mach's nicht schnell fertig. Immer wenn ich anfange, Hausaufgaben zu machen, werde ich aus irgendeinem Grund hungrig. Dann iss einfach schneller. Nee, je schneller ich esse, desto früher muss ich anfangen, Hausaufgaben zu machen. Hm, es ist schon kalt geworden. Es muss aufgewärmt werden. Eine Minute genügt. Dies sind nicht nur gewöhnliche Drähte, dies sind... Oh, oh! Marcia, was ist denn los? Es scheint mir eine Überladung zu sein. Die Mikrowelle könnte ausbrennen. Dann lass uns schnell hier rauslaufen. Was meinst du mit laufen? Wir müssen, wir müssen die Mikrowelle retten. Oh, Sympa und Marcia sind da drinnen. Oh, Sympa! Ich brauche deine Hilfe! Oh, was ist mit der Mikrowelle? Ist sie jetzt kaputt gegangen? Wem kümmert das schon? Die Hauptsache ist, dass Sympa und Marcia noch hell sind. Guck, da ist niemand. Natürlich nicht. Wir waren hinter der Wand. Du glaubst nicht, was da drinnen los war. Na, jetzt ist alles klar. Tom Thomas, warum hast du die Gabel in die Mikrowelle getan? Warum nicht? Meinst du, ich darf das nicht? Merke dir, tu auf gar keinen Fall Metallgegenstände in eine Mikrowelle. Durch Gabel, Löffel oder Messer kann die Mikrowelle verbrennen. Und dann kann nicht einmal ein Fixie sie reparieren. Sogar ein dünner Metallstreifen auf einem Teller kann Probleme bereiten. Man sollte auch kein verpacktes Essen oder Flaschen in einer Mikrowelle aufwärmen. Und eine letzte Sache. Lasst euch bloß nicht einfallen, Eier in ihren Schalen da drin zu kochen. Die würden einfach explodieren. Entschuldigung, das wusste ich alles nicht. Nolik, warum hast du nicht mitgedacht? Wieso hast du Tom Thomas nicht gewarnt? Hm? Na ja. Ich, ich. Weil du geschwänzt hast. Und es auch nicht weißt. Nolik, wo gehst du hin? Ich rede mit dir. Hm, wohin wohl? Ich werde alles über Mikrowellen lernen. Und ich mache jetzt meine Hausaufgaben. Aber erst willst du doch was essen, oder nicht? Nein, ich werde doch nichts essen. Erstmal gehe ich für eine halbe Stunde Computerspiel. Die Zahnbürste Wenn du fertig bist, mein geheimes Wachstumselixier, werde ich meine ganz eigene Hundearmee erschaffen und dann regiere ich die... Ah! Wow, das ist super. Besser als eine Fernsehshow. Oh ja, es ist lustig, aber es wird nicht gut enden. Tom Thomas, mach dich bettfertig. Na gut, Papa. Aber erst mein geheimes Rezept. Erstmal ein wenig von... Carboniterus. Und jetzt ein wenig Brot und Butterus. Und zuletzt... Barl von der Maus. Kaubacke. Hab keine Angst. Trink, mein Baby. Dann wirst du zehnmal so riesig. Was? Es mundet dir nicht? Ah, klar. Ich hab vergessen, umzurühren. Dieser Hyperschallmixer wird uns helfen. Tom Thomas, du solltest nicht benutzen, was dir nicht gehört. Das ist die Zahnbürste von deinem Vater. Ah! Hör bloß auf! Jetzt spinnst du aber. Hahaha! Hey, Weißenblasen! Ha, bumm! Bum, bumm! Oh oh. Du sagst es. Oh oh. Du bist zwar ein großer Junge, aber dein Hirn ist kleiner als Nolix. Oh, vielen Dank. Leck die Zahnbürste zurück an ihrem Platz. Sie soll unberührt aussehen. Nee, das macht man doch nicht. Tom Thomas, was ist los? Passt fertig, Papa. Simker, Nolik, bitte. Ich brauche eure Hilfe. Keine Panik. Erst müssen wir herausfinden, was da drin kaputt gegangen ist. Eine elektronische Zahnbürste besteht aus drei einfachen Teilen. Der Batterie, dem Motor und dem schlauen Mechanismus, der den Motor mit den Borsten verbindet. Das ganze Geheimnis der Zahnbürste liegt in diesem Mechanismus. Er nutzt die Rotation des Motors, um die Borsten schnell vor und zurück, nach links und nach rechts und von rechts nach links zu bewegen. Und so werden die Zähne geputzt. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir machen folgendes. Erst den Motor rausnehmen, anschließend die Gänge und dann den Mechanismus. Wie lange brauchen wir dafür? Ein bis zwei Stunden. Was? Nein! Jetzt pass gut auf, Tom Thomas. Du musst jetzt erstmal das Batteriefach öffnen. Und du wachst genau hier. Die sind eure Zähne. Naja, es sind nicht eure Zähne. Aber ihr wisst, was ich meine. Heutzutage benutzen wir eine Zahnbürste, um unsere Zähne zu säubern. Das war aber nicht immer so. Die alten Ägypter benutzten gekaute Zweige, um ihre Zähne damit abzuscharen. Während die alten Griechen ihre Zähne mit einem Tuch abwiegen. Und die Wikinger, naja, wer weiß, was sie gemacht haben. Und dann, vor nur ungefähr 200 Jahren, hatte ein Engländer namens William Addis eine Bessere. Er bohrte Löcher in einen Fleischknochen hinein, steckte einige Borsten rein und so entstand die Zahnbürste. Und ich als Fixie, oder besser gesagt als Meisterreparateur, sage euch folgendes. Ihr müsst eure Zähne oft putzen, vor allem nach dem Essen. Sonst werdet ihr oft zum Zahnarzt gehen müssen. Und? Stimmt das was mit dem Mechanismus nicht? Nein, nein, ist alles okay. Ist der Motor ausgebrannt? Nein. Was stimmt denn damit nicht? Du wirst es nicht glauben. Die Batterie ist alle. Das ist alles? Ich habe eine Idee. Ich tue neue rein. Dein Vater hat sie gerade eingeschaltet. Scheint alles okay zu sein. Sie funktioniert. Puh, Glück gehabt. Wunderbar. Dein Vater wird nie erfahren, welchen Schlabber du da reingemischt hast. Schlabber? Was fällt dir ein, Nulli? Wie kannst du es wagen, mein Elixier so zu nennen? Tom Tommis, irgendwie ist meine Zahnbürste voller Seife. Wie erklärst du dir das? Ei, 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 ei. Hm, erwischt, hm? Und was sagst du jetzt? Wahaha! Wahaha! Die Schrauben. Juhu, Tom Tommis, woran denkst du gerade? Hä? Ich muss einen Aufsatz schreiben. Mein bester Freund. Und ich weiß nicht, über wen ich schreiben soll. Was meinst du, über wen? Bin ich nicht dein bester Freund? Natürlich. Wie konnte ich vergessen, von dir zu schreiben? Und das kannst du vergessen. Das ist doch unser Geheimnis. Du hast doch versprochen, nichts über uns zu erzählen. Klar, ich erinnere mich. Was ist heute mit Kaubacke los? Kaubacke! Was zum Kuckuck hast du denn gegen diese Schrauben? Was ist los mit dir? Lass sie in Ruhe. Hör jetzt auf damit. Sonst geht mein Flugzeug kaputt. Ah! Lass uns schnell hier weg. Was ist hier los? Was ist hier los? Hey, verwandelt euch wieder zurück. Sonst lasse ich euch nicht gehen. Oh, bitte. Habt keine Angst. Ich werde euch beiden doch nichts tun. Ich werde euch nur eine Frage stellen. Und dann lasse ich euch frei. Nolik, tu es nicht. Mach dir keine Sorgen. Was glotzt du so? Stell deine Frage. Wahnsinn. Ihr könnt sprechen. Wer, wer, wer seid ihr denn? Fixies. Das war's. Wir haben geantwortet. Jetzt lasst uns aus. Erwartet. Aber was heißt das, ihr seid Fixies? Na, das wäre ja wohl schon Frage Nummer zwei. Du hast versprochen, uns freizulassen, oder? Tut mir leid. Ihr könnt jetzt gehen. Simka, es ist okay. Seine Augen sagen mir, dass wir ihn vertranken. Äh, na gut. Wir sagen's ihm. Und du musst schwören, dass du's niemandem erzählst. Ich schwöre es. Fixies. Wir sind die kleinen Leute, die in Maschinen und Geräten wohnen und sich um sie kümmern. Wir reparieren sie, säubern sie und ölen sie. Menschen wissen nichts von uns. Sie glauben, dass, wenn ein Gerät nicht mehr geht und dann plötzlich wieder funktioniert, es ganz von allein geschehen ist. In Wahrheit passiert nichts von allein. Es geschieht, weil wir Fixies drinnen leben. Ja, ohne uns Fixies hätten die Menschen so viel mehr Probleme mit ihren Maschinen. Fantastisch. Sagt mal, wie heißt ihr denn? Das wäre dann schon Frage Nummer drei. Mein Name ist Nolik und sie heißt Simka. Und mein Name ist Tom Thomas. Werdet ihr wiederkommen? Oh Mann. Ich war so nah dran, der einzige Junge der Welt zu sein, der mit den Fixies befreundet wäre. Und ich dachte schon, ihr würdet nie wiederkommen. Eigentlich hatten wir das auch nicht vor. Aber dann wollten wir die einzigen Fixies auf der Welt sein, die mit den einzigen Jungen befreundet sind, der ein Freund der Fixies ist. Und der niemandem von uns erzählt hat. Die Fixies tun ihr allerbestes, um sich vor Menschen zu verstecken. Sie haben Angst davor, dass, wenn Menschen Fixies entdecken würden, man sie jagen und wie Haustiere in Käfige einsperren würde. Und noch schlimmer wäre es, wenn man sie in wissenschaftliche Laboratorien bringen würde und anfangen würde, sie zu untersuchen. Und zwar unter Mikroskopen oder um wissenschaftliche Experimente an ihnen durchzuführen. Angenommen, die Menschen dächten, dass wir all ihre Arbeit für sie erledigen würden und somit entschieden hätten, dass sie sich nicht mehr um ihre Geräte kümmern müssen. Nun denn, lasst mich euch eines sagen. Falls sich Menschen dafür entscheiden sollten, ihre eigenen Geräte zu vernachlässigen, dann könnten nicht einmal die Fixies etwas tun, um die Geräte vom Kaputtgehen zu retten. Deswegen ist es sehr weise von den Fixies, sich vor den Menschen zu verstecken. Na gut, dann schreibe ich über jemand anderen. Ich hab den allerbesten Freund auf der Welt. Punkt. Wenn etwas kaputt geht, macht er es heil. Und sein Name lautet No... Sein Name lautet Nolan. Der Tacker Tom Thomas kriegt den Ball. Er dribbelt seine Gegner problemlos aus. Er hat freie Bahn. Der Torhüter sieht ihn und schreit vor Todesangst. Er schießt und... Tor, Tor, Tisch! Tom Thomas, hör auf, Ball zu spielen. Dein Schulkonzert beginnt in 30 Minuten und ich will deine Hosen nicht noch einmal bügeln. Na gut, Mama. Nur noch einmal, bitte! Nein, tut mir leid. Mama hat mir leider verboten, Ball zu spielen. Aber Mama hat nichts gegen Dribbeln gesagt. Los, du schaffst das, du schaffst das! Juhu! Los! Wow! Oh nein, Tom Thomas! Deine Hose! Das darf nicht wahr sein. Das ist meine einzige feine Hose. Ja, so kannst du jedenfalls nicht gehen. Hat deine Mutter vielleicht noch Zeit, sie für dich zu nähen? Ich habe aber Angst, das ihr zu sagen. Sie hat mir ja verboten zu spielen. Hey! Ich habe es! Hier! Denkst du, wir können die Hose vielleicht mit einem Tacker reparieren? Ja, das ist doch eine prima Idee. Ha, ich muss das wohl versuchen. Oh ja, das musst du. So etwa? Halt! Warum? Was ist? Äh, meine Nase juckt. Sonst nichts. Los, kommt! Du hast recht, Nullig. Es geht. Das ist super! Ja, der Tacker ist wirklich super toll. Wisst ihr, wie er funktioniert? Tacker nur weiter und ich erkläre es dir. Die Klammern eines Tackers sind leicht aneinandergeklebt. So kann man viele Klammern auf einmal laden, anstatt einzelne. Und die Feder drückt die Klammern nach vorne. Wenn der Arm heruntergedrückt wird, dann presst ein Metallzahn die vordere Klammer durch einen engen Schlitz und die Klammer stanzt Löcher in das Papier. Als nächstes drücken die spitzen Enden der Klammer runter auf eine Platte. Und dadurch verbiegen sich die Klammern hinter dem Papier. Und so funktioniert es. Die Blätter sind befestigt. Und könnte sagen, wir nähen, aber mit einem Tacker anstatt mit einer Nadel. Ja, und es geht sogar schneller. Hä? Was ist denn los? Sind denn keine Klammern mehr drinnen? Es sind noch viele davon da. Aber eine davon ist eingeklemmt hier. Tom Thomas, wir gehen in fünf Minuten. Okay, Mama. Und, hat das geklappt? Nein. Lass uns doch einfach Papus holen. Er ist echt stark. Und er hat ein Pakomat. Das schaffen wir alleine. Tom Thomas, such etwas, womit wir die Klammer rausdrücken können. Der Tacker ist keine ganz neue Erfindung. Es wird gemunkelt, dass der französische König Louis XV. einen goldenen Tacker mit kostbaren Juwelen besaß. Unglücklicherweise konnte dieser nur eine Klammer einzeln tragen. Moderne Tacker sind sehr viel praktischer. Und Leute haben so viele unterschiedliche erfunden. Für Papier, für Sperrholz und sogar für die Haut. Ja, Chirurgen benutzen sie oft bei Operationen. Dann gibt's den Tacker, der fürs Polstern von Möbeln verwendet wird. Und sein älterer Bruder, der Druckluftnagler, kann verwendet werden, um Wände eines Gebäudes zusammenzuhalten. Und folgende Erfindung ist beinahe genauso wichtig wie der Tacker selbst. Der Klammerer-Entferner. Mit seiner Hilfe ist's möglich, die Klammern eines Tackers herauszunehmen. Wie wär's mit nem Schraubenzieher? Das ginge. Guckt, der Schraubenzieher passt genau in den Schlitz. Ah, das ist toll. Drück die Klammer jetzt durch, aber pass auf deine Finger auf. Sonst kannst du nicht nähen. Tidisch. Noch heißt's nicht Tidisch. Deine Hose ist noch nicht fertig. Das wär's. Alles fertig. Jetzt sagen wir Tidisch. Tom Thomas, bist du fertig? Natürlich. Meine Idee mit dem Tacker war klug, oder? Die Mutter von Tom Thomas wird nichts merken. Warte nur. Warte bis zur nächsten Wäsche. Das Ersatzteil. Hä, was ist los? Eben ging es noch. Huhu, Tom Thomas? Simka, Nolik. Hey, ich hab ein Problem. Liege, keine Zeit, sind beschäftigt. Beschäftigt? Womit denn? Heute sind wir hier verantwortlich. Dürfen sogar einen Pakumat benutzen. Pappus und Marcia sind Fixie-Freunde besuchen gegangen. Pappus hat damals mit ihnen am Raumfahrzentrum gearbeitet. Seit seiner Kindheit hat er immer davon geträumt, ins All zu fliegen. Fixies werden schließlich auch auf Raketen gebraucht. Er bekam sogar Arbeit am Trainingszentrum für Astronauten. Dort war Pappus für die Zentrifuge verantwortlich. Er sorgte dafür, dass sie perfekt arbeitete. Sie ist eine Art sehr schnelles Karussell, um Astronauten zu trainieren. Auch Pappus hat in ihr trainiert. Und glücklicherweise hatte er ausgerechnet an dem Tag, als die Rakete ins All gestartet war, einen freien Tag und kam zu spät. Die Rakete flog ohne ihn ins Weltall. Und seitdem hasst Pappus einfach seine freien Tage. Aber er hat nie aufgehört davon zu träumen, etwas zu reparieren, das eine Ähnlichkeit mit der Zentrifuge hat. Wie zum Beispiel eine Waschmaschine. Doch dank eines unglücklichen Zustandes geht die Waschmaschine einfach nie kaputt. Bedeutet das, dass ihr alles repariert? Aha. Na dann ist es euer Glückstag, denn mein Auto ist kaputt. Hurra, wir haben Arbeit. Nolik, los geht's. Also, was ist hier kaputt? Sekunde. Ha, dieses Teil ist ausgebrannt. Aber das ist ja voller Ruß. Ich frage mich, wo es dasselbe Teile gibt, aber sauber. Ein sauberes? Nolik, genial. In der Spülmaschine gibt's genau dasselbe Teil. Das können wir nehmen. Komm, komm mit. Hast du eine Ahnung, wie alle diese Teile miteinander verbunden sind? Mit dem Ding da unter dir. Dieses Teil wird übrigens Leiterplatte genannt. Leiterplatten werden so hergestellt. Erst wird die Platte mit einer dünnen Metallschicht überzogen. Dann werden Pfade auf der Platte markiert, durch welche der Strom fließen soll. Danach wird all das überschüssige Metall mit einer speziellen, chemischen Lösung abgewaschen. Und die freigewordenen Metallpfade funktionieren dann wie Drähte. Diese Drähte verbinden die Teile auf der Platte miteinander. Und alles, was dann nur noch getan werden muss, ist, die Teile mit den jeweiligen Faden zu verlöten. Zieh dran! Tierisch! Tom Thomas, Tierisch! Ja, es funktioniert! Tom Thomas, ich mach die Spülmaschine an. Liegt in deinem Zimmer noch schmutziges Geschirr? Nein! Halt an! Warum denn? Halte deine Mutter auf! Wir haben doch das Teil aus der Spülmaschine ausgebaut. Mama, warte! Nicht anmachen! Ich hab noch einen... einen... schmutzigen... schmutzigen Becher. Nolik, los, mir nach! Im Fernseher gibt's dasselbe Teil. Jetzt zurück zur Spülmaschine. Gerade noch geschafft! Wir haben das Teil von dem Fernseher aus dem Wohnzimmer genommen. Nicht der Fernseher! Die Lieblingssendung von Mama fängt gleich an. Ah! 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 Der Fernseher, er funktioniert wieder. Und wo habt ihr das Teil her? Na, aus dem Computer deines Vaters. Hallo alle zusammen. Bin zu Hause. Hi Schatz, Abendessen ist gleich fertig. Ich komm gleich. Ich muss nur noch was am Computer arbeiten. Simpa! Schnell! Wo sonst gibt es so ein Teil? Halt! Ihr seid genug gerannt. Hier, baut's wieder aus dem Auto aus. Und dann stecken wir das Teil wieder rein. Und der Computer funktioniert. Oh, das war wirklich duslig. Merkt euch, meine kleinen Experten. Repariert niemals ein Gerät auf Kosten eines anderen. Jetzt hab ich's verstanden. Ich versteh's auch. Ihr hättet doch das Teil aus dem alten Radio in der Rumpelkammer nehmen können. Papus, aber du weißt doch, dass das Radio dann nicht gehen würde. Das Ding ist doch schon seit Jahren kaputt. Masja und ich haben dann schon die Hälfte der Teile ausgebaut. Die Tastatur. Fünf, vier, drei, zwei, eins, bereit zu sich. Wir kommen! Und wo versteckt er sich dieses Mal? Tom Thomas! Juhu! Tom Thomas, du hast doch wohl nicht Omas Geburtstag vergessen, oder? Nein! Ups, hab ich. Haben dich gefunden! Hey, das ist nicht fair. Meine Mutter hat mich gefunden, nicht ihr. Dann versteck dich nochmal! Nicht jetzt! Ich muss eine Geburtstagskarte malen für meine... Meine Großmutter. Also, ich brauche einen leeren Bogen Papier. Wann hat sie denn Geburtstag? Morgen. Dann kommt deine Karte ja nicht pünktlich an. Oh, was kann ich denn tun? Komm schon, denk mal nach. Nimm das Telefon und ruf die an. Deine Großmutter wird sich sicher sehr freuen, deine Stimme zu hören. Nein, wir haben eine Tradition. Wir schicken uns Geburtstagskarten. Und wozu ist das Internet da? Warum schickst du ihr nicht einfach eine Online-Karte? Simka, du bist genial! Oh, diese ist cool. Dann leg los und schreib deine Nachricht. Der Buchstabe L geht nicht. Wie kann ich denn Liebe Oma ohne L schreiben? Schreib einfach nur Oma hin, ohne das Liebe. Der Buchstabe O funktioniert auch nicht. Sieht so aus, als ob wir einen Pakumat benötigen. Einen Pakumat? Wozu denn? Na, natürlich, um die schmutzig gewordenen Tasten zu säubern. Welche Tasten? Eine Taste auf einer Computertastatur funktioniert ziemlich genauso wie eine Türklingel. Wenn wir einen Türklingelknopf betätigen, berühren sich Kontakte in dem Apparat und dadurch fließt Strom, der wiederum das Klingeln verursacht. Und wenn wir eine Taste auf einer Computertastatur drücken, fließt elektrischer Strom von der Tastatur zum Computer und der jeweilige Buchstabe erscheint auf dem Bildschirm. Falls jedoch Schmutz die Kontakte daran hindert, dass sie sich berühren, kann der Strom nicht fließen. Tom Thomas, was hast du hier klebriges reinfallen lassen? Gleich war es die Cola, die ich getrunken habe. Und die hast du dir mit der Tastatur geteilt? Was ist der Grund, warum sie nicht geht? Wo kommen denn all die Krümel her? Ah, die sind von meinem Sandwich gefallen. Ah, ah, ah! Ah! Was in aller Welt ist dieses rote Zeug hier? Das wird wohl Ketchup sein von meiner Pizza. Oh, Nolik. Es sieht wohl so aus, als ob wir auch noch Pizza aufsammeln müssen. Die Fixies sind immer bereit, um Leuten zu helfen. Bei einigen Leuten haben wir aber gar keine Lust zu helfen. Ich weiß noch, als ich mal als Fixie in einem Haus gearbeitet habe. Es war eine Katastrophe. Eines Tages kippte der Hausherr Tee über die Fernsehbedienung. Während ich loslief, um sauber zu machen, fing er an, den Fernseher mit seinen Fäusten zu behämmern, weil sich die Kanäle nicht wechseln. Jetzt war der Fernseher auch Schrott. Naja, dann entschied er sich dazu, Musik zu hören und riss die Musikanlage rücksichtslos zu Boden. Er versuchte sie dann zu reparieren und zerstörte sie unabänderlich. Anschließend setzte er sich auch noch aufs Telefon. Währenddessen versuchte ich, den verschütteten Tee auf der Fernbedienung sauber zu machen. Bei diesem Kerl bekam ich weder Schlaf noch Ruhe. Am Ende hielt ich's einfach nicht mehr aus, also machte ich mich aus dem Stau. Jetzt bin ich hier und unterrichte Kinder. Tom Thomas, warum isst du am Computer? Ja, bekommst du in der Küche nichts zu beißen. Jetzt weiß ich's. Es ist verboten. Du sagst es. Schreib jetzt die Nachricht. Und vergiss nicht die Adresse, ja? Aha. Mama, kannst du mir die E-Mail-Adresse von Oma geben? Oma hat gar keine E-Mail-Adresse. Wie jetzt? Haben wir die Tastatur umsonst repariert? Nein, nicht umsonst. Und meine Oma? Werde ich gleich mal anrufen. Ihr habt doch aber diese Tradition. Ihr schreibt ja gegenseitig Karten. Na und? Oma wird sich freuen, meine Stimme zu hören. Welch eine originelle Idee, ha? Der Ventilator. Überhol ihn links. Gib Gas. Und jetzt nach rechts. Pass auf, die Rund. Halt auf die Bremse. Warum hast du nicht gebremst? Er hatte einfach Angst. Was meinst du mit einfach Angst? Ich hatte was im Auge. Ja, ja, du Rennprofi. Ich bin dran. Komm, ich zeig dir mal, wie das richtig geht. Oh, was ist mit dem Computer los? Ah, er macht mir schon länger Schwierigkeiten. Er geht von alleine aus. Es ist nichts Schlimmes. Ich mach ihn einfach wieder an. Das gefällt mir gar nicht. Komm, Nollix, wir gehen mal rein und schauen nach. Maschinen können genau wie Menschen mal krank werden. Sie können hohes Fieber bekommen und sogar husten und niesen. Und wenn Maschinen oder Geräte ernsthaft krank werden, dann kann es manchmal zu spät sein, sie überhaupt zu reparieren. Wäre es dann nicht besser, wenn wir sie von vornherein davor schützen könnten, krank zu werden? Jedermann weiß, dass Leute, die sich um ihre Gesundheit kümmern, seltener kränkeln und länger leben. Genauso ist's bei Maschinen. Maschinen gehen viel seltener kaputt und leben länger, wenn sie ordentlich behandelt werden. Deswegen müssen Maschinen von Zeit zu Zeit geprüft, gesäubert und geölt werden. Und das wird präventive Instandhaltung genannt. Und präventive Instandhaltung sollte demnach von Menschen und Fixies immer bedacht werden. Oh, was ist das? Was ist was? Kannst du das hören? Da ist jemand drinnen. Das ist wahrscheinlich nur... Der Fixi-Fresser, er lebt. Was meinst du mit Fixi-Fresser? Wusstest du nicht, dass in einigen Geräten ganz schreckliche Monster leben? Sie greifen Fixies an und fressen sie auf. Und je kleiner die Fixies sind, desto lieber möchte das Fixi-Monster sie fressen. Und weshalb hast du mir nie irgendetwas über Fixi-Fresser erzählt? Ich wollte nicht, dass du dich fürchtest. Okay, Angsthäschen. Komm weiter. Simka? Wo bist du? 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 Oh nein, Fixi-Fresser, friss mich nicht. Oh, Simka. Komm schnell her. Das Geräusch kommt von hier. Guck doch mal. Das ist doch kein Fixi-Fresser, sondern nur der Ventilator. Nicht nur das, Nolik. Er braucht unsere Hilfe. Siehst du, wie krank er aussieht? Komm, wir reparieren ihn. Sofort. Ein Computer funktioniert nur, wenn alle seine Teile funktionieren. Und obwohl ein Ventilator nichts weiter ist als eine kleine Maschine mit einem Propeller, würde der Computer ohne ihn nicht laufen. Er hat die wichtige Aufgabe, all die anderen Teile zu kühlen, wenn sie heiß werden. Er kühlt das Innere eines Computers, in dem er Luft verströmt. Falls der Ventilator aber schmutzig wird und nicht mehr geht, dann könnte der Computer überhitzen und ausgehen. Oder einfach kaputt gehen. Du musst deinen Computer abschalten. Warum? Ich sag's dir später. Das wäre geschafft. Jetzt müssen wir ihn noch ölen. Lüff mich mal. Okay. Schon geölt. Deine Nase auf. Tom, Thomas, mach ihn an. Und dann hörte ich plötzlich das furchtbare Brüllen des Fixi-Fressers. Aber Angst hatte ich keine. Und ich bin rein in den Kampf. Und Simka? Oh, die hat sich irgendwo versteckt. Mädchen sind von Natur aus Feige. Also habe ich das Monster ganz allein bekämpft. Ah! Oh, das war wohl ein Beispiel dafür, wie feige Mädchen sich verstecken, wenn sie Angst kriegen. Ähm, ähm, ja! Die Waschmaschine. Simka, schau mal. Die zeigen den Film Titanic im Fernsehen. Mann, Nolik, das ist doch kein Fernseher. Das ist eine Maschine zum Wäsche waschen. Gibt's ja nicht. Ja, das ist eine einfache, alte Waschmaschine. Weißt du das nicht? Äh, äh, erzähl mir doch mal. Du erklärst doch immer alles so gut. In einer Waschmaschine gibt es eine Trommel. Dort geben Leute ihre schmutzige Wäsche hinein und fügen eine spezielle Seife hinzu. Waschmittel genannt. Wenn sie die Waschmaschine dann anschalten, füllt sich die Trommel mit Wasser und dann fängt der Motor an, die Trommel zu drehen. Dadurch werden die Wäschestücke aneinander gerieben, das Seifenwasser wird in sie eingespült und der Schmutz wird herausgewaschen. So wird alles sauber. Jetzt muss nur noch das Restwasser raus, in dem die Trommel wirklich sehr schnell schleudert und somit das Wasser in den Abfluss gefördert. Oh, vielen Dank, Simka. Hab mich schon immer gefragt, warum würde jemand Wäsche in einem Fernseher tun? Willst du mich veräppeln? Aha. Oh, pass auf, dir werd ich's zeigen. Komm sofort her. Sch, es ist die Mutter von Tantane. Sie hat Kopfhörer auf, wir sind sicher. Sie hat nichts außer ihrer Musik. Gleich kommt sie zurück, tut Seife rein, schaltet den Fernseher an und guckt den zweiten Teil des Filmes. Schon wieder deine Scherze? Na warte, diesmal werde ich dir aber richtig zeigen. Nolik, mach genau, was ich sage. Ich hab schon einen Plan. Was ist dein Plan? Hey, Klaufe! Wow! Wer ist hier? Hallo? Ha! Oh ja! Es gibt viele Dinge bei einer Waschmaschine, auf die geachtet werden muss. Zum Beispiel, wisst ihr, was passieren kann, wenn man weiße und rote T-Shirts zusammenwäscht? Tja, das weiße könnte rosa werden. Nein, nicht etwa, weil es sich schämt, sondern weil die Farbe des roten T-Shirts auf das weiße T-Shirt abgefärbt hat. Eine weitere wichtige Sache ist das Entleeren von Hosentaschen, bevor Wäsche gemacht wird. Dinge wie Schlüssel, Nägel und Steinchen können nämlich nicht nur eure Wäsche, sondern auch die Waschmaschine ruinieren. Und das gilt nicht nur für kleine Dinge. Es sind auch schon größere Gegenstände wie Musikspieler oder Handys in Waschmaschinen gelandet. Oh sicher, diese Dinge mögen nach einer Wäsche schön und sauber aussehen, aber funktionieren wollen sie dann beim besten Willen nicht mehr. Und steckt niemals ein Haustier in eine Waschmaschine. Das ist nun wirklich kein Ort für ein Lebewesen. Mama, 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 oh yeah. Weißt du was, Sunker? Das wäre mein erstes Mal in einer Waschmaschine. Lass uns lieber verschwinden, Nolik. Sofort. Und je schneller, desto besser. Puh. Komm schon. Lass uns einfach gehen. Und was ist mit Kaubacke? Das kann schon passieren. Lass sie ruhig durchgespült werden. Vielleicht wird sie dadurch netter. Aber sie könnte ertrinken, das arme Ding. Ich glaube nicht, dass wir das alleine schaffen. Wir brauchen die Hilfe von Tomtomas Mutter. Eins, zwei, stopp! Sie ist zur Seite gegangen. Und drei! Sieh schon! Oh, was ist das? Ach du meine Güte! Oh, mein kleiner, süßer Schatz. Wie bist du da reingekommen? Du bleibst mal schön hier und ich werde dir ein Handtuch holen. So, du kleines, wildes Biest. Scheint, als hätten wir dich gerettet. Sind wir jetzt Freunde? Nolik, ich glaube nicht, dass sie unsere Freundin sein will. Und was machen wir jetzt? Dasselbe alte Lied. Ja! Das Thermometer. Wie seltsam, dass das neue Thermometer nicht funktioniert. Tomtomas, bleib im Bett. Ich werde nach dem alten... Quecksilberthermometer suchen. Hey, bist du etwa krank? So könnte man es auch sagen. Ich weiß nicht, wie ich den Mathetest heute bestehen soll. Hast nicht gelernt und deshalb willst du nicht in die Schule. Naja, ja. Aber wenn du dich jetzt krank stellst, dann belügst du deine Mama. Nein, das stimmt nicht. Ich tue nur ein bisschen so, als ob. Ach, meinst du? Das Thermometer kannst du nicht austricksen. Simka, was ist ein Quecksilberthermometer? Quecksilber ist ein flüssiges Metall. Seine Farbe ist Silber. In modernen Thermometern ist kein Quecksilber drin. Heute sind sie elektronisch. Alte Thermometer bestehen aus einer Glasröhre mit Markierungen und ein bisschen Quecksilber darin. Wenn das Ende der Röhre sich erwärmt, dann weitet sich das Quecksilber aus und steigt in der Röhre hoch. Auf diese Weise messen die alten Thermometer die Temperatur. Je länger der Quecksilberfaden ist, desto höher ist die Temperatur der Person. Das heißt, dass ich das Ende des Thermometers aufwärmen muss. Tom Thomas, du bist ein Genie. Aber wie willst du es aufwärmen? Endlich, ich hab's schon. Wollen mal sehen. Mama, darf ich was essen? Warte mal, Liebling. Ich mach dir was. Uh, das ist so heiß. Jetzt werde ich bestimmt ein hohes Fieber bekommen. Hey, was macht ihr hier drin? Und, was steht auf der Anzeige? Also hier steht 42 drauf. Oh nein, mit so einer Temperatur bringen sie dich sofort ins Krankenhaus. Das willst du doch nicht, oder? Du solltest das Thermometer lieber schütteln. Ja, das werde ich tun. Dadurch wird sich die Temperatur senken. Also so viel dazu. Man sollte eben nicht schummeln. Tom Thomas, siehst du das? Nolik, fass das Quecksilber nicht an. Es ist giftig. Sofort aufhören. Und du, Tom Thomas, du fassst das Quecksilber auch nicht an. Es ist gefährlich. Wie können wir es dann aufwischen? Ruf deine Mutter, sie kann dir helfen. Ich kann nicht. Wie soll das gehen? Dann weiß sie, dass ich sie austricksen wollte. Vielleicht ist es besser, die Wahrheit zu sagen. Ich kann nicht. Ich kann das nicht tun. Wie du meinst, dann haben wir wohl keine andere Wahl. Nolik, ruf Papus und Masia. Ich hole sie. Und du gehst in dein Zimmer und wartest. Duschen... Und du denkst, wie du? Das Quecksilber ist jetzt weg. Nicht ganz. Dieses Quecksilber muss noch neutralisiert werden. In jedermanns Zuhause gibt's allerlei Chemikalien. Man benutzt sie zum Säubern von Geschirr, Kleidern, Bad und gegen Ungetiefer. Alle diese Substanzen können für die menschliche Gesundheit sehr schädlich sein, was einige Leute jedoch nicht zu verstehen scheinen. Sie verwenden gefährliche Sprays oder giftige Lösungen und vergessen dann, dass sie ihre Hände waschen müssen. Und dann essen sie etwas oder sie reiben sich die Augen mit ihren Händen. Das kann ernsthafte Schäden für ihr Sehvermögen oder den Magen verursachen. Und nehmt nie etwas in den Mund, das wie Medizin aussieht. Es sei denn, eure Eltern oder ein Arzt haben es euch gegeben. Und falls ihr etwas auf dem Boden findet, das wie ein Bonbon oder ähnliches aussieht, dürft ihr es nie in euren Mund stecken. Damit könnt ihr euch vergiften. Ah, Menschen. Würden sie sich doch an diese einfachen Regeln halten, dann lebten sie viel sicherer. Und was machen wir mit dem zerbrochenen Glas? Das ist kein Job für Fixies. Tom Thomas, das Quecksilber ist beseitigt. Und das Glas auch? Nein, die Glassplitter nicht. Macht ihr's? Papus sagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Er meint, dass du deine Eltern um Hilfe bitten solltest. Das liegt nun in deiner Verantwortung. Hier hast du was zu essen. Was hast du denn, hm? Mama, ich... Ich hab das Thermometer zerbrochen. Zerbrochen? Hast du dich geschnitten? Nein. Das Quecksilber... Hast du's berührt? Hab ich nicht. Simka, glaubst du, er will die Wahrheit sagen? Und wo hast du's zerbrochen? Im Badezimmer. Was wolltest du denn da? Ich wollte... Ich wollte dich austricksen. Ich hab einen Test. Und ich hab nicht gelernt. Aber ich tue's bestimmt nie wieder, hm? Und als der Rattenfänger begann auf seiner magischen Flöte zu spielen, kamen die Ratten aus ihren Löchern und folgten ihm. Und so wurden sie nie wieder im schönen Hameln gesehen. Puh! Und was dann? Hä? Ich kann nicht mehr lesen. Meine Beine sind müde. Puh! Simka, Nolik, irgendwas raschelt da drin. Wo drin? In Papas Büro, auf seinem Tisch. Es ist in dem hölzernen Behälter. Hm, vielleicht ist da ja eine Maus drin. Tom Thomas, du setzt dich hier hin, während Nolik und ich nachgucken. Und wenn da wirklich eine Maus drin ist, wie kriegen wir die dann da raus? Diese Nagetiere sind wirklich groß. Wozu hab ich dir denn das Buch vorgelesen, hm? Wir nehmen uns Flöten, beginnen zu tröten und die Mäuse gehen flöten. Und wo kriegen wir Flöten her? Einfach machen. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Ihr seid also diejenigen, die hier rummurksen. Oh, Großfix, du bist das. Ständig werde ich von meiner Arbeit abgeleckt. Erst macht jemand den Deckel auf und zu und jetzt das Tuten von euch beiden. Das Tuten war aber Simka, Sidi. Nur weil du vor Mäusen Angst hast. Wow, was ist das denn für eine Maschine? Nun, was denkst du denn? Hm, eine Kaffeemühle? Nein. Ein Fleischwolf? Hm, ist es ein Fußkratzer? Was? Eine Maschine zum Füße kratzen. He, 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 du machst immer Späße, du. Es ist eine Spieluhr und eine schöne noch dazu. Spieluhren wurden vor mehr als 20 Jahren erfunden. In ihnen befindet sich normalerweise ein Zylinder, der mit kurzen Stahlstiften, Tonzungen genannt, bestückt ist. Vor ihm ist ein Kamm mit Stahlborsten mit verschiedenen Längen. Wenn an einer Tonzunge gezupft wird, dann entsteht ein Klang. Eine kurze Tonzunge erzeugt einen höheren Klang und eine lange, einen tieferen. Wenn der Zylinder gedreht wird, reißt der Kamm die Tonzungen an und Musik ertönt. Fantastisch! Und was ist hier kaputt? Die Feder ist abgerutscht. Sie muss wieder an ihre richtige Stelle gesteckt werden. Helft ihr mir? Gut gemacht. Schon viel besser. Wieso spielt denn die Musik nicht? Erst muss die Feder mit einem Schlüssel aufgezogen werden. Tidisch! Ich weiß, wer die Feder aufziehen kann. Also, Tom Thomas, rate doch mal, was das für eine Maschine ist. Eine Kaffeemühle? Äh, äh. Einen Fleischwolf vielleicht? Haha, du bist ein Witzbold. Sag jetzt nicht, dass es ein Fußgatze ist. Dann weiß ich's nicht. Dann zieh sie mal mit dem Schlüssel hier auf und du wirst es sehen. Wollt ihr wissen, wie die hohen und die tiefen Töne entstehen? Legt mal auf die Kante eines Tisches ein einfaches Lineal. Haltet ein Ende des Lineals fest und zupft am anderen. Je kürzer ihr das Ende macht, welches vom Tisch absteht, desto höher klingt der Ton. Die Tonzungen in einer Spieluhr funktionieren genauso. Auch Glocken läuten auf diese Weise. Je kleiner die Glocke ist, desto höher ist ihr Ton. Der Klang einer Violine oder einer Gitarre hängt von der Dicke der Saiten ab. Dicke Saiten machen niedrige Töne und dünne Saiten machen höhere. Auch die Spannung der Saiten spielt eine Rolle. Nehmt mal eine Schnur oder ein Gummiband, bindet ein Ende an einem Türknauf und zieht am anderen Ende. Zupft mit eurer freien Hand den Faden. Je fester die Schnur gespannt wird, desto höher ist der Ton. Ihr könnt auch eine Melodie spielen. Ich glaube, ich habe es jetzt. Es ist ein alter Musikspieler. Du bist nah dran, aber nicht ganz. Das Ding hier nennt man eine Spieluhr. Habe ich doch gesagt. Also, was war denn drin? Nur eine kaputte Feder. Das ist nicht, was ich hören wollte. Was hat drin so geraschelt? Ich sag nur, das, Tom Thomas. Das ist ganz streng geheim. Der Magnet. Also, hier wird ein Pakomat gebraucht. Na nun, wo kommt diese Schraube her? Geheimnis. Da ist Papus auch nicht drin. Wie furchtbar. Er ist sicher für immer verschwunden. Schon fünf Tage sind vergangen. Mach dir keine Sorgen. Wir werden ihn bestimmt finden. Ja, wir finden ihn bestimmt. Lasst uns noch mal in der Küche nachsehen. Da haben wir schon nachgeschaut. Diesmal schauen wir genauer nach. Lasst uns mal da drin nachsehen. Das haben wir doch schon so oft gemacht. Simka, Nörlek, was sucht ihr denn an Dauern? Doch nicht was? Wen? Unser Papus wird vermisst. Wir suchen ihn schon seit einer Woche. Oh nein. Er hat sich wahrscheinlich schon in eine Schraube verwandelt. Er hat bestimmt keine Energie mehr. Kann ich euch helfen? Gute Idee. Heb uns doch erst mal hoch. Wir sind vom Rumrennen schon ganz erschöpft. In einer gefährlichen Situation kann sich ein Fixie in eine Schraube verwandeln. Aber manchmal geschieht es ganz von selbst. Zum Beispiel, wenn ein Fixie nicht genug Energie hat. Wenn das passiert, wird der Fixie schwach, träge und gerät in eine Winterstarre. Er wird zur Schraube. Dieses Unglück geschieht, wenn sich ein Fixie nicht auflädt. Nämlich mit Hilfe eines Gerätes. Deswegen arbeiten Fixies immer in Geräten. Dort können sie sich regelmäßig aufladen. Manchmal hat ein schwach gewordener und in eine Schraube verwandelter Fixie Glück. Wenn ein Mensch ihn findet und ihn in ein Gerät einschraubt, dann kann der Fixie aufgeladen werden und wieder zum Leben erwachen. Anschließend wird er sich abschrauben und weglaufen. Während der Mensch sich wundert, wo ist die Schraube hin? Ich weiß, dass ich sie eingeschraubt habe. Also, wo sollen wir zuerst gucken? Suchst du nach etwas Bestimmten, Tom Thomas? Ähm. Und was hast du da in deiner Hand? Ähm, nur ein paar Schrauben. Oh, ich hatte vorhin eine gefunden. Vielleicht gehört sie ja dir. Wahrscheinlich. Wo ist sie jetzt? Hier, nimm sie und lass sie nicht wieder rumliegen. Soll ich mich umdrehen, damit sich euer Papus wieder zurückverwandeln kann? Er liegt da schon seit einer Woche drin. Ihm fehlt die Energie, sich wieder zurückzuverwandeln. Was machen wir jetzt? Wir müssen ihn einschrauben in ein Gerät. Das wird ihn dann wieder aufladen. Okay. Aber welche ist Papus? Alle diese Schrauben hier könnten Papus sein. Wir nehmen einen Magneten. Wie das? Der wird ja alle Schrauben gemeinsam anziehen. Oh nein, nicht jede. Nicht jede Art von Metall wird von einem Magneten angezogen. Man kann es leicht selber ausprobieren. Man braucht nur einen Magneten. Zu Hause habt ihr wahrscheinlich einen an eurem Kühlschrank. Versucht ihn nahe an Metallobjekte, die es im Haus gibt, heranzubringen. Wie an einem Löffel oder einen Nagel oder Münzen. Ihr werdet merken, dass der Magnet einige der Metallobjekte sehr stark anzieht. Während er andere Metallstücke weniger anzieht. Und dann wird es einige Metallstücke geben, die vom Magneten gar nicht angezogen werden. Verstand. Und zweitens? Die zweite Sache ist, dass wir Fixies überhaupt nicht angezogen werden, wenn wir uns in Schrauben verwandeln. Lass es uns probieren. Hier, ich hab ihn. Und nun schrauben wir ihn rein. Sag mal, sind da noch andere Fixies drinnen? Was? Sind wir dir etwa nicht genug? Doch, na klar. Ich frag bloß. Nichts da. Oh, und die Schraube ist weg. Seht euch das an. Er hat sich bereits aufgeladen und selbst abgeschraubt. Ruhe dich doch einfach aus. Nach so einem großen Abenteuer. Nein, danke. Ich hatte genügend Ruhe. Übrigens, das ist etwas, wonach ich mich schon lange gesehnt habe. Die Taschenlampe Wo ist das Ding? Hi Tom Thomas. Was suchst du denn? Die Taschenlampe. Ah, hier ist sie. Wozu brauchst du sie? Kathi, ich will mit ihr reden. Ruf sie doch einfach an. Dieses Ding da ist eine Taschenlampe und kein Telefon. Nein, ihr versteht mich nicht. Kathi und ich haben uns einen Geheimcode ausgedacht. Nur einmal blinken bedeutet Hallo da. Oh, und Kathi hat auch Hallo zu dir gesagt. Und zweimal blinken? Was heißt das? Kathi fragt, ob alles in Ordnung ist. Jetzt werde ich ihr sagen, alles ist okay. Oh, was ist denn jetzt los? Ich glaube, sie geht nicht richtig. Sehe ich selbst, Nullik. Aber warum nicht? Eine Taschenlampe ist nichts weiter als eine Batterie und eine Glühbirne, die durch Drähte miteinander verbunden sind, um eine Umschaltung zwischen ihnen zu erstellen. Will man eine Taschenlampe einschalten, drückt man den Knopf. Dadurch wird der Strom durch die Kabel von der Batterie zur Glühbirne geleitet und sie scheint. Und wenn sie nicht angeht, bedeutet das, dass entweder die Batterie leer, die Birne ausgebrannt oder der Schalter kaputt ist. Und jetzt setzen wir die Theorie in die Praxis um. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Versteht ihr das nicht? Wenn ich ihr kein Zeichen gebe, denkt sie, ich will nicht mit ihr reden und das wäre einfach schlimm. Jetzt flipp mal nicht gleich aus. Wir helfen dir. Aber erst brauchen wir den Mako, äh, ähm, Bakumat. Sind gleich zurück. Bis gleich. Hör mal, Marcia. Was für ein Geräusch. Aha. Das ist neu. Äh, das war also das Geräusch. Papus, können wir dein Bakumat haben? Es geht um eine Taschenlampe. Wirklich? Eine Taschenlampe? Kennst du die Geschichte, als Großfix viele Kilometer auf einem Hund reiten musste? Es ist wahr. Seine Mission war das Reparieren einer riesigen Taschenlampe. Was war das für eine? Eine besondere Art, die Leuchtturm heißt. Ein Leuchtturm ist ein hohes Gebäude mit einem riesigen Blinklicht oben drauf, das benutzt wird, um Schiffen und Flugzeugen zu helfen. Menschen haben Leuchttürme seit der Antike verwendet. Der berühmteste von allen ist der Leuchtturm von Alexandria. Er wurde vor mehr als 2000 Jahren in Ägypten erbaut und war höher als 100 Meter. Die alten Griechen bezeichneten diesen Leuchtturm als eines der sieben Weltwunder. In antiken Zeiten machten Leute auf Leuchttürmen große Feuer. Heutzutage kommt das Licht aus starken elektrischen Blühbirnen. Viele der heutigen Leuchttürme strahlen nicht nur Licht, sondern auch Radiosignale aus. Ja, dank der Leuchttürme sehen Schiffe und Flugzeuge schon von weitem, wo sie hinsegeln oder hinfliegen müssen und kommen so unversehrt an. Und dank dieser heroischen Tat von eurem Großfix funktionierte der große Leuchtturm. Seitdem ist kein einziges Schiff mehr abgedriftet. Simka, was wenn wir nicht nur die Taschenlampe reparieren, sondern auch heldenhaft sind? So wie Großfix? Aha. Na gut, was hältst du davon? Wir springen auf diesen irren Hund und reiten los. Jum, 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 jum. Oh, 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 oh. Hör auf damit. Hier, nimm meine Hand. Oh, oh. Ah! 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 Oh! 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 Yeehaa! Oh! 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 Ah! 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 Uh! 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 Ah! Kauwacken! Lass das sein! Raus jetzt! Sofort! Tidisch! Das war vielleicht eine hellen Tat. Jetzt wird es wirklich Zeit, den Leuchtturm zu reparieren. Tom Thomas, hol den Leuchtturm! Was denn für ein Leuchtturm? Na, deine Taschenlampe. Ah! Die brauche ich jetzt nicht mehr. Du brauchst sie nicht mehr? Wie willst du denn an Cathy sagen, was sie wissen muss? Ich habe es ihr schon gesagt. Guckt mal! So war es nicht abgemacht! Genau! Soll das heißen, wir haben die Heldentat umsonst gemacht? Gut, wenn ihr eine Heldentat braucht, dann klar. Macht sie halt! Hurra! Der Kompass Ei, ei, Kameraden an Deck! Ei, ei, Kameraden! Beim Klabautermann! Simka, Nolik, was macht ihr denn hier? Wir sind nicht Simka und Nolik. Wir sind furchteinflößende Piraten. Ja! Piraten! Und heute hissen wir die Segel. Bist du dabei? Ja, bin an Bord. Hurra! Du meinst, nein, kein Hurra? Ach, ja! Erst musst du nen Test bestehen. Geh und finde etwas Besonderes. Etwas, das ein Matrose nie vergessen darf. Niemals! Kann ich machen. Aber wie? Mit einer Karte. Und die ist da! Ich habe noch niemals so ne Mini-Karte gesehen. Was soll das heißen, Mini? An der haben wir ne halbe Stunde gesessen. Von da, wo du gerade stehst. Aha! Von hier meint ihr? Er hat richtig geraten! Gehe erst in Richtung Norden, bist du dann schließlich... Wartet mal! Aber wo ist denn Norden? Natürlich an den Ort, wo es den Nordpol Eis- und Polarbeeren gibt. Aber wie weiß ich denn, in welche Richtung ich gehen muss? Mit einem Kompass natürlich. Ein Kompass ist ein besonderes Gerät, mit dessen Hilfe Matrosen und Piloten wissen, in welche Richtung sie steuern. Egal ob in der Luft oder auf See. Unser Planet ist wie ein großer Magnet, der zwei Pole hat. Den Nordpol und den Südpol. Diese magnetischen Pole helfen der Nadel im Kompass ihren Weg zu finden. Die Nadel ist magnetisiert. Deshalb zieht es eines ihrer Enden zum magnetischen Nordpol. Während das andere Nadelende immer in Richtung Südpol zeigt. Das weiß ich. Hier gibt es aber keinen Kompass. Dann basteln wir ein. Und zwar selbst. Woraus denn? Wir nehmen eine Nadel. Sie muss nur magnetisiert werden. Und wie soll sie sich dann drehen? In einer Untertasse mit Wasser. Eine Untertasse mit Wasser. Das war für die Abstand. Dass die Abstand wird natürlich nicht mehr so schnell und gewinnen. Was für die Abstand. Ich bin gleich gesagt. Führt mir keine Abstand. Ich bin sehr glücklich. Und bin sehr glücklich. Auf keinen Fall. Na bitte, es klappt doch. Jetzt zeigt ein Ende in Richtung Norden und das andere Richtung Süden. Welches zeigt denn wohin? Obwohl, hier ist das Fenster. Das kann es also nicht sein. Dann ist hier Norden. Gefällt mir wirklich gut unser kleiner Sprotte hier. Du nennst mich kleiner Sprotte? Na, das ist bloß Piratensprache. Also gut dann. Auf nach Norden. Geh erst nach Norden, bis du es siehst. Ein schlafendes Monster. Kameraden, ahoy! Ein Monster am Horizont. Wer soll das alleine schaffen? Geh jetzt nach links und laufe 300 Schritte weiter. 300? 300. Ich habe sie selbst gezählt. Aha. Okay. Das heißt, ich gehe... Eins, zwei, drei. Jetzt geradeaus, bis du direkt zum riesigen Baum kommst. Das nennt ihr einen Baum? Wow, fantastisch! Ich glaub's nicht. Es ist ein echter Schiffskompass. Manche nennen ihn auch Marinekompass. Der erste Kompass wurde vor mehr als 1000 Jahren im alten China erfunden. Mit seiner Hilfe konnten die Chinesen die Wüste durchqueren. Und etwa 200 Jahre später tauchte der Kompass in Europa auf. Ob die Europäer selbst auf die Idee für den Kompass kamen oder sie sie von den Chinesen übernommen haben, ist nicht klar. Eins ist dir doch sicher. Wir Fixies erinnern uns daran, wie die frühen Kompasse gebaut wurden. Die ersten Kompasse waren magnetisierte Nadeln, die sich auf einem Schwebekörper in einer Wasserschüssel befanden. Später wurde die Nadel auf die Spitze eines Stiftes gesetzt, wodurch sie sich frei bewegen konnte. Dies ähnelte schon den heutigen Kompassen. Weil die Nadel eines Kompasses immer nach Norden zeigt, kann ein Seefahrer leicht herausfinden, in welche Richtung er sein Schiff wenden muss. Will er nach Norden segeln, dann folgt er der Nadel gen Norden. Will er nach Süden, dann steuert er in die entgegengesetzte Richtung. Dein Vater hat ihn gestern spät am Abend mit nach Hause gebracht. Du hast geschlafen. Wartet mal. Ich bin gleich wieder da. Was gibt's? Ja, sie liegen auf einer Linie. Natürlich tun sie das. Wie sonst wärst du wohl hierher gekommen? Wir sind fertig mit der Nadel. Ich bring sie zurück. Ja, genau. Schön, sicher fürs Packen. Aber stich dich nicht. Der Roboter. Hab ich euch schon gesagt, was ich mir unbedingt zum Geburtstag wünsche? Ja, mein Herz. Ungefähr schon tausendmal. Den Roboter soll R300. Wäre so toll. Mit Megavision. Ich will ihn. Ich will ihn unbedingt. Oh, bitte. Nun, morgen wirst du's wissen. Aber jetzt wird geschlafen, Thomas. Wow, so ein super Geschenk. Und wir haben Tom Thomas gar nichts zum Geburtstag besorgt. Wir sind echt miese Freunde. Also, wie funktioniert der? Ah, probieren wir ihn mal aus. Mal sehen. Zuerst lerne mal laufen. Aber wie kann er denn wissen, wohin der Roboter geht? Ich erklär's dir. Ein Auge des Roboters ist eine Kamera. Der Roboter sendet das Bild zum Schirm der Fernbedienung. So sieht man, wohin der Roboter geht. Ja, und das ist nur eine seiner vielen Fähigkeiten. Roboter sind kluge Maschinen, die schwere und gefährliche Arbeiten für Menschen machen können. Mit ihren starken Metallarmen können sie schwere Objekte bewegen oder Autoteile und andere Maschinen zusammensetzen. Roboter werden von Wissenschaftlern oft ins All oder zum Meeresboden geschickt. Es gibt auch Roboter, die verstehen können, was Menschen sagen. Und solche, die sprechen und Witze machen können. Genau wie Menschen. Ich hab es. Nun drehen wir dich mal herum. Ah. Was ist los? Äh, schau mal. Weißt du? Er hat ihn zerstört. Nolik, stopp. Du hast mit ihm gespielt, oder? Glaubst du, Tom wird's merken? Äh, du hast Zeit bis morgen früh. Ich geh ins Bett. Ich repariere ihn. Und wenn es die ganze Nacht dauert. Äh, Simka, lass uns doch vielleicht... Nein, hier brauchen wir Hilfe. Wenn ein Fernseherschlag macht, dein Handy ist kaputt. Der Landtopp in die Stadt, der Wasserkocher futsch. Dann frag mich, wo wir bleiben. Es weiß doch jedes Kind, dass all diese Probleme von innen durchbar sind. Sie nur finden. Tisch! Wir sind schon drin. Tisch! Analysiert. Tisch! Und repariert. In jedem Mechanismus steht Arbeit für uns drin. Weil all diese Geräte ganz unbeständig sind. Bei Nacht und auch bei Tagern. Wir kommen nie zu spät. Wir sind das Notfallhilfe-Team. Wir sind schon unterwegs. 1, 2, 3. Wir sind dabei. Wenn Arbeit winkt, dann sind wir flink. 1, 2, 3. Wir sind dabei. Wenn Arbeit winkt, dann sind wir flink. Die Kraft liegt in der Arbeit. Und Arbeit macht uns Spaß. Denn ohne all die Arbeit wären wir schon nicht mehr da. Und tief in den Geräten, wo es ganz dunkel ist, könnt ihr uns dunkel sehen. Wie einen bunten Blitz. Sie nur können. Tisch! Wir sind schon drin. Tisch! Analysiert. Tisch! Und repariert. 1, 2, 3. Tisch! Wir sind dabei. Tisch! Wenn Arbeit winkt, dann sind wir flink. 1, 2, 3. Wir sind dabei. Wenn Arbeit winkt, dann sind wir flink. 1, 2, 3. Wir sind dabei. Tisch! Wenn Arbeit winkt, dann sind wir flink. Wow, er ist es wirklich. Schnell, verstecken wir uns. Ein Roboter soll ein R300. Ich glaub's einfach nicht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Tom Thomas. Tut mir leid, Tom Thomas. Gestern Nacht, weißt du, ich habe erst kaputt. Papa, er funktioniert perfekt. Guck mal. Ich bin so stolz auf dich. Du hast es geschafft. Als ich gestern eingeschlafen bin, da funktionierte er nicht. Ah, er hat sich also von selbst repariert. Du bist voll. Mama, Papa, vielen Dank. Er ist so toll. Und wie wär's mit Danke für uns? Wusste ich's doch, dass ihr den Roboter repariert habt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Kupi. Die Solarbatterie. Mal sehen. 3 mal 6, 100 und 48. Das schafft er nicht alleine. Nein. Ich wette, er schafft's. Tom Thomas ist so klug. Ja, klug, aber faul. Ich wette um ne Kopfnuss. Dann mach dich bereit. Hä? Psst. Wir haben versprochen, ihn nicht bei seinen Hausaufgaben zu stören. Ich wünschte, ich müsste das nicht alles im Kopf ausrechnen. Warum muss ich alles aufschreiben? Ich hab doch nen Taschenrechner. Ha, hab ich's doch gewusst. Ohne Taschenrechner kriegt er das nicht hin. Ich glaub, die Batterien sind alle... Hast du das gesehen? Der Taschenrechner will nicht angehen, also muss er es selbst rausfinden. Was ist das Problem? Komm schon. Wo sind hier die Batterien? Simka, Nolik, ihr könnt jetzt rauskommen. Ich weiß, dass ihr hier seid. Hi, Tom Thomas. Weißt du etwa nicht, wo die Batterien hingehören? Was ist denn daran so cool? Komisch. Na, weil es in diesen Dingen doch keine Batterien gibt. Was soll das heißen? Wie kriegt denn der Taschenrechner sein, äh, ich mein... Woher er seinen Strom kriegt? Aha. Da drinnen ist ne Solarbatterie. Die Sonne macht ihn an? Vor langer Zeit haben Wissenschaftler herausgefunden, dass einige Materialien Elektrizität erzeugen, wenn Licht auf sie trifft. Platten, die aus solchen Materialien gemacht werden, nennt man fotoelektrische Zellen. Wenn man einige dieser Fotozellen miteinander verbindet, kann man eine Solarbatterie bauen. Eine Solarbatterie in einem Taschenrechner befindet sich hinter einem kleinen Fensterchen. Und wenn Licht auf die Solarbatterie trifft, erzeugt sie den Strom, der den Taschenrechner antreibt. Ich sehe hier nirgendwo ein kleines Fenster drauf. Weil du es aus irgendeinem Grund mit einem Aufkleber zugeklebt hast. Der Grund ist, weil es cool ist. Na super. Sieht vielleicht cool aus, aber jetzt geht er nicht. Ähm, tschüss Aufkleber. Aufkleber. Ich krieg ihn nicht ab. Dann lass ihn drauf. Du kannst die Aufgaben auch ohne Taschenrechner lösen. Und dann geb ich dir eine Kopfnuss. Von wegen Kopfnuss. Hast du's vergessen? Wir sind Fixies und wir müssen alles reparieren. Ah, Simka, du bist eine Schummlerin. Das hat nichts mit Schummeln zu tun. Such lieber was, womit wir den Aufkleber abkriegen. Okay, wie wär's damit? Äh, 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 Auf diese Weise dauert das ja ewig. Ja. Ich hab eine Idee. Wir nehmen diese Büroklammer. Und wie jetzt? Wir kleben das Ende einfach an die Klammer und rollen es dann ein. Finis! Mit Hilfe von sogenannten Solarbatterien können wir Strom erzeugen, ohne Öl oder Kohle verbrennen zu müssen. Unglücklicherweise sind diese Batterien nicht besonders leistungsstark. Ein Taschenrechner kann aus einer kleinen Batterie genügend Energie bekommen. Um jedoch eine ganze Stadt mit Solarenergie zu versorgen, werden Kraftwerke benötigt, die durch riesige Felder von Solarbatterien angetrieben werden müssen. Es ist am besten, diese Kraftwerke dorthin zu bauen, wo die Sonne hell und lange scheint, nämlich in der Wüste. Äh, übrigens, im Weltall scheint die Sonne sehr hell und wird auch nie von Wolken blockieren. Deswegen beziehen alle Raumfahrzeuge und Satelliten ihre Energie aus Solarbatterien inklusive der Internationalen Weltraumstation, an der Astronauten aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten. Tom Thomas! Was? Seid ihr schon fertig? Aha. Jetzt kannst du deine Aufgaben mit dem Rechner lösen. Aber ich hab sie schon im Heft gelöst, bevor ihr den Aufkleber abgemacht habt. Hurra! Ich bin der Sieger! Au! Oh, das ist total unfair. Ohne den Aufkleber hättest du verloren. Was ist denn los? Ach, nichts, vergiss es. Nichts sagst du? Gut gemacht, Tom Thomas. Alles ist richtig. Jetzt funktioniert's. Guckt, ein Bild von unserem Nolik. Wo denn? Wo denn? Genau hier, auf dem Taschenrechner. Oh, ich hab's. Null heißt Nolik. Der ist gut. Das Handy. Hm. Hey Nolik. Komm raus zum Spielen. Er darf nicht raus. Hat Hausarrest. Kannst du mir sagen, wofür? Ich hab nen Pakomat genommen und vergessen zu fragen. Wie lange musst du da sitzen? Bis Marcia und Papus nach Hause kommen von ihrer Geschwätsreise. Was sagt er da? Geschäft. Geschäftsreise. Sie sind genau in diesem Augenblick im Handy deines Vaters. Sie waren mit Reparaturen beschäftigt, als er aus dem Haus ging. Wisst ihr eigentlich, weshalb Handys auch Mobiltelefone genannt werden? Handys sind durch die Hilfe von speziellen Funkstationen, die auf Turm- und Gebäudedächern gebaut werden, mit anderen Handys verbunden. Jede dieser Stationen sendet Signale an ihren eigenen Bereich. Dieser Bereich wird Zelle genannt. Ein Mobiltelefon funktioniert überall dort, wo eine nahegelegene Station ist, mit der es sich verbinden kann. Ihr könnt also so viel sprechen, wie ihr wollt, vorausgesetzt, dass sich eine Station im Umkreis befindet. Ihr könnt sogar von einer Zelle zur nächsten gehen. Und ohne, dass ihr es merkt, schaltet euer Handy von einer Station zur nächsten um. Das Gespräch kann also fortgesetzt werden, sogar wenn ihr einem Bus nachlauft oder in ihm sitzt. Tom Thomas, hallo. Na also, mein Papa ist wieder zurück. Hi Papa, wie geht's dir? Es ist kaum zu fassen. Es sieht aus, als hätte ich mein Handy verloren. Was meinst du, du hast es verloren? Wo? Ich hab keine Ahnung. Ja, wie jetzt? Soll ich hier dran jetzt für immer sitzen? Du? Unsere Eltern sind weg! Das Wackeln hat jetzt aufgehört. Wir sind wahrscheinlich schon zu Hause. Wo sind wir denn? Wie kommen wir je nach Hause zu den Kindern? Wo ist meine Mafia? Nicht weinen. Es wird alles gut. Keine Sorge. Ich hab ein Handy. Wir rufen sie an. Sie können eh nicht drangehen. Und wenn sie uns doch antworten? Ruf mal an, Tom Thomas. Ich... Fink nicht mal dran. Wir dürfen nicht mit Menschen sprechen. Wir werden ja nichts sagen. Wir werden bloß zuhören. Wir müssen die Kontakte verbinden. Es bringt nichts. Oh, sie sind rangegangen. Lass mich mal ran. Papus, Mafia, ich bin's, Simka. Simka? Ja, Mafia, wo seid ihr? Wir sind im Handy. Ums Telefon geht's überhaupt nicht. Oh, irgendwie riecht's hier stark nach Benzin. Frag deinen Vater, ob er irgendwo in der Nähe von Benzin war. Papa! Papa, warst du heute irgendwo, wo es vielleicht nach Benzin riecht? Benzin? Äh, ich war heute bei einer Tankstelle. Das ist der Ort, wo dein Handy verschwunden ist. Bist du sicher? Ja. Naja, ähm, es ist... Intuition. Intuition. Intuition? Hm? Weißt du was? Ich schau besser mal nach. Tidisch! Kommt und hört unseren Fixi-Klingelton! ARD Text im Auftrag von Funk Es ist einfach unglaublich. Siehst du, ich hab's gefunden. Sohnemann, du bist ein wirklicher Hellseher. Ich hab's nicht gemerkt, als es mir an der Tankstelle aus der Tasche fiel. Meine Kinder! Meine Masia! Papus! Ach, meine Süßen! Ach ja, mal ganz nebenbei. Wüsstest du, wo die schöne Armbanduhr sein könnte, die ich verloren habe? Nein. Keine Sorge, ich habe Zeit. Nutze einfach deine Intuition, mein Sohn. Der Mixer Masia, warum müssen wir wieder zum Geschirrspüler hingehen? Es liegt ein anstrengender Tag vor uns, Kinder. Und wir alle müssen Energie tanken. Ich mag es nicht, mich im Geschirrspüler aufzuladen. Wäre dir die Mikrowelle lieber? Oder der Wasserkocher? Nein, danke. Ich mag allgemein nicht mit Küchengeräten aufgeladen zu werden. Die interessieren mich einfach nicht. Und wo ist es denn interessant, hä? In dem Computer! Masia, darf ich mich bitte im Computer aufladen? Die Energie dort ist so süß. Unsere Ernährung muss ausgewogen sein, Nolik. Nicht nur sehr lecker. Leute essen ja nicht nur Süßes, stimmt's? Menschen erhalten Energie vom Essen, während Fixies ihre Energie aus Geräten beziehen. Menschen essen alle Arten von Nahrung, genauso wie Fixies. Sie benötigen die Energie, die aus verschiedenen Geräten kommt. Durch das Aufladen in einem Auto wird ein Fixie schneller. Durch einen Computer klüger. Und durch eine Uhr genauer. Um gute Energien zu tanken, sollten sich Fixies nicht nur an einem Platz aufladen, wie im Fernseher. Gesünder ist es, sich von einem Gerät zum anderen zu bewegen. Guten Morgen, Tom Thomas. Was ist denn los? Zum Frühstück gab's Müsli mit Milch. Mama sagt immer, Milch ist so gesund. Aber ich find sie einfach ätzend. Aha, Nolik, da bist du. Geh dich aufladen. Zack, zack. Ich geh nicht. Hier ist Tom Thomas. Er will auch kein Frühstück haben. Warum denn nicht? Er findet die Milch ätzend. Ätzend, hä? Er weiß einfach nur nicht, wie man sie richtig trinkt. Schaut mal, was wir hier haben. Was? Was? Nenn Mixer. Ein Mixer ist ein Küchengerät, welches man verwendet, um verschiedene Zutaten zu mischen. Mit einem Mixer können wir Dinge wie Glasuren, Soßen oder ein Omelette machen. Das Leckerste aber, was man mit einem Mixer machen kann, ist ein Milchshake. Es ist ganz leicht. Gebt Früchte, Sirup, Saft, Eiscreme oder alles, was ihr wollt, in einen Behälter und gebt Milch dazu. Nehmt nun den Mixer und rührt alles zusammen, bis es cremig und lecker wird. Das wär's. Somit habt ihr einen Milchshake. Also, was hätten wir denn alles für einen Milchshake? Wir haben Himbeermarmelade. Geht das? Das würde gehen. Und Erdmeermarmelade? Das wäre auch toll. Hier ist der Banane. Ich hab auch Schokolade. Guck. Und ich habe hier Erdbeereiscreme. Schmeißt den Mixer an. Stehst du am Morgen früh auf, oh ja. Stehst du am Morgen früh auf. Gib dir dein Frühstück viel Kraft, oh ja. Dann bist du richtig gut drauf. Gib dir dein Frühstück viel Kraft, oh ja. Dann bist du richtig gut drauf. Aber da fehlt doch noch was, oh ja. Aber da fehlt doch noch was. Du brauchst ein Klein, bin ich mich, oh ja. Ohne mich fehlt dir doch was. Du brauchst ein Klein, bin ich mich, oh ja. Ohne mich fehlt dir doch was. Du brauchst ein Klein, bin ich mich, oh ja. Du brauchst ein Klein, bin ich mich. Du brauchst ein Klein, bin ich mich, oh ja. Du brauchst ein Klein, bin ich mich. Du brauchst ein Klein, bin ich mich, oh ja. Du brauchst ein Klein, bin ich mich. Wow, der Mixer ist cool, oder? Können wir noch einen Shake machen? Nur einen, die waren lecker. Klar, wenn du willst. Oh, wo ist die Milch hin? Ich glaub's nicht, du hast sie ausgetrunken. Und ich kenne jemanden, der gesagt hat, Milch ist ätzend. Ich wusste nur nicht, wie man sie trinkt. Simka, was in aller Welt hast du dir da gedacht? Und was ist mit Nolik? Psst, komm mal, ich zeig's dir. Nolik, hier bist du. Warst du nicht der, der gesagt hat, das Aufladen in der Küche sei langweilig? Der Mixer ist aufregend. Er spendet Energie, die lecker schmeckt und nahrhaft ist. Das Mikrofon. Und was hältst du davon, wenn wir ins Kino gehen? Ki? No! Hey, du hast nicht alles getippt. Da war mehr, hör besser zu. Und du solltest weniger Worte benutzen. Nolik, hey. Worüber streitet ihr euch gerade? Äh, naja, ich hab ne Mail an Johnny geschrieben. Das war ich, nicht du. Äh, ich hab meinen Finger verletzt. Und Nolik hat mir seine Hilfe angeboten. Ich wusste ja nicht, dass du so viel plapperst. Oh. Jetzt versteh ich. Tom Thomas. Wusstest du nicht, dass du Johnny direkt vom Computer aus anrufen kannst? Echt? Siehst du das Bild mit dem Telefon? Klick nur drauf. Hi. Welchen Film willst du gucken gehen? Hallo Johnny. Ist mir egal. Aber nicht Piraten. Oder die Roboter. Hey. Tom Thomas. Warum antwortest du nicht? Ich antworte doch. Hallo. Hallo. Sprich in das Mikrofon. Äh, ich hab aber kein Mikrofon. Hier, bitteschön. Ende der Diskussion. Alles klar. Sprich direkt da hinein. Simka, komm schon. Kopfhörer benutzt man zum Hören. Das war ein Scherz. Das ist kein Scherz. Wir sprechen in Mikrofone und hören durch Kopfhörer. Aber beide Apparate benutzen eine spezielle Membran, um ihren Job auszuführen. Die Membran innerhalb eines Mikrofons fängt Klänge ein, die wiederum als elektrische Signale durch Drähte versendet werden. Und im Kopfhörer ist die Membran dafür zuständig, die elektrischen Signale wieder in Klänge umzuwandeln. Und so kommt es, dass Mikrofone und Kopfhörer auf eine sehr ähnliche Weise gebaut sind, obwohl sie ziemlich unterschiedlich verwendet werden. Ähm, also soll ich da direkt reinsprechen? Johnny, hallo da. Jetzt warte doch mal. Erst müssen wir deine Kopfhörer mal in das Loch stecken, wo das Mikrofon reinkommt. Ah, ich kapier's. Na los, jetzt ist es ein Mikrofon. Johnny, ich bin hier. Hörst du mich? Ja, er hört dich. Du kannst aber nichts hören. Nolik, steck jetzt um in das Kopfhörerloch. Roboter hab ich schon gesehen. Ja, ich auch. Nolik! Ich glaub, es gibt niemanden, der ihn nicht gesehen hat. Du hast den noch nicht gesehen? Dann lass uns den gucken. Nein, das will ich nicht. Ich finde, dass die Roboter sogar langweiliger ist als die Piraten. Du willst die Piraten sehen? Entscheide dich mal. Willst du jetzt die Piraten gucken oder die Roboter? Ich will keinen von beiden sehen. Nolik, was machst du denn da? Was ich da mache? Naja, weil du und Johnny euch nicht gegenseitig zuhört. Ich hab ne coole Idee. Ihr müsst wie Agenten mit Walkie-Talkies sprechen. Wenn sie fertig sind und bereit für eine Antwort, sagen sie Ende. Super Idee. Wenn wir mit Hilfe des Telefons mit jemandem sprechen, dann gibt es zwei Kanäle für den Ton. Durch den einen sprechen wir und durch den anderen hören wir die andere Person reden. Manchmal müssen Leute aber miteinander sprechen und nur einen Kanal benutzen. Segler und Taxifahrer zum Beispiel nutzen einkanalige Radiogeräte. Wenn ein Radio an ist, kann man die andere Person sprechen hören. Aber sie wird euch nicht hören, außer ihr betätigt eine spezielle Taste. Dann werden sie euch zwar hören, aber ihr sie nicht. Das bedeutet, dass ihr euch abwechseln müsst beim Sprechen. Weil wenn alle zur gleichen Zeit sprechen, dann wird niemand irgendetwas verstehen. Um die Leute also wissen zu lassen, dass ihr fertig gesprochen habt und bereit seid zu hören, was sie zu sagen haben, sagt Ende. Johnny, hallo. Lass uns versuchen, wie Agenten auf Walkie-Talkies zu sprechen. Wenn du zu Ende geredet hast, dann sagst du zu mir Ende, Ende. Alles klar. Gehen wir also ins Kino? Ende. Nee, ich hab keinen Bock drauf. Warum gehen wir nicht lieber Fußball spielen? Ende. Klingt gut. Mit wem hast du vorhin gesprochen? Ende. Äh. Äh, das kann ich dir nicht sagen. Ist eine Geheimsache. Und wir Agenten müssen diskret sein. Wow, das hat toll funktioniert. Ihr beiden seid die Größten. Ende. Ups. Wir haben unser Bestes gegeben. Ende. Genau. Insbesondere ich. Ich bin auch total am Ende. Der Wasserkocher. Vier. Mach schon, Tomtommes. Nur noch einmal. Na, komm schon, Tomtommes. Ich weiß, dass du es schaffst. Fünf. Hey, das zählt nicht. Nein, das zählt nicht. Dein Kind war unter der Stange. Uff, das war's. Ich kann einfach nicht mehr. Du Weichei. Du bist das Weichei, nicht ich. Meine Kraft hat nachgelassen, weil ich länger nicht gegessen habe. Du Sklave deines Morgens. Sieh mal, das ist der Unterschied zwischen uns Fixies und euch Menschen. Einige Menschen glauben, dass Fixies nur überleben können, indem sie deren Speisereste von den Tischen klauen. Oder noch schlimmer, indem sie ihre Kühlschränke leer räumen. Doch das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Fixies essen überhaupt keine menschliche Nahrung. Wo also um alles in der Welt kriegen die Fixies dann ihre Energie her, fragt ihr euch. Das ist ganz einfach. Das ganze Leben eines Fixies hat mit Geräten zu tun. Fixies wohnen nicht nur in Geräten drin, sondern kümmern sich um sie und verlängern deren Leben. Und im Gegenzug für die Hilfe teilen die Geräte ihre Energie mit den Fixies. Na, da habt ihr's. Die Fixies helfen den Geräten und die Geräte helfen den Fixies. Ja, wir Fixies und Maschinen haben eine symbiotische Beziehung. Wir sind also keine Kakerlaken, sondern wir sind Fixies. Eins, zwei, drei. Hui! Wie kann es bloß sein, dass ein großer Junge wie du sich selber kein Essen zubereiten kann? Kochen kann ich ja, aber ich darf den Herd nicht anstellen. Was kannst du denn ohne ihn machen? Oh ja, wir haben Haferbrei. Schaut! Magst du Haferbrei? Machst du Witze? Meine Eltern sagen, Hafer ist gesund und macht dich stark. Toll! Wie bereitet man ihn zu? Das ist leicht. Man muss nur heißes Wasser hinzugeben und den Wasserkocher darf ich bedienen. Stopp! Prüfe erst mal, ob Wasser drin ist. Ohne Wasser kann der Kocher ausbrennen. Da ist reichlich. Dann kannst du ihn einschalten. Hey, sag mir, wie geht der Wasserkocher aus? Ich meine, woher weiß er, wann das Wasser heiß genug ist? In einem Wasserkocher liegt unterhalb des Bodens ein Heizkörper versteckt. Wenn man den Kocher einschaltet, dann erhitzt sich das Wasser, bis es zu kochen beginnt. Und das kochende Wasser erzeugt Dampf, der dann die oben am Kocher sitzende Metallplatte erhitzt. Durch die Hitze biegt sich die Metallplatte und somit geht der Schalter aus. Man könnte also sagen, dass ein Wasserkocher es fühlt, wenn das Wasser kocht. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Hey, wozu denn Reisschalen? Für uns brauchst du kein Haferbrei machen. Er ist nicht für euch, er ist für meine Eltern. Kipp ist zuerst hier hinein. Nein! Kippa ist hier bei mir herein. Und ich sage hier rein. Und ich sage Kipp zuerst bei mir hinein. Oh, Nolik! Wo bist du? Ich mache das schon. Warte, ich springe rein. Ah! Simka! Sie war genau hier vorn. Nolik! Hier vorne! Simka! Hier! Nolik! Dort! Au! Hey, wo ist denn dein Stiefel hin? Er ist weg! Oben, in den Haferflocken. Das müssen deine Eltern sein. Los, weg hier! Hey, was ist mit dem Stiefel? Keine Sorge, ich habe noch einen. Hi Tom Thomas, wir sind zurück. Du musst hungrig sein. Wir machen dir was zu essen. Aber ich habe uns schon Essen gemacht. Und das Wasser ist auch schon heiß. Hände waschen! Tom Thomas, fass den Kocher nicht an, wenn er heiß ist. Ich will nicht, dass du dich verbrennst. Heute Abend essen wir also Haferbrei. Wie lecker! Äh, gibt's vielleicht was anderes? Was anderes? Ihr meint doch immer, dass Haferbrei so stark macht und außerdem gesund ist. Nun ja, das meinen wir. Gut, dass Tom Thomas uns so aufmerksam zuhört. Mh, wie lecker das doch schmeckt. Wirklich? Ha, was ist das? Oh, Papa, da ist der Stiefel. Was? Äh, es ist nichts. Isst nur weiter, lasst dich nicht ablenken. Der Haferbrei wird ganz aufgegessen, okay? Und wer den Hafer nicht aufisst, bekommt keine Bonbons. Die elektrische Eisenbahn. Tut, 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 tut! So, so! Und plötzlich wird die Erde von einem außerirdischen Raumschiff angegriffen. Äh, pew, pew, pew! Wenn rechtzeitig Hilfe kommt, sind wir gerettet. Los, schneller, schneller, komm schon runter vom Zug. Los, Bewegung! Tom Thomas, wir sind zum Spielen hier. Ah, endlich seid ihr da. Ihr seid die Außerirdischen. Von was für Außerirdischen redest du denn? Ganz normale Aliens. Na, ihr wisst schon. Die, die die Erde erobern und alles zerstören. Wir wollen überhaupt gar nichts zerstören. Könnten wir nicht, äh, Lokführer sein, hä? Was, Lokführer? Ha, ihr wisst doch gar nichts über Eisenbahnfahren. Wie bitte? Wir wissen gar nichts? Gleise haben Menschen vor langer Zeit erfunden. Aber damals wurden die Gleise aus Holz gemacht. Metallschienen haben Menschen erst am Ende des 18. Jahrhunderts hergestellt. Aber auf den ersten Eisenbahnstrecken gab es keine Lokomotiven. Stattdessen haben Pferde die Waggons gezogen. Später wurden die Pferde durch die Dampflok ersetzt. In den Heizöfen brannten Holz und Kohle, um das Wasser in den Kesseln zum Kochen zu bringen. So wurde der Dampf erzeugt, der die Räder zum Rollen brachte. Und natürlich wäre nichts von alledem ohne die Fixies geschehen. Schließlich musste sich jemand um die Dampfloks kümmern. Aber jetzt gehören Dampfloks der Vergangenheit an. Sie wurden durch Elektrozüge ersetzt, welche auf den Schienen entlang rasen mit fast der gleichen Geschwindigkeit wie die eines Flugzeugs. Gut, ihr wisst was über Logs. Trotzdem seid ihr die Aliens. Die Eisenbahn gehört mir. Deshalb spielt ihr nach meinen Regeln. Das Entladen ist abgeschlossen. Der Zug fährt ab. Tu, 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 tu. Juhu. Dann spiel doch Tu, tu, tu alleine. Werde ich auch. Piu, 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 piu. Hm. Hey, warum hält er an? Das hier hilft auch nicht. Es geht in keine Richtung. Simka! Nolik! Wo seid ihr? Habe ich eure Gefühle verletzt? Mama, kommt Papa bald nach Hause? Nein, ist was passiert? Böse Aliens haben angegriffen. Der Zug muss sofort repariert werden. Sonst müssen wir alle sterben. Aha. Mhm. Möchtest du Saft? Saft? Ich muss mir was ausdenken. Simka, Nolik, ich weiß, dass ihr da drinnen seid. Tut mir leid, dass ich eure Gefühle verletzt habe. Ach, jetzt kommt schon raus. Ihr seid die Einzigen, die die Welt vor bösen Außerirdischen retten könnt. Na gut, du hast uns wieder überredet. Okay, prüfen wir die Gleise, Nolik. Los, mir nach. Bin schneller. Ui. Das hast du jetzt vom Schnellersein. Ich habe den Bruch gefunden. Tom Thomas. Hier ist ein Schienenbruch. Ich sehe es. Und nun? Na hör mal, deshalb fährt die Eisenbahn nicht. Deine Eisenbahn wird durch Elektrizität angetrieben. In der Lok gibt es aber keine Batterien, um die anderen Waggons zu ziehen. Die Elektrizität kommt durch die Eisenbahnschienen. Jede Schiene beinhaltet einen Draht. Bei einem Schienenbruch kann die Elektrizität nicht durch die Gleise fließen und somit nicht zum Zug gelangen. Und ohne Elektrizität fährt die Lokomotive nicht mehr. Verbinde einfach die Schienen miteinander und der Zug wird wieder fahren. So und so. Ach, ja. Hurra! Die Eisenbahn fährt. Wie sieht's aus? Wollt ihr jetzt mit mir spielen? Und nach welchen Regeln spielen wir? Nach den Regeln, die ihr spielen wollt. Die Eisenbahn rast davon. Mit Nolik als Lokführer. Als aus dem Himmel plötzlich ein außerirdisches Raumschiff erscheint. Ich grüße euch, oh Bewohner der Erde. Ich komme von weit her. Aus einer fremden Galaxie. Bist du hier, um alles zu zerstören? Nein. Um alles hier zu reparieren. Oh! Der Kugelschreiber. Hier ist er auch nicht. Tom Thomas, suchst du etwa nach mir? Hä? Nein, einen roten Stift. Ich brauche ihn jetzt. Wofür brauchst du ihn denn? Hier. Guck, was mein Lehrer in mein Aufgabenheft geschrieben hat. Schlechtes Benehmen während des Unterrichts. Rumzappeln. Und quatschen. Wozu brauchst du denn einen roten Stift? Fehlt denn da irgendwas? Ich dachte, dass ich es vielleicht etwas korrigieren kann. Hoffentlich finde ich den Kugelschreiber. Wow, gut gefangen. Also, was willst du korrigieren? Ich schreibe einfach kein hinzu. Dann wird da kein schlechtes Benehmen während des Unterrichts. Kein Herumzappeln. Und kein Quatschen stehen. Gar kein Problem. Cool. Und am Ende schreibst du noch, Tom Thomas ist ein perfekter Junge. Nee, dann merken sie, dass ich es war. Ist der Kuli verstopft? Man muss nur etwas rumkritzeln. Das ist kein Kuli, sondern ein Ritzer. Oh, schau, die Kugel fehlt. Eine Kugel? Das ist ein Stift. Deswegen nennt man ihn ja auch Kugelschreiber. Altmodische Stifte funktionieren, indem man sie in ein Tintenglas eintunkt. Bei einem Kugelschreiber jedoch wird die Tinte in einer Röhre gelagert, die am Ende eine Metallspitze und eine kleine Stahlkugel hat. Naja, für Menschen ist die klein, aber für Fixies ist die ziemlich groß. Wenn man den Stift über das Papier zieht, dreht sich die Kugel und nimmt so aus dem Inneren der Röhre die Tinte auf. Auf diese Weise wird die Tinte auf das Papier befördert. Ohne die Kugel könnte der Kugelschreiber also gar nicht schreiben. Was mache ich jetzt nur? Ich habe nur einen roten Kuli. Hey ihr beiden, warum seid ihr traurig? Haben die Kugel vom Kuli verloren. Wo? Hier irgendwo. Dann habt ihr beiden Glück. In meinem Pakomat ist ein Metalldetektor. Mit diesem Gerät kann man Metallobjekte finden. Oh, nee, da auch nicht. Das sehe ich selber, Nolik. Auf dem Tisch scheint sie nicht zu sein. Vor 100 Jahren haben Menschen Stifte verwendet, die ständig in Tintenfässer eingetunkt werden mussten. Das war ziemlich unpraktisch und da haben vor allem Menschen, die faul waren und genug davon hatten einen Füllfederhalter entwickelt. So ein Füller konnte mit Tinte gefüllt werden und er konnte schreiben, bis die Tinte aufgebraucht war. Aber die Füllfederhalter liefen oft aus und hinterließen Tintengleckse auf dem Papier. Durch die Erfindung von Kugelschreibern wurde dieses Problem gelöst. Sie sind nämlich einfach, verlässlich und gut zu handhaben. Mit der Ausnahme, dass man mit ihnen nicht auf einer Wand und auch nicht lange über Kopf schreiben kann. Das liegt daran, dass die Kugel die Tinte, die sie aufgenommen hat, verbraucht und Tinte danach nicht zur Spitze hochfließen kann. Doch sogar dieses Problem wurde gelöst. Es gibt mittlerweile Kulis, die sogar von Astronauten im Zustand der Schwerelosigkeit genutzt werden können. Ist das die Kugel? Jawohl, das ist sie. Na, da seht ihr mal, wie cool mein Metalldetektor ist. Wie bitte? So nennst du mich jetzt? Tom Thomas, hilf uns! Und jetzt! Tisch! Cool! Übrigens, wozu brauchst du den roten Kuli? Tom Thomas und ich müssen was in seinem Schreibpad korrigieren. Was? Also dafür hätte ich euch nicht geholfen. Also kein Rumzappeln und kein Quatschen. Hm. Also, deine Lehrer schreiben dir ins Heft, wenn du dich gut benommen hast? Aha. Immer wenn wir uns gut benehmen, schreiben sie sofort eine Bemerkung für die Eltern hin. Ah. Siehst du das, Simka? Wie gut Tom Thomas es schafft, alle auszutricksen? Da das hier die einzige Bemerkung ist, heißt das, dass du dich an anderen Tagen schlecht benimmst? Aha. Was? Nun, äh... Siehst du das, Nolik? Wie Tom Thomas es schafft, sich selbst auszutricksen? Das Aquarium Die Luft ist rein. Die Menschen sind weg. Kommt mit, mir nach. Masia, warum sind die Fische so müde? Weil sie nicht genug Luft zum Atmen haben. Das Wasser ist schmutzig. Es muss gesäubert und mit frischer Luft versorgt werden. Aber der Filter funktioniert nicht. Der Filter? Ja, das Gerät, da vorne. Diese Fische brauchen unsere Hilfe, sofort, sonst könnten sie sterben. Stimmt. Ich repariere das Licht, während du und Masia dahin geht und dir einen Blick auf den Filter werft. Aber ich will mit und den Filter auch sehen. Dafür bist du leider noch zu klein. Oh, oh, oh. Oh, und du bist ein riesig, mal zwei Meter groß, wie? Hört auf, euch zu streiten. Nolik, gehen wir. Gut, prüfen wir nach. Es geht nicht. Nolik, wo bist du? Ich bin hier oben. Was machst du denn da oben? Ach nichts. Ich halte mich fest. Dafür ist jetzt keine Zeit. Komm runter. Wir müssen den Schalter reparieren. Marcia, was stimmt denn mit dem Filter nicht? Nun, scheinbar hat sich drinnen irgendwas verfangen und dadurch kann der Motor sich nicht drehen. Ein Filter sorgt für die Reinheit des Wassers im Aquarium. Im Filter dreht ein Motor die Paddel und pumpt Wasser durch ein feines Netz oder einen Schwamm. Dort wird der Schmutz im Wasser eingefangen und das gesäuberte Wasser wird zurück ins Aquarium befördert. Viele Filter säubern nicht nur das Wasser, sie führen ihm auch Luft hinzu, damit mehr Sauerstoff im Wasser vorhanden sein wird. Seht mal, obwohl Fische ihr Leben im Wasser verbringen, brauchen sie Sauerstoff. So wie wir alle. Gute Arbeit. Oh, wunsch. Fische Gutes. Opa. Fische Gute Arbeit. Es gibt viele Arten, unter Wasser atmen zu können. Versucht ein leeres, umgestülptes Glas unter Wasser zu tauchen. Dann werdet ihr sehen, dass etwas Luft drinnen bleibt. Die Tauchglocke, welche vor langer Zeit erfunden wurde, arbeitet nach dem gleichen Prinzip. Eine leere Glocke wurde ins Wasser hinabgelassen und etwas Luft blieb drinnen, damit der Taucher atmen konnte. Und vor etwa 200 Jahren wurden die ersten Schwimmanzüge erfunden. Der Taucher erhielt Luft aus einem Schlauch. Dieser erlaubte ihm eine lange Zeit unter Wasser bleiben zu können. Und er konnte sogar auf dem Grund gehen, jedoch nicht allzu weit. Mit der Zeit lernten Leute eine Menge Luft in Behälter zu pressen. So kam das Gerätetauchen zutage. Gerätetaucher atmen die in den Tauchflaschen gespeicherte Luft, damit sie frei umhertauchen und bis zu einer Tiefe von 300 Metern gelangen können. Sehr schön gemacht. Das Licht ist an und der Filter funktioniert. Und die Fische sind so aufgeregt. Diese Fische ähneln eher Bestien. Gott sei Dank sind sie hinter Glas. Papus! Haltet aus! Wir werden euch gleich retten. Und ich habe nicht mal meinen Pakomat. Schau, wie sie ihre Zähne fletschen. Und sie sehen so hungrig aus. Hast recht, hungrig. Nolik, komm mit! Höh? Äh? Ah! Mh! Unglaublich! Diese Fische, die sind so undankbar. Wir reparieren denen ihren Filter und zum Dank wollen die uns einfach fressen. Und ich war es, der euch gerettet hat. Ich habe auch alles beobachtet. Wow! Oh nein! Wartet! Sollten wir ihn vielleicht mit Fressen ablenken? Solange du nicht denkst, dass ich hier das Fressen bin. Ah! Der Kurzschluss. Bist du sicher, dass wir im Büro deines Vaters spielen dürfen? Wir sind nicht zum Spielen hier. Wir sind auf Besichtigung. Es ist wie ein wahres Museum hier. Schau mal, das da zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Und sieh dir dieses Mysterium an. Sei still, wir sind hier in einem Museum. Aha, du bist mir ein Museumsführer. Du weißt doch gar nichts von all dem. Was meinst du? Ich weiß nichts. Ich weiß. Ich möchte was nachprüfen. Diesen Kondensator. Diesen hier? Nicht berührend. Warum nicht? Das ist kein Museum. Weil es gefährlich ist. Du kannst dann einen elektrischen Schlag kriegen. Aber ihr beide fasst ihn doch auch an. Hab's gesehen. Das geht aber nur, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Momentan ist es angeschaltet. Jahrhundertelang mussten Fixies nur mechanische Geräte reparieren. Aber als elektrische Apparate erfunden wurden, mussten die Fixies lernen, auch diese Geräte zu meistern. Zu Beginn bekamen Fixies ziemlich oft Schläge. Das war furchtbar schmerzhaft. Mit der Zeit verstanden Fixies, dass Geräte nicht repariert werden konnten, wenn sie eingeschaltet waren. Und das entblößte Kabel niemals berührt werden dürfen. Außerdem fanden Fixies heraus, dass normales Wasser Elektrizität weiterleitet. Falls ein kaputtes Kabel also in einer Wasserpfütze landen sollte, solltet ihr unbedingt auf Distanz gehen. Sonst könnt ihr einen furchtbaren Schlag bekommen. Fixies wissen sehr gut darüber Bescheid. Und sie wünschen sich innigst, dass Menschen es auch lernen. Schau, das ist ein altes Rundfunkgerät. Dieses Radio hat Papa von Opa bekommen. Es ist über 60 Jahre alt. Dein Opa? Nein, das Radio. Das war ein Scherz. Funktioniert es noch? Probieren wir es mal aus. Was war das? Scheinbar ist der Strom ausgeschaltet worden. Vielleicht war es auch ein Kurzschluss. Ich schau mal nach. Oh! Ihr habt den Kurzschluss also verursacht. Wir waren nur auf einer kleinen Besichtigung und wir wollten das Radio anmachen. Dann machte es Wumm und das Licht ging plötzlich aus. Es ist in der ganzen Wohnung aus. Wie soll ich denn jetzt meine Pizza aufwärmen? Bald wird sie sich von ganz alleine aufwärmen. Jetzt, da der Kühlschrank nicht mehr funktioniert. Simka, äh, was ist denn das bloß? Ein Kurzschluss, meine ich. Normalerweise bezieht ein Apparat Elektrizität durch zwei Kabel. Ein Bügeleisen zum Beispiel nutzt die Elektrizität, um heiß zu werden. Wenn die Kabel jedoch direkt miteinander in Verbindung gebracht werden, dann kann das dazu führen, dass sich die Kabel erhitzen und dadurch kann anschließend ein Kurzschluss entstehen. Kurzschlüsse treten auf, wenn die Umkleidung der Kabel abgenutzt ist oder wenn ein Gerät in seinem Innern kaputt ist. Als du also das kaputte Radio einschalten wolltest, fingen die Kabel in der Wohnung an zu brennen. Heißt das, dass alle Kabel ausgebrannt sind? Keine Sorge. In unserer Wohnung gibt es einen automatischen Schalter, der den Strom ausschaltet, wenn die Kabel beginnen zu heiß zu werden. Puh, und muss ich denn jetzt, äh, äh, warten, bis Mama und Papa den Schalter wieder betätigen? Natürlich. Ja, das müsstest du. Doch du hast uns. Ja, und wir haben Papus und Masja. Ich sage ihnen, was los ist. Und ihr zwei macht das Radio aus. Kriegen wir keinen Elektroschlag? Was meinst du damit, Elektroschlag? Wegen dir ist der Strom doch ausgeschaltet. Bist du bereit? Zieht ihn hoch! Hurra! Tidisch! Tidisch! Nun, Tom Thomas, was stellen wir jetzt an? Hm, machen wir die Besichtigung weiter. Hey, ich mach mit! Ich komme! Moment, ich dachte, du reparierst mit Papus und Masja den Fernseher. Sie baten mich darum, bei euch zu bleiben. Und ein bisschen auf Besichtigung zu gehen. Dadurch werden sie weniger zu reparieren haben. Der Föhn. Nolik, bist du hier? Ja, hier bin ich. Willst du einen Zaubertrick sehen? Ein super Trick, du. Lernt man den schnell? Nicht diesen Zaubertrick. Ein Trick mit Helium. Was ist denn Helium? Helium ist ein sehr leichtes Gas, das man in Ballons füllt, damit sie schweben. Das ist ja vielleicht ein aufregender Trick. Fliegende Ballons kenne ich nur zu gut. Beim Trick geht's nicht um den fliegenden Ballon. Es geht um das Helium. Wie komme ich bloß an ihn ran? Ich weiß, wie es geht. Wir brauchen einen Föhn. Wozu denn? Für einen Zaubertrick. Na gut. Mama, kann ich den Föhn für eine Minute nehmen? Ein Föhn wurde fürs Haartrocknen erfunden. In ihm befindet sich ein Ventilator, der die von hinten eingesaugte Luft nach außen bläst. Das Haar zersaust und es trocknet. Eine eingebaute elektrische Spule erwärmt die Luft. Wenn diese warm wird, erhitzt sie die vorbei wehende Luft. Durch die Warmluft wird das Haar schneller getrocknet. Natürlich muss dafür nicht auf Heißluft eingestellt werden. Es gibt auch einen Schalter für Kaltluft. Nolik. Hier bin ich. Hier ist der Föhn. Zeig mir jetzt deinen Trick. Geh klar. Mach ihn an. Leg den Ball jetzt direkt in die Luftströmung. Oh, cool. Der Ball schwebt. Jetzt bin ich dran mit Fliegen. Du? Hey. Ja. Ich fliege jetzt direkt an die Decke, schnapp mir den Faden und ziehe den Ballon runter. Bin startklar. Schalt auf Höchststufe. Pappin. Zieh ihn runter. Ich schaffe es nicht. Das ist wohl, weil du so klein bist und so gut wie nichts wiegst. Ach was. Müssen wir jetzt darauf warten, dass ich größer und schwerer wäre? Ich weiß es nicht. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Lass uns Simka rufen. Simka, komm mal her. Ja? Was ist denn los? Also... Nolik, wie bist du da hochgeraten? Ich hab Tom Thomas nur den Föhntrick gezeigt. Ich lach mich schief. Ha, ha, ha. Ich schmeiß den Föhn an, um dich zu Nolik zu blasen. Damit wir dann beide da oben festhängen? Danke, aber nein. Das brauch ich nicht. Was brauchst du denn dann? Ich brauche einen Besen. Du kennst einen Trick mit einem Besen? Aha. Bring ihn schnell her. Manchmal können sie echt genial sein, die Menschen. Ab und zu haben sie kluge Ideen, wozu gewöhnliche Geräte noch genutzt werden können wie der Föhn. Außer fürs Haartrocknen kann er auch fürs Trocknen von nassen Kleiderflecken verwendet werden. Ein Föhn kann sogar genutzt werden, um ein klebriges Preisschild zu entfernen. Stellt euch vor, ihr kauft einen neuen Becher, der einen extrem klebrigen Aufkleber hat und scheinbar unmöglich abzumachen ist. Nun versucht mal ihn mit einem Föhn aufzuwärmen. Die Klebe wird austrocknen und der Aufkleber wird einfacher abgehen. Es besteht kein Zweifel, dass ein Föhn in jedem Haushalt nützlich sein kann. Ihr müsst nur äußerst vorsichtig sein. Vor allem im Badezimmer. Falls dieses Elektrogerät mit Wasser in Berührung kommen sollte, riskiert ihr es, einen furchtbaren Elektroschock zu bekommen. Außerdem kann der Föhn dadurch zerstört werden. Zieh runter! Hurra! Jetzt lande ich! Ach, Tom Thomas, es war so wundervoll, in einem Luftstrom zu fliegen. Das ist toll. Gleich klinge ich wie ein Fixie. Wirklich? Aha. Schaut her! Hey, hey, was machst du da? Ich will nur ein bisschen Helium einatmen. Ist das nicht schädlich? Nur ein kleines bisschen. Hey! Hi ihr! Oh, Tom Thomas ist jetzt ein Fixie! Das ist mein Trick für euch. Witzig, was? Oh, ist das komisch. So eine klinge Stimme! Das war's. Bin kein Fixie mehr. Das Helium wirkt nach ein paar Sekunden nicht mehr. Das ist gut, denn so ein riesiger Fixie würde nie in ein Gerät reinpassen. Der Zauberstab Oh, Tom Thomas, wo kommst du denn her? Ganz einfach. Ich habe gerade diesen coolen Zauberstab geschenkt bekommen. Hier. Wow! Und was soll das für ein Zauberstab sein? Das nehme ich dir nicht ab. Man schwingt den Stab und alle Wünsche gehen in Erfüllung. Passt auf! Heute will ich nicht in die Schule. Hundertmal Tidisch! Tom Thomas? Deine Lehrerin hat mich gerade angerufen. Sie hat gesagt, deine Schule hat sich gerade in Luft aufgelöst. Wie seltsam. Ich muss nicht zur Schule? Na wie denn? Stattdessen gehen wir in den Zoo. Hurra! Echte Magie? Ach, wie toll! Nein, keine Magie. Das sind Illusionen. Ich weiß nicht, was Illusionen sind. Das ist, wenn das, was man vor sich sieht, in Wirklichkeit nicht existiert. Habt ihr jemals gesehen, wie ein Zauberer einen Hasen aus einem Zylinder zieht? Meint ihr, das wäre Magie? Nein, das ist nämlich nur eine Illusion. In Wirklichkeit ist der Hase unter dem Tisch versteckt, auf den der Zauberer den Hut stellt. Im Hut befindet sich eine geheime Luke. Wenn der Zauberer in den Hut greift, dann zieht er den Hasen aus dem Tisch heraus und tadaa! Wie genau jeder magische Trick funktioniert, mag ein Geheimnis sein, doch jede Illusion hat eine Erklärung. Mit diesem Stab kann ich wirklich zaubern. Zum Beweis werde ich ein Kaninchen aus diesem Mülleimer zaubern. 100 Mal Tidisch! Oh, was ist denn da passiert? Die komische Hase. Wartet, ich probiere es nochmal. 100 Mal Tidisch! Hm. 100 Mal Tidisch! Tom Thomas, vielleicht reicht's? Eine Kaubacke ist mehr als genug und jetzt gibt es drei. Geheimnis! Hey, Tom Thomas, sag deinen Hasen, sie sollen nicht so laut bellen! Ha, 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 ha. Schöne euch, so hilflose kleine Kinder anzugreifen. Wartet, ich mache euch größer. Hundertmal zidisch. Na, habt ihr Angst? Ihr traut euch wohl nur kleinen Kindern hinterher zu jagen. Wow, ich bin riesig. Ich bin so riesig wie Tom Thomas. Ich bin groß. Oh, Nolik, pass auf. Wie kannst du nur leben als so großer Mensch? Es ist so unpraktisch. Und ich dachte, es ist schwer, wenn man so klein ist. Tom Thomas, bist du fertig? Hey, warum haben wir denn plötzlich drei Hunde? Oh mein Gott. Nein! Oh, nein. Warum schreist du? Ich habe geträumt, dass mir jemand einen Zauberstab geschenkt hat. Und dann musste ich euch vergrößern. Und, und Mama hat euch gesehen. Wie schrecklich. Da hätte ich auch geschrien. Ich wünschte, ich hätte einen echten Zauberstab. Wir Fixies glauben ehrlich gesagt nicht an Magie. Aber wir glauben an das, was Menschen schaffen können. Denn Menschen können oft Wunder erschaffen. Jahrhundertelang schien es vollkommen unmöglich zu fliegen. Aber heute kann jeder in ein Flugzeug steigen und losfliegen. Früher dachten Menschen, dass sie nur durch Magie zum Mond kommen können. Aber mittlerweile sind Astronauten bereits auf ihn spazieren gegangen. In Märchen konnten Menschen miteinander mittels eines magischen Spiegels drehen. Aber heute haben wir das Internet und Telefone für diese Zwecke. Kühlschränke, Fernseher, Autos, Computer. Es gibt so viele Dinge, die der Mensch erschaffen hat. Wundersame Dinge, von denen sie vorher nur träumen konnten. Wie ein Wunder aus einem Märchen. Einen Zauberstab? Wozu denn? Damit ich heute nicht zur Schule muss. Tom Thomas, bist du bereit? Wir wollten doch gemeinsam in den Zoo. Muss ich denn heute nicht in die Schule? Hm, sehr witzig. Träume ich immer noch? Nein, es ist doch nur... Heute ist doch Sonntag. Und darin liegt der Zauber. Das Schiff in der Flasche. Simka, Nolik, seht euch das an. Wow, cool. Wo hast du das denn her? Das war auf dem Regal im Büro meines Vaters. Er hat da viele coole Sachen. Cool, ich bin der Kapitän. Das ist ja ein echtes Segelschiff mit dem Mast, Tauwerk und all dem anderen. Und wie ist das alles da reingekommen? Durch dieses kleine Loch? Ein Schiff in einer Flasche ist ein echtes Wunder. Soll ich euch mal verraten, wie es dort reinkommt? Das geht so. Die Maste des Schiffes kann man einklappen. Bevor das Schiff in die Flasche kommt, werden die Maste eingeklappt und gegen das Schiff gedrückt. So ist es klein genug, um durch den Flaschenhals zu passen. Sobald das Schiff in der Flasche drin ist, werden Maste und Segel wieder aufgestellt, indem man an einem Faden zieht. Alle an Bord! Da, ein riesiger Oktopus! Steuerbord! Ich bin ein Oktopus, ha? Ho, seht euch vor! Erfahrene Seeleute wie ich wissen, im Sturm zu trotzen. Tom Thomas, sei vorsichtig! Oh, äh... Ist es zerbrochen? Nein, alles Tidisch. Nicht in dem färtesten Tidisch. Seht mal, der Mast ist gebrochen. Wow! Oh, was habe ich bloß getan? Keine Sorge, wir reparieren es. Hol etwas Kleber, los! Hier ist der Kundenkleber. Der ist sehr stark. Der klebt alles zusammen. Nolik, komm, hilf mir! Tchü! Puh, das Zeug stinkt! Ha, 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 ha! Tidisch! Ah, viel besser. Danke, Leute. Ein Seemann? Äh, lässt seine Freundin nie hängen. Äh, tchü! Nolik, komm raus da! Dieser Gestank macht dich krank. Äh, äh! Äh, ich komme nicht hinweg. Ich, äh, äh, stecke fest. Hallo, Tom Thomas. Äh, was machst du mit dem Schiff aus meiner Sammlung? Ich wollte es nur etwas lüften. Tom Thomas, du weißt doch, dass du nichts aus meinem Büro nehmen darfst. Ha, ha, ha! Hey, schau, ein kleiner Matrosenjunge. Der war mir gar nicht aufgefallen. Gib mal her. Ich bringe es wieder auf das Regal, okay? Ah, tchü! Wer hat da genießt? Äh, ich war es. Tatschi! Nun, alles klar. Mach deine Hausaufgaben und bitte geh nicht nochmal in mein Büro. Simka, wohin gehst du? Ich ritte Nolik. Ich komme mit. Du darfst nicht ins Büro hinein. Dein Vater hat's verboten. Liebling, die Suppe wird kalt. Ich komme. Nolik, wo bist du? Simka, warum ist mir so schwindelig? Weil du diesen stinkigen Kleber eingeatmet hast. Puh, jeder weiß, wie stark der Geruch von Farbe, Reinigungsmitteln und Klebern sein kann. Dabei ist der Gestank aber nicht der eigentliche Gefahrenherd. Atmet man die Dämpfe von Farbe oder Kleber ein, kann man davon schreckliche Kopfschmerzen bekommen. Oder noch schlimmer, man kann ohnmächtig werden. Deswegen müssen Fixies, die etwas streichen oder kleben, eine Atemschutzmaske tragen. Die nennt man Respirator. Und Menschen müssen genauso aufpassen wie Fixies, wenn sie mit Chemikalien arbeiten. Und denkt stets daran, dass die Stoffe in Farbe und Kleber leicht entzündbar sind. Ein Funke reicht schon aus und bumm, es könnte etwas explodieren. Also achtet darauf, immer gut durchzulüften, wenn ihr mit Farbe oder Klebstoffen in Räumen arbeitet. Simka, beeil dich. Halte durch, Nolik. Ich hol dich da raus. Oh nein, alles okay? Nolik! 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 Ach, du bist am Leben. Steuerball. Zum Hafen. Piasta, Piasta. Ach, alles klar. Der wird schon wieder. Nolik! Erkennst du mich? Ein riesiger Oktopus? Aaaaaaah! Die Lichterkette. Wir sind fast fertig. Ja! Nun kann der Weihnachtsmann ja kommen. Er wird sagen, eins, zwei, drei, Lichterzauberei. Und dann gibt's Geschenke. Der echte Weihnachtsmann? Ja, na klar. Existiert der Weihnachtsmann überhaupt? Ihr werdet das sehen. Er kommt zu mir, wie jedes Jahr. Okay, lasst uns das üben. Eins, zwei, drei. Lichterzauberei! Hä? Ah, die Lichterkette ist durchgebrannt. Und wir haben keinen Ersatz. Tom Thomas, der Weihnachtsmann ist gleich da. Ist der Baum fertig? Nein! Noch nicht ganz. Oh nein, oh nein! Was sollen wir nur tun? Bin gleich zurück. Tom Thomas, was denkst du? Gibt dir der Weihnachtsmann auch Geschenke, wenn der Baum nicht aufleuchtet? Bestimmt nicht. Ohne die Lichter passt das nicht. Es wäre nicht mehr magisch. Papus! Marcia! Der Weihnachtsmann kommt gleich zu Tom Thomas. Aber die Lichterkette am Baum ist voll durchgebrannt. Voll durchgebrannt? Wirklich? Die Glühbirnen einer Lichterkette sind miteinander verbunden. Zwischen ihnen ist ein Kabel. Wenn man eine Lichterkette anschaltet, fließt Elektrizität durch das Kabel und erleuchtet jede einzelne Glühbirne. Aber wenn eine der Glühbirnen durchbrennt, wird der Kreislauf unterbrochen und die Elektrizität fließt nicht mehr. Das heißt, nur durch eine kaputte Glühbirne gehen alle Lampen aus. Wenn man also eine Lichterkette reparieren will, ist das ganz einfach. Wechsle die kaputte Glühbirne einfach aus. Haben wir eine extra Glühbirne im Haus? Ich hole sie. Ich weiß, wo sie ist. Tom Thomas! Halt den Weihnachtsmann bitte auf! Wir brauchen etwas Zeit, um die durchgebrannte Glühbirne auszuwechseln. Wird gemacht! Tom Thomas! Der Weihnachtsmann ist schon hier. Ho, ho, ho! Mama! Warte kurz! Na dann, suchen wir mal die kaputte Glühbirne. Okay Papus, los geht's! Hm, die funktioniert! Vielleicht ist es die hier! Nein! Und diese? Die funktioniert! Dem Weihnachtsmann wird schon ganz heiß hier draußen. Moment! Simka, wie läuft's? Wir haben alle Birnen gecheckt, aber die kaputte war nicht dabei. Hm, also wird dieses Jahr nicht so magisch. Okay Mama, kommt rein. Ho, ho, ho! Hallo, Tom Thomas! Sag mir doch mal, warst du auch artig? Dieses Jahr? Hä? Warum brennen die Lichter am Baum nicht? Lasst es uns zusammen sagen. Eins, zwei, drei... Autsch! Papus! Da ist noch eine Glühbirne! Da ist ja der Übeltäter! Eins, zwei, drei... Lichterzauberei! Jetzt müssen wir diese Glühbirne auswechseln. Wo ist Marcia? Zeig dein Licht, oh Baum! Hurra! Puh, das war echt schwer. Aber ihr habt sie ja schon repariert. Wo habt ihr denn die neue Glühbirne her? Papus ist als Glühbirne eingesprungen. Tidisch! Tidisch! Ah, ein echter Held. Zieh mich hoch, dann wechseln dir die Glühbirne aus. Zur Weihnachtszeit! Zur Weihnachtszeit! Zur Weihnachtszeit! Schlage Kerzen schneller! Wow! Weihnachtsbaum! Zur Weihnachtszeit! Ah, schöne Schachtel! Leut die Kerzen schneller! Mua! Mua! Jedes Jahr von Neuem immer wieder! Jedes Mal von unten, verlaut weit! Kommt ein kleines Wunder zu uns nieder! Jedes Jahr zur Weihnachtszeit! 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 Kommt zu uns nieder! Kommt ein kleines Wunder! Schlag-Sahne! Uh! 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 Nulik, hör auf, rumzuhüpfen. Dein Kotz fällt dir gleich ab. Keine Sorge, der fällt mir nicht ab. Mhm, das klingt gut. Okay, wir sehen uns später. Wohin gehst du denn, Tomtommes? Nirgendwohin. Katja kommt mich gleich besuchen. Wir machen Hausaufgaben und essen dann Erdbeeren. Wird sie die Erdbeeren mitbringen? Ganz genau. Und ich soll dann die Schlagsahne besorgen. So schmecken sie nämlich besser. Schlagsahne? Hast du welche? Ich seh mal nach. Warte, auf mich! Simka, woraus macht man Sahne? Sie besteht aus Milch. Und die Milch bekommt man von einer Kuh. Und was ist mit Schlagsahne? Die Kuh springt hoch und runter wie du. So wird die Sahne geschlagen. Wirklich? Das war ein Witz, Nulli. Ich habe überall gesucht. Wir haben normale Sahne, aber keine Schlagsahne. Kein Problem. Wir können sofort welche schlagen. Sahne ist dicke Milch mit ziemlich viel Fett. Wenn man Schlagsahne machen will, muss man sie kühlen, etwas Zucker dazugeben und alles dann sehr gut schlagen. So entstehen winzige Luftbläschen, aus der Sahne einen leckeren, weißen, flauschigen Schaum machen. Aber es ist wichtig, es nicht zu übertreiben. Sonst wird die Sahne nicht flauschiger werden, sondern dicker und dicker, bis aus ihr eine reichhaltige, cremige Butter wird. Wie schlägst du die Sahne? Schau, ein Schneebesen. Nein! Warte! Wie ist das? Daraus wird nichts. Vielleicht brauchen wir eine andere Schüssel oder so. Meint ihr, eine Flasche wäre besser? Hm, das ist eine sehr gute Idee. Jetzt kann ich wenigstens die Sahne nicht mehr verschütten. Schüttel mit beiden Händen. Los, 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 los. Schüttel da, Tom Thomas. Es reicht, ich kann nicht mehr. Die Sahne sieht genauso aus wie vorher, Tom Thomas. Du hättest dich mal anstrengen sollen. Ach, wirklich? Dann schlag die Sahne doch selber. Ich hab's. Sie wird uns helfen. Kaubacke? Ja, super. Ein Stück runter. Noch ein Stück. Perfekt. Mach die Tür auf. Kaubacke, Kaubacke. Du kriegst es nicht. Nein, 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 nein. Das Telefon. Das ist ja sogar cooler, als auf dem Trampolin zu springen. Juhu. Ja, aber warum denn nicht? Ach, wie schade. Nicht schlimm. Kommt trotzdem vorbei. Oh, du kriegst uns nicht. Du kriegst uns nicht. Puh, bin ich erschöpft. Wenigstens haben wir die Sahne aufgeschlagen. Oh, siehst du das, Simka? Da ist keine Sahne übrig, nur eine gelbe Paste. Das ist Butter. Ganz sicher. Wir haben es übertrieben. Menschen machen so viele verschiedene Dinge aus Milch. Wie Sahne oder Butter oder Kuchenglasuren oder Törtchen. Aus Milchpulver, Zucker und kochendem Wasser kann man kondensierte Milch machen. Und wenn man sie kühlt, brrr, erhält man Eiscreme. Und wenn die Milch sauer wird, kein Problem. Menschen machen alles Mögliche aus saurer Milch. Wie Joghurt, saure Sahne, Kefir und Buttermilch. Entzieht man saurer Milchflüssigkeit, kriegt man Hüttenkäse. Und kocht man Milch auf besondere Art, bekommt man alle möglichen verschiedenen Sorten Käse. Es gibt so viele Käsesorten auf der Welt, dass man sie nicht zählen kann. Und auch bestimmte Schokoladensorten können nicht ohne Milch gemacht werden. Ihr müsst zugeben, dass alte, einfache, gewöhnliche Milch eine super magische, außergewöhnliche Sache ist. Es ist einfach schrecklich, Leute. Was? Kommt Katja nicht zu Besuch? Doch, sie kommt. Aber ohne die Erdbeeren. Sie wusste nicht, dass ihre Großmutter schon alle verarbeitet hatte, um Marmelade zu machen. Meinst du damit, dass wir keine Schlagseine mehr brauchen? Genau. Katja bringt einen Kuchen. Und sie meinte, wir brauchen dazu Butter. Sie will daraus eine Glasur machen. Butter? Ich weiß nicht, ob wir welche haben. Davon haben wir genug. Der Staubsauger Warum muss man Spielzeug aufräumen? Man holt es sich später eh wieder raus. Du sagst es. Komm, Thomas. Wenn du fertig bist mit Aufräumen, komm zum Mittag. Okay, ich komme sofort. Nullik, wartest du auf mich? Aha. Das nennt er Aufräumen. Oh oh. Na dann, Bon Appetit. Danke. Pass auf, dass du mich nicht verschlingst. Fixies esse ich nicht. Das ist nur Mama. Sie saugt Staub. Hilfe! 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 Bitte! Es ist komisch. Wie kann ein Staubsauger so viel Staub in sich einsaugen? Und es kommt nichts zurück raus. Ach komm schon. Das ist leicht. Das lernt man bei uns schon in der dritten Klasse in der Fixie-Schule. Ein Staubsauger ist eigentlich nichts anderes als ein Ventilator mit einem Netz. Der Ventilator dreht sich rückwärts und saugt somit Staub und Dreck ein. Hält man ein Netz vor den Ventilator, fängt es alles auf, was in der Luft ist und es lässt die Luft hindurchziehen. Dann braucht man nur noch ein Rohr. Und schon hat man einen Staubsauger. Aber statt eines Netzes haben Staubsauger Beutel, die Staub und Dreck auffangen. So einfach ist das. Äh, eine Frage, Simka. Äh, Nolik. Könnte er aufgesaugt werden? Oh nein. Ist er noch im Zimmer? Tom Thomas, was ist los? Äh, äh, Mama. Ich kann, ich kann, ich kann dich hier wegsaugen, du. Äh, ich mein, ich mein für dich. Alles klar. Dann mach ich den Abwasch. Nolik! 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 Wir sollten besser sofort Hilfe holen. Masia! Masia! Nolik wurde von einem Staubsauger eingesaugt. Das ist unmöglich. Er passt hier nicht rein. Nein, nicht von diesem Staubsauger. Von dem Großen, dem der Menschen. Wie furchtbar! Nolik, mein Nolik! Er könnte da drin ersticken. Komm mit, schnell! Dieser Dreck ist schrecklich. Und es ist auch schrecklich ungesund für dich. Staub ist ein klitzekleiner Feind. Er ist so klein und unauffällig. Aber wenn Staub in Maschinen oder Geräte kommt, kann das eine Katastrophe bedeuten. Es kann Zahnräder ins Stocken bringen. Durch ihn können Geräte überhitzen. Legt sich Staub auf elektrische Kontakte, so kann es einen Kurzschluss geben. Und dadurch könnte sogar ein Feuer entstehen. Deswegen müssen wir Fixies ständig das Innere von Geräten vom Staub befreien. Obwohl viele von uns eine Stauballergie haben. Hä, hä, ha, tschi! Wenn die Menschen nur öfter Staub wischen würden, dann wäre das... Hä, ha, ha, tschu! Wenigstens könnten die Leute öfter Staub wischen. Das würde unsere Arbeit sehr erleichtern. Und ihre Geräte würden viel länger halten. Und? Habt ihr ihn gefunden? Nein! Es ist alles meine Schuld. Mama wollte, dass ich aufräume und ich habe es einfach nicht ordentlich gemacht. Jetzt wurde Nolik wegen mir eingesaugt. Nolik! Nolik! Na, was sagst du jetzt, Tomtommes? Tschu! Was denn? Ich habe mich doch entschuldigt. Und ich verspreche, mein Spielzeug aufzuräumen. Tschu! Und warum musst du... Tschu! Niesen! Tschu! Ich leiste euch Gesellschaft. Damit ihr euch besser fühlt. Hahahaha! Der Trickfilm Ja? Hahaha! Hahaha! Genauso! Ja? Tomtommes! Immer noch nicht fertig? Ja! Zeig uns die Überraschung und hör auf zu zeichnen! Aber das ist die Überraschung! Macht es euch gemütlich! Aufgepasst! Fertig! Und Action! Cooler Stoß! Echt! Du solltest ihm eine riesige Beule malen. Was du gezeichnet hast, sieht wie ein Trickfilm aus. Ha! Diese Zeichnung ist wirklich ein echter Trickfilm. Ach wirklich? Echte Trickfilme gibt es doch nur im Fernsehen. Aber sie werden ganz genau so gemacht. Eine Animation wird aus vielen Bildern gemacht, die man Frames nennt. Jedes Frame zeichnet man ein kleines bisschen anders als das vorherige Frame. Hier ein Beispiel. Eine Figur kann ihren Arm heben immer ein Stückchen höher. Und dann, wenn die Frames sehr schnell aufeinander folgen, sieht es so aus, als ob sich die Figur wirklich bewegt. Und so werden Trickfilme gemacht. Und wisst ihr was? Um eine Trickfilmminute zu machen, muss man tatsächlich über 1000 Frames zeichnen. Oh, wow. Dafür habe ich nicht die Geduld. Ist nicht schlimm, dass dein Trickfilm kurz ist. Vor allem, weil er lustig ist. Ja, das ist so lustig. Tom Thomas, wer ist der komische Typ, den du hier gemalt hast? Du machst Witze, Nolik. Erkennst du dich etwa nicht? Was? Das soll ich auf dem Papier sein? Hast du schon vergessen, was heute Morgen passiert ist? Simka, hab dich! Du fängst mich nie! Ah, ich bin zu schnell für dich! Oh, Autsch! Ei, 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 ei. Ha, das hast du jetzt echt verdient. Oh, Simka, das hättest du ihm nicht erzählen müssen. Wahre Schwestern behandeln ihre Brüder nicht so. Autsch! Und dein Trickfilm ist überhaupt nicht lustig! Nolik, geh nicht! Das ist okay. Er muss nur etwas schmollen gehen. Während er weg ist, möchte ich dir was zeigen. Kannst du einen Trickfilm im Fernsehen anmachen? Kein Problem. Was soll ich tun? Schauen wir ihn nochmal. Aber diesmal zeige ich dir ein Frame nach dem anderen. Hier, sieh mal. Das ist ein Frame. Und hier ist noch eins. Und noch eins. Ist das nicht cool? Aha, so cool. Und in normaler Geschwindigkeit sieht man 25 Frames pro Sekunde. Was soll ich tun? Es ist echt magisch. Simka, weißt du was? Nolik tut mir wirklich leid. Ja, es war nicht gerade nett. Trickfilme kann man auf verschiedene Arten machen. Zeichentrickfilme werden natürlich mit der Hand gezeichnet. Und Stop Motion wird so gemacht. Die Animatoren positionieren eine Puppe und fotografieren sie. Dann bewegen sie die Puppe ein bisschen und machen noch ein Foto. Und das machen sie wieder und wieder und wieder. Bis es genug Frames gibt, sodass die Figuren aussehen, als bewegten sie sich sehr geschmeidig auf dem Bildschirm. Eine weitere beliebte Animationstechnik ist Knetanimation. In diesen Filmen wird alles aus Knetmasse gebaut und umgebaut. Aber heute werden die meisten Trickfilme am Computer gemacht. Zuerst wird das Modell einer Figur erstellt. Eine Art digitale Puppe. Nachdem die Modelle gebaut sind, werden sie koloriert und animiert, um sich zu bewegen. Diese Art von Animation wird bei den Fixi-Trickfilmen verwendet. Tom Thomas, was machst du? Zeichnest du einen neuen Trickfilm? Nein, ich überarbeite den alten, damit Nolik nicht mehr sauer ist. Gut, zeichne weiter und ich hole ihn. Nolik! Ich bin nicht hier. Nolik, entschuldige. Bitte sei nicht mehr böse. Lass uns einen Trickfilm sehen. Ich habe euren blöden Trickfilm schon gesehen. Was habt ihr gemacht? Mir eine Beule auf den Kopf gesetzt? Aber nein, ich habe alles übermalt. Du wirst es lieben. Ganz sicher? Na gut, dann los. Zeig mir deinen Trickfilm. Aufgepasst! Und Action! Na bitte! Diesen Trickfilm fand ich echt gut. Gut. Das war auch mein letztes Papier. Naja, ich fand den ersten Trickfilm lustiger. Tja, aber dieser ist natürlich viel besser. Ja. Der Reißverschluss. Hey Nolik, guck mal. Warum schläft Tom Thomas in seiner Jacke? Vielleicht war das eine Hausaufgabe für die Schule. Aha. Sporthausaufgaben. Sporthausaufgaben. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Du siehst gut aus. Die habe ich gestern bekommen. Ist die Jacke nicht cool? Ja und? Hast du darin geschlafen? Gestern habe ich sie anprobiert und wollte sie nicht mehr ausziehen und ich bin mit ihr eingeschlafen. Ja. Mit dir wird es wirklich nie langweilig. Oh, ich glaube der Reißverschluss klemmt. Na und? Du kannst die Jacke doch anlassen. Du musst doch eh in die Schule, stimmt's? Mit der Jacke kann ich mich doch nicht in die Klasse setzen. Wieso ist der Reißverschluss kaputt? Keine Sorge, er ist nicht kaputt. Noch nicht. Hier ist ein Reißverschluss. Er besteht aus zwei Reihen kleiner Zähne, die durch einen Schieber laufen. Der Schieber hat oben zwei Löcher und nur ein Loch unten. Ziehen wir den Schieber des Reißverschlusses hoch, verhaken sich die Zähne und aus den zwei Zahnreihen wird dann eine. Und rutsch, der Reißverschluss ist zu. Um ihn zu öffnen, muss man den Schieber nur in die entgegengesetzte Richtung schieben. Dann enthaken sich die Zähne wieder. Aber bei mir stecken sie fest. Und was jetzt? Was macht man denn am Morgen? Na, Frühsport, mach das auch. Währenddessen überlege ich mir was. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Und was ist denn mit mir? Ach, mach du auch Frühsport. Eins, zwei, drei und vier. Und eins, zwei, drei und vier. Eins, zwei, drei und vier. Eins, zwei, drei und vier. Simka, komm schon. Denk dir was aus. Thomas, ich schwitze schon. Gleich, okay? Geh und wasch dich so lange. Kann ich dir beim Nachdenken helfen? Das glaube ich kaum. Du gehst dich besser auch waschen. Wie läuft's bei dir, Tom Thomas? Hat sie sich schon was überlegt? Ah, klar. Nein, ihr ist bisher noch nichts eingefallen. Es ist so heiß. Stell dir einfach vor, du wärst ein Polarforscher. Die tragen immer ihren Anorak. Und weißt du was? Ich bin der Pinguin. Hey, wohin gehst du? Ich halte es nicht mehr aus. Okay, bleib genau da sitzen. Ich suche jetzt das Problem. Siehst du, das Polarforscher-Spiel ist lustig, oder? Das ist es nicht. Es ist Simka. Es kitzelt so sehr. Halt doch still. Wenn du aufhörst, mich zu kitzeln. Aha. Deswegen steckt der Schieber also fest. Es steckt nur ein kleines Stück Faden im Reißverschluss. Zieh den Schieber hoch. Tidisch! Mach den Reißverschluss auf. Tausend Dank. Das war's. Ein Faden. Darin lag das Problem. Ist das dein Ernst? So viel Schweiß wegen eines kleinen Fadens? In der Welt der Technologie ist jedes Detail wichtig. Ich weiß noch, als Wissenschaftler vor etwa 60 Jahren die ersten Computer bauten. Die Maschine war riesig. Sie füllte mehrere Räume aus und hatte über eine Million Teile. Es war ein technologisches Wunder. Aber eines Tages machte das technologische Wunder boom und stürzte ab. Niemand wusste warum. Der Computer funktionierte einfach nicht mehr. Es war nichts zu machen. Es trieb die Wissenschaftler in den Wahnsinn. Sie konnten das Problem nicht finden. Es stellte sich heraus, dass ein kleiner Schmetterling in das Innere des Computers geflogen und zwischen zwei Kontakten stecken geblieben war. Ja, es stimmt. Diese riesige Maschine funktionierte nicht mehr wegen eines kleinen Schmetterlings. So ist das. Seht ihr? Der Teufel steckt wirklich im Detail. Tom Thomas, Frühstück ist fertig. Warum trägst du die Jacke? Ich habe Polarforscher gespielt. Simka, warum hast du so lange gebraucht zum Nachdenken? Ach na ja, ich fand es nur lustig Tom Thomas zu sehen, wie er Frühsport macht und sich in dieser dicken Jacke die Zähne putzt. Das war Absicht? Nun ja, ein bisschen Spaß muss sein. Die Lupe Fall Nummer 1 Beginnen wir. Oh ja, hier sehe ich ein Beweisstück. Die Fingerabdrücke des Verbrechers. Damit wird er nicht durchkommen. Warum denkst du, sieht sie uns einfach an, statt uns zu jagen? Oh, vielleicht sieht sie uns nicht und wir sind unsichtbar. Und wieso kann ich dich dann sehen? Simka, Nolik. Passt auf, zerstört die Spuren nicht. Was denn für Spuren? Wessen Spuren sind das? Shh, ich muss ein Verbrechen aufklären. Ein Verbrechen? Was für eins? Jemand stahl den Flügel dieses Flugzeuges, aber ich bin ihm auf der Spur. Seht euch den Fingerabdruck an. Ich sehe ihn. Ja, und? Jeder Fingerabdruck ist einzigartig. Also, wenn man Fingerabdrücke findet, hat man eine gute Chance, den zu finden, der sie gemacht hat. Cool. Man weiß schon lange, dass jeder Mensch seinen eigenen einzigartigen Fingerabdruck hat. Es ist wahr, jeder Fingerabdruck ist anders und das hilft der Polizei, Verbrecher zu fangen. Zuerst finden Sie die Fingerabdrücke am Tatort. Dann vergleicht die Polizei sie mit den Fingerabdrücken von jemandem, der das Verbrechen begangen haben könnte. Stimmen Sie überein, so haben Sie den Täter gefunden. Diese Methode nennt man Daktyloskopie. Abgesehen vom Ausmachen von Verbrechern, können Fingerabdrücke auch genutzt werden, um Schlüssel zu ersetzen. Drückt man mit dem Finger auf ein spezielles elektronisches Schloss, erkennt es den Fingerabdruck und sagt, treten Sie ein. Übrigens, anders als Menschen hinterlassen wir Fixies keine Fingerabdrücke. Deswegen kann uns nicht mal die Polizei finden. Nun lassen wir einen Hund nach dem Verbrecher schnüffeln. Kaubacke, schnüffle. Finde die Spur. Los! Hey, was ist los? Kaubacke ist kaputt. Dann reparieren wir sie ganz fix. Wie? Sie ist doch kein Staubsauger. Sie ist ein lebendiger Hund. Fixies reparieren alles. Stimmt nicht. Fast alles. Das erste, was wir tun müssen, ist eine Inspektion. Mal sehen, Ihre Augen sehen sehr gesund aus. Gut, da schweizt es noch dran. Ohren sauber? Ja. Die Zunge rosarot. Tom Thomas, stell sie auf alle vier Füße. Nein, mit Pfoten meine ich. Aha, komm schon. Na lauf. Jetzt verstehe ich. Hier ist etwas nicht in Ordnung. Es ist Ihre rechte Pfote. Aber ich sehe nicht, was fehlt. Ich frage mich, ob vielleicht etwas im Inneren gebrochen ist. Wartet. Vielleicht steckt irgendwo etwas Kleines in Ihrer Pfote fest. Tom Thomas, hol deine Lupe. Hier. Um ein kleines Objekt zu untersuchen, braucht man eine Lupe. Eine Lupe ist ein besonderes Glas, das in der Mitte dicker ist als an den Seiten. Es biegt das Licht, das durchfließt. Wenn man diese Linse vor die Augen und dann vor etwas Kleines hält, sieht es so aus, als ob es größer geworden ist. Setzt man Pfeillinsen in einen Rahmen, hat man eine Brille. Und wenn man einen Griff an die Linse baut, hat man eine Lupe. Da ist was. Ein Splitter. Das ist Glas, glaube ich. Sieht so aus. Ah, du hast recht. Gestern brannte eine Glühbirne im Flur durch. Ich nehme an, dass nicht jeder Splitter weggefegt wurde. Kaubacke, wie geht's? Jetzt geht's dir besser. Anscheinend haben wir sie repariert. Sie ist repariert und läuft wieder. Oh, vielleicht hätten wir das nicht tun sollen. Undankbarer Hund. Zimka, Nolik, da ist er. Der verlorene Flügel. Ja, das ist toll. Aber du musst noch herausfinden, wer ihn unter dem Bett versteckt hat. Ja, du musst noch die Fingerabdrücke abgleichen. Die Fingerabdrücke auf dem Flügel sind die gleichen wie die auf dem Flugzeug. Aber wem gehören sie? Hast du deine eigenen angesehen? Ha, die Fingerabdrücke sind alle meine. Also nehme ich an, es war meine eigene Schuld. Ich hatte ihn nur irgendwie verloren. Ha, also stellt sich heraus, dass du der Verbrecher warst? Hurra, das Verbrechen ist aufgedeckt. Und du, Tom Thomas, bist der Verbrecher. Papier Hey, Tom Thomas! Gießt du die Blumen? Nein, Nolik, ich schreibe einen Schulaufsatz. Verstehe ich nicht. Ich muss einen Aufsatz darüber schreiben, wie ich mich um die Natur kümmere. Es soll aber die Wahrheit sein. Also schreibe ich das Folgende hin. Gieße meine Blumen. Kaubacke! Kaubacke! Komm her, Mädchen! Stopp! Hab keine Angst! Warum hebst du sie hoch? Ich will sie etwas streicheln, damit ich schreiben kann, wie gut ich mich um Tiere kümmere. Tom Thomas, ich will die Umwelt auch schützen, okay? Das klingt gut. Und was sollen wir tun? Wir könnten weniger atmen und damit Luft sparen. Du bist ein Genie. Klingt toll. Luft sparen, das machen wir. Und bereit? Die Menschen greifen in die Natur ein und zerstören mehr und mehr ihre Reichtümer mit jedem neuen Jahr. Sie zapfen Mineralien und Öl an, fällen viele Bäume und verschmutzen Luft und Wasser. All das tun sie, um Essen und vieles andere zu produzieren. Leider brauchen die Menschen nicht einmal all die Dinge, die sie produzieren. Oft kaufen sie etwas und schmeißen es dann weg, obwohl es noch nie neu ist. Und dann gibt es noch all das Essen, das Menschen kaufen und dann einfach wegwerfen. Also wenn ihr der Natur wirklich helfen wollt, versucht nichts zu kaufen, was ihr nicht wirklich braucht. Und pflegt die Gegenstände gut, die ihr kauft. Und ihr könnt sicher sein, dass wir Fixies alles tun werden, damit eure Sachen so lange wie möglich halten. Und das ganz bestimmt. Das war's. Jetzt kann ich's schreiben. Aha, schreib das. Auch ich tue meine Pflicht und spare Luft. Ich habe 40 Sekunden nicht geatmet. Hast du's? Hörst du das auch? Ich muss es laufen gelassen haben, als ich Wasser für die Blumen geholt habe. Tom Thomas, ich glaube, du solltest auch schreiben, dass du Wasser sparst. Davon gibt es leider nicht genug auf der Erde. Nolik, das ist eine gute Idee. Das schreibe ich. Na ihr? Was macht ihr denn gerade? Wir schreiben darüber, wie Tom Thomas die Umwelt schützt. Das ist ein Aufsatz für die Schule. Aha. Ich habe schon geschrieben, wie ich die Blumen gieße, mich um Tiere kümmere, wie ich Luft und Wasser spare und wie ich sparsam mit Karotten umgehe. Ich esse sie nie, besonders nicht in der Suppe. Karotten haben damit gar nichts zu tun. Bist du dir da sicher? Mhm. Warum schmeißt du das Papier weg? Ich soll doch nicht schreiben, wie sparsam ich mit Karotten umgehe. Also muss ich es neu schreiben. Ach, du machst nichts für die Umwelt. Was? Wie kommst du denn auf die Idee? Natürlich tue ich das. Nein. Wenn du einfach dein Papier wegschmeißt, heißt es, dass du dich nicht um die Bäume kümmerst. Was soll das mit Bäumen zu tun haben? Weißt du nicht, woraus Papier gemacht wird? Aus Bäumen. Menschen produzieren Papier, indem sie Bäume fällen und das Holz kleinsägen. Die Sägespäne kommen in Wasser. Anschließend werden Chemikalien dazu gegeben und dann wird diese Masse gemischt, bis daraus eine Art flüssiger Brei wird. Dann wird das Wasser dem Brei entzogen. Durch riesige, sich drehende Walzen werden daraus dünne Blätter Papier. Das bedeutet also, um neues Papier zu machen, müssen Menschen weiterhin Bäume fällen. Und rate mal, wie viele Bäume man retten könnte, wenn jeder auch nur ein Blatt Papier weniger nimmt. Eine Million Bäume. Bist du sicher? Ganz sicher. Und nun, wo du alles über Bäume und Papier weißt, was tust du nun? Hey, wisst ihr? Ich habe mich entschieden, keinen Aufsatz für die Schule zu schreiben. Wieso denn? Ich möchte Bäume schützen, also benutze ich kein Papier. Kapiert? Oh, Tom Thomas. Du bist mein Held. Der Alarm. Hey ihr, da bin ich. Juhu. Moment, wo ist mein Schokohase? Er stand doch genau hier. Hier ist er doch. Nicht der, ein anderer. Ich hatte zwei Hasen. Die habe ich geschenkt bekommen. Du hattest zwei Hasen? Bist du dir sicher? Na klar. Denkst du etwa, dass ich nicht bis zwei zählen kann? Hm, dann wurde einer geklaut. Es sei denn, es sei denn, du hast ihn selbst gegessen. Ich? Und wieso erinnere ich mich nicht daran? Vielleicht bist du ein Schlafwandler. Was ist ein Schlafwandler? Jemand, der nachts von seinem Bett aufsteht, ohne aufzuwachen. Er schreitet durchs Zimmer, isst einen seiner Schokohasen und kann sich am Morgen an nichts erinnern. Aber heute Morgen war der Hase noch da. Ja? Hm. Wie wär's mit... Deiner Mutter. Hat sie ihn genommen? Sie mag es ja nicht, wenn du zu viel Süßes isst. Da hast du recht. Sie sagt, Süßes ruiniert meine Zähne. Na also, um deine Zähne zu retten, schlich sie leise in dein Zimmer, schnappte sich einen Hasen und aß ihn. Aber Mama hat sie mir doch selbst geschenkt. Also warum sollte sie ihn dann nehmen? Ja? Na dann weiß ich auch nicht. Ich weiß es. Ich glaube, es war Kaubacke. Das ist doch Unsinn. Sie hat eine Schokoallergie. Haha. Als nächstes sagt er, es wären die Fische gewesen. Wer weiß. Ich behalte diese Fische schon eine Weile im Auge. Sie wirken verdächtig. Ganz sicher. Sie haben den Hasen geklaut. Aha. Und dann versteckten sie ihn im Aquarium. Haha. Oh, Nolik. Das ist lustig. Weißt du was, Tom Thomas? Du musst den anderen Schokohasen unbedingt beschützen. Das stimmt. Er muss sofort gegessen werden. Bevor er verschwindet. Warte doch damit. Du musst ihn nicht essen. Wir denken uns was aus. Na klar. Wir brauchen eine Alarmanlage. Eine was? Alarmanlagen wurden erfunden, um Häuser, Autos und andere Wertgegenstände zu schützen. Der einfachste Alarm ist eine Sirene oder Glühbirne, die durch ein Kabel mit einer Tür oder einem Fenster verbunden ist. Wenn jemand versucht, eine Tür zu öffnen, die eine Alarmanlage hat, wird der Alarm ausgelöst. Die Sirenen heulen und das Licht flackert. Man kann sie auch so einstellen, dass sie die Polizei rufen, wenn sie losgehen. Super. Aber woher nehmen wir jetzt eine Alarmanlage? Du hast doch einen elektronischen Baukasten. Weißt du noch? Du hast recht. Dann bring ihn doch mal her. Nolik, hilf mir! Tidisch! Tidisch ist der Siegesruf der Fixies. Wenn eine Aufgabe gelöst ist und wir Fixies stolz auf unsere Arbeit sind, dann rufen wir Tidisch. Und wir halten Daumen, Zeige und Mittelfinger hoch. Wollt ihr wissen, was das heißt? Es ist ganz leicht. Fixies lieben es, Aufgaben zu lösen und kaputte Dinge zu reparieren. Und was muss man tun, um ein Problem zu lösen? Zuerst muss man herausfinden, was kaputt ist. Zweitens, verstehen, warum es kaputt ist. Und drittens, reparieren, was kaputt ist, damit es wieder funktioniert. Also zählen wir bis drei. Eins, finden. Zwei, verstehen. Drei, reparieren. Tidisch! Es ist wahrlich ein tolles Wort. Und es klingt lustig. Ja, wir Fixies mögen es wirklich sehr. Also, Tomtomas, schalte den Alarm ein. Sicher, dass es echt klappen wird? Ganz sicher. Ohne Zweifel. Stehen geblieben! Halt! Kau-Backe? Wozu brauchst du meinen Hasen? Die Thermoskanne. Wohin soll ich es tun? Was denn, Tomtomas? Oh, ihr seid's. Äh, mein Eis. Machst du Witze? Ist es. Geht nicht. Tomtomas? Ist alles okay? Haha, alles gut. Es ist nur ein Geschenk für meine Mama. Heute ist Muttertag. Also musst du es hier schenken. Also musst du es hier schenken. Kann ich nicht. Papa und ich werden ihr zusammen gratulieren. Was wird dein Papa hier schenken? Ich weiß nicht. Aber bis er zurück nach Hause kommt, wird das Eis geschmolzen sein. Dann leg's doch ins Eisfach. Aber was, wenn Mama reinschaut. Aber was, wenn Mama reinschaut und es findet? Das ruiniert die Überraschung. Wo wird sie es nicht finden? Ich kann dir sagen, wo. Im Büro deines Vaters. Ich weiß nicht, wo ich es hier verstecken soll. Hier gibt es kein Eisfach. Warum wirfst du nicht einen Blick in die Schachtel? Eine Thermoskanne? Und was bringt mir das? Die braucht man, um Dinge warm zu halten. Das Eis wird darin schmelzen. Wird es nicht? Eine Thermoskanne ist eine Flasche, die in einer anderen steckt. Zwischen den Flaschen ist ein leerer Raum und darin besteht das Geheimnis. Dieser Raum lässt keine Wärme rein oder raus. Ist heißer Tee darin, lässt der leere Raum die Hitze des Tees nicht nach außen. Und wenn Eis in der Thermoskanne ist, kommt die Wärme von draußen nicht hinein. Und so hält eine Thermoskanne Heißes heiß und Kaltes kalt. Gut so. Ich gehe jetzt spielen. Der hat sich gar nicht bedankt, oder Nolik? Wo bist du, Nolik? Ich bin hier. Wo? In der Kanne. Was machst du da drin? Ich wollte das Vakuum sehen, von dem du erzählt hast. Bitte fass da bloß nichts an. Und denk nicht mal dran, an der Folie zu lecken. Das Eis ist so kalt, deine Zunge wird dran kleben bleiben. Sie klebt schon dran. Was sagst du da? Sie klebt schon dran. Sie klebt schon fest? Aha. Versuch loszukommen. Und? Klappt es? Nee. Und was, wenn du die Folie anhauchst? Halt durch, Nolik. Ich hole Tom Thomas. Winter ist eine tolle Zeit im Jahr. Ferien, Geschenke, Schneebälle, Schlittschuhe, Schlitten. Aber Kälte ist auch eine ernste Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Am wichtigsten ist es, sich warm anzuziehen. Bedeckt den Kopf mit einer Mütze und den Hals mit einem Schal. Dann ist die Chance kleiner, dass ihr Schnupfen oder Halsweh bekommt. Und damit eure Hände keine roten Flecken bekommen, tragt immer Handschuhe. Und lauft niemals mit nassen Schuhen durch den Winter, sonst werdet ihr ganz sicher krank. Eines möchte ich noch sagen. Es ist schön, Spaß zu haben in der Kälte, aber nutzt euren Verstand. Esst keinen Schnee und lenkt nicht an Metallzäunen oder Türklinken. Eure Zunge könnte so stark am Metall kleben, dass es am Ende schwer wird, sie zu lösen. Ich wünsche euch allen einen zauberhaften Winter. Tom Thomas! Noliks Zunge steckt fest! Wo? In der Thermoskanne. Schnell, ich erkläre alles später. Papa, du bist schon da? Mhm. Papa, warum nimmst du mein Geschenk? Was meinst du, dein Geschenk? Ich meine das hier. Seit wann soll das denn deins sein? Hey Jungs, was ist denn hier los? Oh, nichts Besonderes. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich wünsche dir einen fröhlichen Muttertag. Eine Thermoskanne? Wie wundervoll! Du bist lieb. Hm, hm. Ist da etwas drinnen? Eigentlich nicht. Vanille Eis. Meine Lieblingssorte. Wie ist es da reingekommen? Hä, hä. Ach, danke, meine Süßen. Nolik, du hast mich so erschreckt. Gott sei Dank hattest du die gute Idee, zur Schraube zu werden. Aha. Tut die Zunge weh? Aha. Kannst du wenigstens sprechen? Das kann ich. Ja, sehr gut. Wir sollten uns beeilen. Wir müssen unserer Mutter noch einen frohen Muttertag wünschen. Das solltet ihr auch. Die Waage. Kaubacke. Jetzt reicht's echt. Und was, wenn es was Wichtiges ist? Komm schon. Sie ist nur ein Hund. Man sagt, dass Katzen und Hunde einen sechsten Sinn haben, den wir nicht haben. Was ist das? Sie fühlen alle Dinge, die wir Menschen nicht fühlen. Ich lasse sie lieber rein. Mama und ich kommen zum Abendessen zurück. Bitte denkt dran, Kaubacke zu füttern. In Liebe, Papa. Oh, wie konnte ich das nur vergessen? Unglaublich. Jetzt glaubst du aber an den sechsten Sinn, oder? Aha. Aber es sieht eher so aus, als hätte Kaubacke einfach Hunger. Wie viel Futter soll ich ihr geben? Guck, das steht auf der Verpackung. Pro Kilogramm des Hundegewichtes eine Tasse Futter bei jeder Fütterung. Aha. Alles klar. Wie viele Tassen wiegt Kaubacke? Ups, ich meine, wie viel Kilogramm? Weiß ich nicht. Was sollen wir dann tun? Was meinst du? Wir wiegen Kaubacke. Das werden wir tun. Womit? Mit einer Waage. Das ist an dem Büro deines Vaters. Du hast recht. Los. Ich frage mich, ob es deine Mama nicht stört, dass dein Papa sein eigenes Büro hat und sie nicht. Äh, Mama sagt, sie hat ein Büro. In der Küche. Hey, seht, da ist die Waage. Wusstest du eigentlich, dass Menschen schon seit über 7000 Jahren Waagen haben? Wenn wir wissen wollen, wie viel etwas wiegt, müssen wir es mit etwas vergleichen, dessen Gewicht wir bereits kennen. Angenommen, man will eine Wassermelone wiegen. Man legt sie in die Waagschale und die Waage kippt zur Seite. Also muss man Gewichte auf die andere Seite legen, bis sich die Seiten ausgleichen. Nun, das ist zu schwer. Aber das passt genau. Da das Gewicht 10 Kilogramm wiegt, wissen wir, dass die Melone 10 Kilogramm schwer ist. Und so einfach funktioniert eine Waage. Na dann mal los. Kaubacke. Als ob sie jetzt zu dir gerannt kommt. Natürlich bleibt sie bei der Futtertüte. Ha, ich weiß, was ich mache. Hier, halte den Leckerbissen, während ich sie wiege. Ah, ah. Ah, es scheint vielleicht kleiner, aber es ist superschwer. Halte durch. Ah, bitte beeil dich. Ah, komm schon. Beeil dich. Fertig. Sie wiegt 2 Kilogramm. Ah. Okay, jetzt füttern wir Kaubacke. Kaubacke wiegt 2 Kilogramm, also nehme ich genau zwei Tassen. Meint ihr etwa, ihr könnt eure Haustiere mit allem füttern, was ihr wollt? Oh nein. Damit sie gesund sind, brauchen Haustiere wie Menschen eine ausgewogene Ernährung. Heute gibt es besonderes Tierfutter für Vögel, Fische, Hunde, Katzen und alle möglichen anderen Tiere. In diesem Futter ist alles, was eure Tiere brauchen, um gesund zu bleiben. Wie Fleisch, Fisch, Früchte, Samen, Gemüse und Vitamine. Dieses Futter gibt Tieren eine ausgewogene Ernährung. Man muss es nicht kochen. Sie können gleich losfressen. Schüttet es einfach in den Napf und euer Hund ist glücklich. Oder eure Katze und euer Vogel und auch eure Fische. Passt nur auf, dass ihr nichts verwechselt. Was gut für einen Fisch ist, ist nicht gut für einen Hund. Jedes Tier braucht sein eigenes spezielles Futter. Stopp! Was ist los? Was los ist? Du musst ein Stück wegnehmen. Sie hat schon eins gegessen. Hm, okay. Also, dieser sechste Sinn. Ihr glaubt noch daran, oder? Warum bringst du mir das? Oh, Mama ruft an. Unglaublich. Woher wusste Kaubacke das? Ich wusste, dass Kaubacke es hat. Hallo? Das war der sechste Sinn, nicht wahr? Das Internet. Nun, vielleicht ist es, äh... Glaub ich nicht. Es ist wahrscheinlich ein, äh... Ihr habt mich gerufen, Kinder? Was ist los? Sieh dir das an. Ich habe noch nie sowas gesehen. Ah. Aha. Hm. Was in aller Welt ist das? Hüpp. Vielleicht ist es eine Waage? Oder eine Uhr mit Digitalziffern. Wartet kurz. Gibt es eine Gebrauchsanweisung für das Ding? Ich konnte die nirgends finden. Das ist ein Problem. Nun, versuchen wir es rauszufinden. Was versucht ihr da oben rauszufinden? So ein riesiger Eishockey-Puck. Oh, der ist groß genug für ein Monster. Ha. Und der Name ist so witzig. T-Roll-Bot. Ha, ha, ha. Warum nennen sie es nicht gleich Troll-Bots oder besser Troll-Bots? Ach. Bitte, seid jetzt still. Also, was macht dieses Ding, ha? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht finden wir ja was darüber im Internet. Wo? Du hältst dich mal raus. Wir brauchen kein Internet. Wir schaffen das. Na los geht. Unterbrecht uns nicht. Gut, was immer du sagst. Komm, Nolik. Wir werden es selber rausfinden. Ja, äh, wie? So, weißt du noch, wie das Ding hieß? Aha, äh, ein Troll-Bot. Nee, ein Troll-Botter. Ja, richtig. Hüpf los. Hm, tja, hm, 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 hm. Ah, das ist es nicht. So, T-Roll-Bot. Hast recht. Da ist es. Ein Staubsaug-Roboter. Heißt das, er saugt Staub ganz von selbst? Es ist ein Roboter. Also, ja. Cool. Da ist so viel cooles Zeug in diesem Computer. Nolik, diese Information ist nicht in diesem Computer. Sie ist im Internet. Von eurem Computer aus könnt ihr einen Brief zu einem anderen Computer schicken. Ihr könnt auch ein Lied oder ein Foto herunterladen von einem anderen Computer. Das ist nur möglich, weil die meisten Computer auf der Welt miteinander verbunden sind in einem großen Netzwerk. Und dieses weltweite Netz nennen wir das Internet. Dank des Internets können wir in jeden Winkel der Welt schauen und über alles mögliche Informationen finden. Es ist ein elektronischer Gemüseschneider. Nein, es ist ein Drucker für runde Papierbögen. Ein Rätsel. Gruß, Felix. Wir wissen jetzt, was man damit macht. Ihr schon wieder? Unterbrecht nie die Erwachsenen. Wartet es ab. Nolik, schaltet es ein. Was anschalten? Ihr schaltet hier gar nichts an. Auf die Plätze. Fertig. Nein, nein, nein. Haltet durch. Was war das? Es ist ein robotischer Staubsauger. Er läuft automatisch. Und wo habt ihr die Gebrauchsanweisung gefunden? Oh, im Internet. Fragt, was ihr wollt. Es bleibt durch alles. Man kann einfach fragen und es sagt es dir. Aha. Wenn ihr wollt, zeigen wir es euch. Wahnsinnig gern. Klar, warum nicht? Hä? Wow. Im Internet. Hey, hey, hey. Wartet auf mich. Was wiegt ein Elefant? Was wiegt ein Elefant? Ach, wie wäre das schön, wenn ich die Antwort hätte? Er ist fünf Tonnen schwer. Er ist fünf Tonnen schwer. Er ist fünf Tonnen schwer. Sagt das Internet. Er ist fünf Tonnen schwer. Er ist fünf Tonnen schwer. Er ist fünf Tonnen schwer. Sagt das Internet. Nachrichten an dich. Nachrichten an mich. Ach, wie wäre das schön, wenn ich eine Antwort hätte? Wir schreiben Nachrichten. Wir schreiben Nachrichten. Wir schreiben Nachrichten. Über das Internet. Wir schreiben Nachrichten. Wir schreiben Nachrichten, wir schreiben Nachrichten über das Internet. Wer wie, wo, wann, was, wer wie, wo, wann, was, ach wie wär das schön, wenn ich die Antwort hätte. Alles, was du brauchst, alles, was du brauchst, alles, was du brauchst, gibt es im Internet. Alles, was du brauchst, alles, was du brauchst, alles, was du brauchst, gibt es im Internet. Das Sparschwein Tom Thomas, warum schmeißt du dein Geld weg? Ich schmeiße es nicht weg, ich lagere es. Das ist ein Sparschwein. Oh, noch eine Münze. Ich mag seine Schnauze nicht. Dieses Schwein scheint mir sehr verdächtig. Bist du sicher, dass dein Geld bei ihm sicher ist? Keine Sorge. Was auch immer ich in meine Bank hier werfe, kommt nicht wieder raus. Aus diesem Sparschwein kommt kein Cent. Du geiziges Schweinchen! Komm schon, Nullik. Simka muss dir doch erklärt haben, wie Banken funktionieren. Menschen haben Sparschweine erfunden, weil sie nach einem guten Ort suchten, ihre Münzen zu sparen. Um viel Geld zu sparen, nutzen Menschen einen Safe. Ein großer Briefkasten mit einem sehr starken Verschluss. Diese Art, Sparschwein aufzubrechen, ist fast unmöglich. Die größten Tresore sind in Banken. Banken nutzen sie, um das Geld und andere Wertgegenstände ihrer Kunden zu lagern. In Banken gibt es sogar ganze Räume, die Tresore sind. Ihr braucht ziemlich viel Kleingeld, um solche Sparschweinchen zu füllen. Also warum sparst du so viel Geld? Für Rollschuhe. Wie viel musst du noch dafür sparen? Ich weiß nicht. Ich sehe ja nicht, ob genug zusammen ist. Dann mach es doch auf. Aber das geht nicht so leicht. Der einzige Weg ist, es komplett zu zerschlagen. Also zerschlag es. Ne, vergiss es. Wo soll ich denn dann mein Geld lagern? Und was, wenn du schon genug für Rollschuhe hast? Und was, wenn nicht? Alles klar. Dann werde ich dein Geld für dich zählen. Oh, wow. Tom Thomas, du hast dein Vermögen hier drin. Es gibt viele verschiedene Arten von Geld. Und nicht nur Münzen. Vor langer Zeit bezahlten die Menschen mit Muscheln. Und Eichhörnchenfell. Und sogar mit Federn. Aber natürlich sind Metallmünzen viel praktischer als diese anderen Dinge. Und Papiergeld ist sogar noch praktischer als Münzen. Ein Geldschein kann so viel wert sein wie 100 Münzen. Oder sogar 1000. Das einzige, was hinzugefügt werden muss, sind ein paar Nullen. Und das war's. Heutzutage können Menschen fast alles ohne Papierscheine oder Münzen bezahlen. Hat man genug Geld in der Bank, kann man in den Laden gehen, dem Verkäufer die Bankkarte geben und den Einkauf mit nach Hause nehmen, ohne mit Geld in Berührung zu kommen. Die Bank weiß, wie viel Geld man ausgegeben hat und sie geben es an den Laden weiter. Es ist zu praktisch. Also, zählst du sie? Los geht's. Eine Münze. Und zwei Münzen. Warte, Nullik. Wieso eine Münze, zwei Münzen? Was zählst du da? Du musst alle Ziffern auf den Münzen zusammenzählen. Ha. Das hättest du gleich sagen können. Das kriege ich ja nie hin. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Komm wieder raus. Hopp. 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 Was soll ich tun? Wenn du die Münzen stapelst, sind sie wie Treppen. Das versuche ich gerade. Ah. Warum drehst du das Sparschwein nicht um? Halte durch. Stopp. Ich werde begraben. Stell es wieder hin. Wie eben. Das ist schlimmer. Ah. Stell das Schwein wieder hin. Nullik. Halt durch, bitte. Ich hole einen Faden und stecke ihn durch zu dir. Ah. Ich komme nicht ran. Er ist zu weit weg. Hey, Tom Thomas. Zerschlag das Sparschwein. Was? Zerschlag das Sparschwein. Aber ich mag es. Ohne uns. Mich magst du nicht? Natürlich mag ich dich. Na, wen magst du lieber? Du bist doch mein Freund, oder nicht? Natürlich. Dann zerschlag das Sparschwein ja gut. Okay, Nullik. Okay, Nullik. Ich werde es tun. Nullik. Ist alles okay? Mir geht's gut. Puh. Danke, Tom Thomas. Danke, mein Freund. Kein Problem. Wenigstens kannst du jetzt zählen, wie viel Geld du hast. Ach, es gibt keinen Grund dazu. Es reicht niemals für Rollschuhe. Sicher? Wie schade. Aber jetzt hast du ja mehr als genug Geld, um ein Sparschweinchen zu kaufen, das brandneu ist. Also, was brauche ich noch? Eine Taschenlampe. Die ist praktisch, wenn man zeltet. Hör mal, Tom Thomas. Lass etwas Platz für mich da drin. Ich bin auch praktisch, wenn man zeltet. Ich mach dir etwas Platz. Aber versteck dich, damit Papa dich nicht sieht. Und du darfst, den kann nichts darüber sagen, dass ich mit dir gehe. Alles klar. Und schließlich ein paar Dosen Fleisch. Hi, Tom Thomas. Hast du Nullik gesehen? Nein. Mit wem hast du dann gerade gesprochen? Ich, äh... Ich hab nur das Etikett gelesen. Hm, wohin ist Nullik verschwunden? Simka, weißt du, wie kommt es, dass man die Blechdosen nicht öffnen kann, sodass man den Inhalt probieren kann? Was meinst du? Weißt du nicht, was das Besondere ist am Dosenessen? Es ist in der Dose. Hahaha. Das Besondere am Dosenessen ist, dass es lange Zeit gelagert werden kann, ohne dass es schlecht wird. Seht ihr? Gemüse und Fleisch werden schlecht, wenn schädliche Bakterien sich darin vermehren. Also, wenn ihr die schlechten Bakterien loswerden könnt oder sie davon abhaltet, in euer Essen zu kommen, kann das Essen lange halten. Deswegen werden Dosen fest verschlossen. So können schädliche Bakterien nicht durch die Luft ins Essen gelangen und es nicht verderben. Du sagst mir also, Nullik ist nicht hier, richtig? Also, sieht so aus, als ob er wirklich nicht hier ist. Was war das? Wo? Oh, richtig, jetzt weiß ich's wieder. Da ist noch eine Dose, die ich mitnehmen wollte. Irgendwas Verdächtiges geschieht hier. Hey Leute, meine Mama hat diese Dose vor langer Zeit weggeworfen, aber ich habe sie aus dem Müll gezogen. Ich wusste, dass sie brauchbar wäre. Und wen hast du gemeint, als du sagtest, Leute, moi? Äh, du bist hier und ich bin hier und das macht schon zwei. Sieh dir diese tolle Dose an. Die ist gar nicht toll. Stell sie auf den Boden. Siehst du? Was? Oh, sie ist etwas schief. Na und? Na und? Sie ist aufgebläht. Und wenn sie so aussieht, weißt du, dass darin schädliche Bakterien wachsen und das Essen darin verderben. Es ist verdorben? Das kann man rausfinden. Auf jeder Dose findest du das Mindesthaltbarkeitsdatum. Früher oder später wird sogar Dosenessen schlecht. Und natürlich können Milchprodukte wie Joghurt oder Milch in wenigen Tagen schlecht werden. Wenn ihr Essen im Laden kauft, ist es sehr wichtig, immer nach dem Haltbarkeitsdatum zu schauen. Dieses Datum gibt an, wie lange man das Essen sicher genießen kann, ohne sich zu sorgen, dass es nicht mehr gut sein könnte. Das Haltbarkeitsdatum findet man auf jeder Dose, Schachtel oder Verpackung. Also achtet darauf. Und passt gut auf, dass ihr kein Essen kauft oder esst, das ein verfallenes Haltbarkeitsdatum hat. Und wenn ihr seht, dass eine Dose aufgebläht ist, schmeißt sie sofort weg. Wenn ihr es esst, könnte euer Bauch auch aufblähen. Wenn Essen schlecht wird, ist es leider unmöglich, das rückgängig zu machen. Und dann könnten nicht mal wir Fixies noch helfen. Oh, Mama hat wahrscheinlich gesehen, dass diese Dose schon vor einem Jahr schlecht geworden ist. Deswegen hat sie sie weggeworfen. Genau. Schäm dich, dass du sie rausgeholt hast. Du hättest dich vergiften können und deinen Papa noch dazu. Ja. Und die anderen Dosen? Sind die auch aufgebläht? Sind sie nicht. Na dann, tschüssi. Schade, dass ich Nolik nirgends finden konnte. Papus wollte ihm einen brandneuen Pakomat schenken. Mir? Aha, hab ich dich. Ich hatte mir schon gedacht, dass du dich in Tom Tommels Tasche versteckt hast. Du lügst. Das ist nicht fair. Und sich verstecken? Das ist fair. Tom Tommels, bist du bereit? Ich bin bereit. Gut, dann los. Hurra. Wir gehen zelten. Ich möchte auch zelten gehen. Keine Sorge, ich gehe mit dir zelten. Wirklich? Wirklich, wirklich, wirklich. Zu dem Haus dort nebenan. Siehst du, wie riesig das ist? Süßigkeiten. Schönes blaues Auge. Tom Tommels, bist du gestürzt? Was ist mit deinem Auge? Ich hatte einen Streit mit Johnny. Oh, wow. Wie konntest du nur? Worum ging der Streit? Es ging darum, wer cooler ist. Ein Rennfahrer oder ein Boxer? Ein Rennfahrer ist cooler. Natürlich. Das hatte ich ihm auch gesagt. Aber Johnny wollte beweisen, es ist der Boxer. Und? Er hat es bewiesen. Siehst du es nicht? Durch kämpfen kann man gar nichts beweisen. Was für ein Beruf. Boxer sein. Ja. Aber dein Papa. Er hat einen super tollen Beruf. Ein Journalist. Er kann in ferne Länder reisen und bringt alle möglichen verrückten Dinge mit. Er wird sogar im Fernsehen gezeigt. Nein. Was heißt das? Boxer sind cooler. Alle haben Angst vor ihnen. Du musst nicht traurig sein, Tom Tommels. Ist was Süßes. Ich habe eine gute Idee. Wie wäre es mit Geschmackstester? Das ist der beste Job. Und was macht der? Ein Geschmackstester ist jemand, der den Geschmack von Essen und Trinken testet. Ja, warum? Sie wollen wissen, ob das Essen gut schmeckt und welche Aromen es hat. Super. Was für ein toller Beruf. Aber das ist kein Beruf, den jeder einfach so machen kann. Ich kann das. Das werden wir ja sehen. Öffne deinen Mund und schließe deine Augen. Versuche jetzt mal, den Geschmack dieses Bonbons herauszufinden. Mh, Erdbeere. Das stimmt. Gut gemacht, Tom Tommels. Und das? Das schmeckt nach Orange. Leider daneben. Das war Limette. Ja, Tom Tommels. Wenn du ein Geschmackstester werden willst, musst du sehr hart daran arbeiten. Na los. Himbeere? Du wachst es. Simka, wie kommt es, dass das Bonbon außen hart ist, aber innen drin flüssig? Lass dich nicht ablenken. Trainiere. Ja. Bonbons werden so gemacht. Erst wird ein süßer Sirup gekocht, bis er dickflüssig und elastisch ist. Dann wird die Masse zu langen, hohlen Röhren geformt, wie Nudeln. Und wenn sie dann abkühlen, werden sie härter. Dann werden die Röhren mit diesen weichen, fruchtigen Inneren gefüllt und anschließend in Stückchen geschnitten. Das muss alles sehr schnell gemacht werden, bevor das Äußere komplett hart wird. Und so werden Süßigkeiten gemacht, die außen hart sind und innen weich. Es könnte Erdbeere sein, aber ich kann es nicht mehr richtig sagen. Autsch. Was ist los? Mein Zahn. Bilde ich mir das ein oder war das ein Schrei? Oh, ich verstehe. Komm schon, schauen wir uns deinen Zahn an. Geschmackstester muss wohl der köstlichste Beruf der Welt sein. Sie probieren alles Mögliche, wie Käse und Schokolade und entscheiden, was besser schmeckt. Alles wird auf den Geschmack geprüft. Sogar Wasser, denn verschiedene Wassersorten schmecken unterschiedlich. Es gibt auch Tester, die kein Essen oder Trinken testen. Sie prüfen den Geruch von Sachen, wie Deodorants oder Parfüme. Nicht jeder kann ein wirklich guter Tester werden. Zuerst muss man verschiedene Geschmäcker und Gerüche voneinander unterscheiden können. Und man muss wissen, wann man aufhören sollte. Sonst wird man krank und verliert die Fähigkeit, die Geschmäcker zu unterscheiden. Deswegen nehmen Geschmackstester nur sehr kleine Portionen zu sich. Und sehr, sehr kleine Schlücke. Tom Thomas kann von Glück sagen, dass seine Mutter Zahnärztin ist. Das stimmt. Sie ist eine sehr gute Zahnärztin. Sie bringt das schnell in Ordnung. Sie wird den Zahn schnell herausziehen. Und? Hat sie ihn rausgezogen? Nee. Sie hat mir nur Medizin zum Gurgeln gegeben. Und dein Zahn? Tut er weh? Ja, ein bisschen. Hey! Jetzt weiß ich bestimmt, wer cooler ist als ein Boxer. Wer? Ein Zahnarzt natürlich. Sogar Boxer haben Riesenangst vor einem Zahnarzt. Der Spiegel Hallo Tom Thomas. Sag mal, warum steht dieser Spiegel schon eine ganze Woche hier im Flur? Mein Papa scheint keine Zeit zu finden, ihn an die Wand zu hängen. Sicher, dass er nicht runterfällt? Bis jetzt ist er es noch nicht. So, Nullik. Sehe ich aus wie Spider-Man? Ha! Nein, du siehst gar nicht wie er aus. Haia! Puh! Du kannst nicht an Wänden krabbeln wie Spider-Man? Ja, als ob du das könntest. Klar kann ich das. Gib mir nur dein Kaugummi her. Siehst du? Wie im Film. Oh, als ob das so schwer ist. Schau mir bloß zu. Äh! Äh! Haia! Haia! Ziemlich cool. Passt gut auf und seht, was der einzige Spider-Fixi der ganzen weiten Welt tun kann. Äh! Ah! Bau ich auf! Ich hab dich! Oh, der Spiegel! Oh, oh! Äh! Ja! Vor langer Zeit konnten Menschen ihr Spiegelbild nur sehen, indem sie ins Wasser blickten. Die allerersten Spiegel erschienen vor etwa 5000 Jahren. Sie wurden aus Silber oder aus Bronze gemacht. Der Legende nach hat der griechische Wissenschaftler Archimedes eine feindliche Flotte komplett niedergebrannt mithilfe solcher Spiegel. Aber Menschen konnten ihr Spiegelbild erst gut sehen, als sie anfingen, Spiegel aus Glas herzustellen. Und wir nutzen Glasspiegel noch heute. Aber natürlich werden Spiegel nicht nur benutzt, um sich darin anzuschauen. Sie werden auch in Teleskopen verwendet, um das Licht entfernter Sterne zu sammeln. Außerdem nutzen Menschen Spiegel auch in Autoscheinwerfern, damit diese heller scheinen. So viele Dinge kann man mit Spiegeln machen. Scheinbar ist er nicht zerbrochen. Hilf mir, ihn zu heben, damit ich ihn an die Wand lehnen kann. Tom Thomas! Ich habe plötzlich kein Spiegelbild mehr. Das ist unmöglich, denn nur Vampire haben kein Spiegelbild. Oder Geister. Aber man sieht mich nicht. Vielleicht bist du ein Geist geworden. Bitte kein Geist. Das will ich nicht. Hey, was ist denn hier los? Steckt die Jungs wieder in Schwierigkeiten? Simka! Ich und Tom Thomas haben Spider-Man gespielt. Und ich habe mich irgendwie in einen Geist verwandelt. Ja, Geist. Ach Blödsinn. Die gibt es gar nicht. Du hast ja plötzlich auch kein Spiegelbild. Simka! Du bist ein Geist genau wie ich. Das ist doch albern. Oh, sie! Da bin ich ja plötzlich. Hallo, du. Aber warum kann ich mich hier nicht sehen? Wahrscheinlich deshalb, weil die Rückseite vom Spiegel zerkratzt ist. Tom Thomas, meinst du, du kannst den Spiegel umdrehen? Wie ich vermutet hatte. Ein Teil der speziellen Beschichtung ist hinten abgekratzt. Ein Spiegel ist nicht nur ein Stück einfaches Glas. Durch einfaches Glas kann Licht strömen. Aber ein Spiegel reflektiert Licht. Um aus einem Stück Glas einen Spiegel zu machen, sprühen Menschen eine besondere, glänzende Beschichtung auf eine der Seiten, die dann alles reflektiert. Und um diese spezielle Beschichtung zu schützen, wird eine extra Farbschicht darüber gestrichen. Aber selbst mit diesem Schutz müsst ihr vorsichtig mit Spiegeln umgehen. Denn Spiegel können leicht zerkratzen oder sogar zerbrechen. Und denkst du, dass man den Spiegel reparieren kann? Ja, das schaffen wir. Nur gut, dass du deinen Pakumat dabei hast. Ich dachte mir schon, dass wir ihn brauchen können, nachdem du so geschrien hast. Sag bloß, du hast da drin Farbe für einen Spiegel. Im Pakumat ist alles, was du je brauchen wirst. So gut wie neu. Mein Papa kommt. Tom Thomas, was machst du hier? Warum hängt er nicht? Ah, richtig. Ich werde diesen Spiegel bald an die Wand hängen. Hm, vielleicht heute. Oder morgen.